Aufwachen Wie sehr alles verdreht ist Täglicher Stress Zur Konzernfeier gibt es ekligen Sekt Lächeln für den gnädigen Chef Kein Wunder Dass schlechte Laune zum guten Ton gehört Kein Wunder Dass man sich so gerne bodenlos empört Ein Systemfehler Vieles könnte liebevoller laufen Doch dafür ist wenig Platz Zwischen Geld verdienen und kaufen Wach auf Danke Koba Für dieses Intro, Intro Und Folge 4, 4, 6 Wird präsentiert von Erwin Tom Und Torsten Meine Damen und Herren Als Kind hatte ich Die erste Videokassette VHS König der Löwen Vielen bekannt Da gibt es den Titelsong Der ewige Kreis Wissen Sie was schön ist? Heute schließt sich dieser Kreis Nicht nur für mich Sondern auch für viele andere Hunderttausende und mehr Menschen Wir beschließen heute im Deutschen Bundestag Das Chancenaufenthaltsrecht Damit beginnen wir Einen Neuanfang in der Migration Und Integrationspolitik Wir schaffen eine neue Grundlage Für eine notwendige Anerkennungskultur Meine Geschichte beginnt 1993 in Hannover In der Bundesrepublik Deutschland Meine Eltern sind zusammen mit meinem älteren Bruder Aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland gekommen Ich bin in Hannover geboren Ein waschechtes Hannover-Kind Schule, Studium und Arbeit Alles in Hannover gemacht Mein Zuhause Das klingt so weit Erstmal nach einer normalen Kindheit Das war sie jedoch nicht Ich habe mir bewusst Einen Auszug geben lassen Von dem zuständigen Ordnungsamt Zu meiner Aufenthaltsgeschichte Um gemeinsam mit Ihnen Den behördlichen Spieß Rutenlauf nachzuvollziehen Adis Achmetowitsch Von 1993 bis 2001 18 Duldungen Zwischen einen Monat und drei Monaten Dazwischen eine Androhung auf Abschiebung Und eine Ausreiseaufforderung Wie Sie sehen können Hat es nicht geklappt Jetzt bin ich direkt gewilder Bundestagsabgeordneter Aber auch daran arbeiten Wir an der doppelten Staatsbürgerschaft Und das ist auch ein wichtiges Zeichen Seit 2015 Glücklicher deutscher Staatsbürger Und eine Meldung nach rechts Schwarz, Rot, Gold Die Farben gehören mir Nicht Ihnen Das gehört den Demokraten Und den Demokraten Das lassen wir uns nicht nehmen Morgen Guten Morgen Morgen Hallo Hallo, guten Morgen Einen schönen guten Morgen Die Sitzung ist eröffnet Den Weg gemacht Selbst Bayern rühmt sich jetzt dafür Dass sie eine Windkraftzahlen verdoppeln will Reicht noch nicht Aber immerhin Ich meine Das ist Bayern Das ist doch mal ein Schritt Ja, ja Wir helfen Diese ganzen Katastrophen Und die Katastrophen, die gemacht werden Zum Beispiel auch von der Presse Ich würde mir wünschen, dass mal mehr Positives gesprochen wird Denn es ist ja nicht alles so schlecht in Deutschland Und dass nicht so viel Panik gemacht wird Und dass wir nicht ewig unsere Nachbarn kritisieren Sondern ein bisschen mehr selber aktiv werden Vor allen Dingen unsere Politiker Ich glaube, wir sind überhaupt nicht beliebt Bei unseren Nachbarländern im Moment Und ich würde mir wünschen Unsere Politiker wären ein bisschen freundlicher Lockerer Und würden auch mit uns mal ein bisschen lockerer umgehen Und ihre Arbeit machen Bin ich dagegen Alles mal ein bisschen lockerer hier Bin ich dagegen Ich bin dagegen Positive Nachrichten, oder was? Ich bin dagegen Nein, Koba hat recht Alles mal ein bisschen liebevoller machen Insbesondere der Umgang mit unseren Nachbarn Schließlich haben wir ziemlich viele Wie viele Nachbarn haben wir? Sieben, acht, neun Ich weiß es nicht Ich habe es nicht auswendig Du meinst jetzt das deutsche Deutschland? Damit Deutschland bleibt Müssen wir uns verstehen Deutschland Deutschland in den aktuellen Grenzen Sonst kostet uns das ganz schön 45 Euro bei den Schnitt Ja, weißt du wie viele Oder guck doch mal schnell Wie viele Nachbarn es sind Hans, flüstert doch an deinem Mikrofon Was ist hier los? Hans, bist du nicht mehr so schlagfähig? Erzähl doch einfach mal nach, Hans Ich kann Polen, Tschechien, Österreich Schweiz Frankreich, Belgien, Holland Ja Dänemark Luxemburg Luxemburg Sind wir Hast du mitgezählt? Nö Gut, dann Zurück auf los Ja Guten Morgen Morgen Du musst jetzt mal unsere Hymne spielen Für unseren bald kranken Hymne ist Wieso muss ich sie suchen? Ach hier Okay Hymne läuft Also Hans verabschiedet sich morgen in den Krankenstand Ich war jetzt die letzte Woche krank Das ist doch eine gute Staffelübergabe Ja Das stimmt Ich nehme eine vorweihnachtliche Auszeit Schöner zur Operation, ne? Ja, am Knie Mensch, Hans Nein, man kann das ja Selbst das Knie wird noch gerichtet Ja, ich gebe jetzt persönliche Daten preis Mein eines Knie wird rund erneuert Ähm Ja Damit ich dann wieder Damit ich dann wieder fröhlich durchs Leben hüpfen kann Ist ja gut, ob das vom Skifahren ist Ähm Man weiß es nicht Es ist Es kommt vom Leben Ich bin ja Kinder Ich bin doppelt so alt wie ihr Zumindest wie Thilo Ja Und da musst du ein Knie Muss du ein Knie viel tragen Ja, die jungen Leute machen heute verrückteste Sachen Ähm Du auch Ja Es kommt vom Skaten Natürlich Ja Naja, ich hab Also Skifahren Alpines Skifahren Gehört ja zu diesen Besonders nachhaltigen Und umweltfreundlichen Dingen Und das hab ich über 65 Jahre relativ aktiv gemacht Und das Knie ist ja eigentlich eine Fehlkonstruktion Wenn man sich das so biomechanisch anguckt Glaube ich nicht Das ist Gotteslästerung vor allem, was du hier machst Ja Wenn Gott Wenn Gott das nicht gefallen wird Dann wird er irgendwas schief gehen lassen Bei der Operation Was ich aber nicht hoffe So Können wir jetzt über andere Dinge reden Welche denn Reichsbürger Artensterben Oh ja F-35 Flugzeuge Also ist das nicht Ist das nicht dasselbe Reichsbürger und Artensterben in gewisser Weise Du weißt Du weißt Du weißt weil nur noch 35 übrig waren oder so 2.50 Ja ne Die Reichsbürger Finden ja irgendwie Dass die ja eine Art Nämlich die deutsche Art Weggestorben wird Und das Wollen sie nicht akzeptieren Wollt ihr jetzt Wollt ihr jetzt gleich mit dem Höhepunkt anfangen Nein Ich dachte wir Ich dachte wir machen jetzt erstmal gemächlich Hier Ich kann ja mal zeigen Was ich gestern Beim Kirchensonntag Beim ZDF entdeckt hab Und da ich ja jetzt Ich bin ja jetzt nicht westlich geprägt Warte mal gestern am Kirchensonntag Und Hans ist ja Wie hoch war dein Fieber Thilo Ja genau Und Hans ist ja Sohn einer Oder kommt aus einer religiösen Familie Aus einer Pastorenfamilie Hans ordne uns das doch mal ein hier Oh ja Gaudete Freut euch Bei uns ist es Tradition Dass man auf dem Adventsmarkt Eine Knackershemmel mit allem ist Mit allem bedeutet in diesem Fall In der Semmel befindet sich Eine Knacker, süßer und scharfer Senf Meerrettich und Essiggurken Mit allem kann aber auch Über unserem Gottesdienst stehen Denn alles was uns bewegt Hat hier seinen Platz Die Tränen des Meerrettichs Die Süße Aber auch die Schärfe des Senfs Und die Säure der Essiggurken Eben all das Was uns bewegt Also Auf geht's Kommen Sie mit herein Und feiern Sie mit uns Den Gaudete-Sonntag Ja Also das war ein Pastor Aus dem Fränkischen So was kann man Ja das Das ist eine spezielle Sorte von Dialekt Und manchmal Es ist auch eine Eigenwillige Art Des Denkens Dahinter Und Der Sorte Sonnenbrille Für so einen Pastor Ich wollte gerade sagen Der Typ mit einer Sonnenbrille Sieht aus wie Mafiosi Ja Man soll nicht Man soll nicht Über Franken Spotten Sondern Ich meine auch der Nein Was denn sonst Man soll Zum Beispiel Der aktuelle Bayerische Ministerpräsident Ist selbst Franke Hört man auch Seinem Dialekt an Also Nürnberg Die sprechen das noch anders aus Und Umgebung Das ist ein eigenwilliger Volksstamm Die Wenn man die als Bayern bezeichnet Sind sie damit auch nicht immer Sehr zufrieden Sondern wollen das höchstens Politisch gelten Aber landsmannschaftlich Bezeichnen sie sich selbst Überwiegend lieber als Ihr wisst ja Wie das In der Bunden machen Weil hier liest ja auch Übermedien Wo sie sich drüber lustig machen Seht ihr die Frau Neben ihm Die sich dem Bauch hält Versteckt sie da Ein süßes Geheimnis Aber der Typ rechts auch Versteckt ja auch Ein süßes Geheimnis Die haben vielleicht Schokolade Beide gegessen Die schon abgelaufen waren Wer weiß Genau Danach sieht es doch aus Sehr gutes Thema So sind sie Die Süden Die Südländer Der Haar in Orange hat Finde ich Äh in Orange Der Herrn Violett Hat eine Gewisse Physiognomische Ähnlichkeit Mit dem Oppositionsführer Findet ihr nicht Im Bundestag Bisschen Könnte sein Unehelicher Sohn Sein zweiter Sohn sein Bisschen Angemerzt Merz Hat doch sowas Merzhaftes Das ist der Bruder von Carsten Lindemann Ah Verstehst du Wenn du meinst Gut Ja Hast du was lustiges Zum Einstieg Stefan Ja Wir haben uns doch Immer gefragt Wo sind diese Jungen Leute Die jetzt alle In den Bundestag Gezogen sind Wir hören uns erstmal Alle da ab Wo wir stehen Nämlich hier Das RKI schätzt Dass aktuell Circa neuneinhalb Millionen Menschen An Atemwegserkrankungen Leiden Das sind tatsächlich Sehr viele Mehr als man sonst Auf dem Höhepunkt Schwerer Grippewellen Zählt Neun Millionen Das sind ja mehr Als zehn Prozent Aber ich glaube Das stimmt Mit meiner gefühlten Empirie Überein irgendwie Ja Ja Alle sind Krank Würde ich Bestätigen Ich hatte am Freitag Das Vergnügen Eine Tagestour Im Zug zu unternehmen Hin und zurück So in der Summe Ungefähr sieben Stunden Und insgesamt Vier Züge Benutzt Und es hörte sich Alle waren Schnief- und Rotztransporte Das ist dieses Jetzt wo die Maskenpflicht So langsam aussortiert wird In einigen Bundesländern Werden wir sofort Auf dieses asiatische Mach's freiwillig Wenn du hustest Schütze die anderen Mit einer Maske Sei höflich Wenn wir da so ein bisschen Reingenatscht Ja Ne ich hab Ich hab auch Obwohl Ich dachte Ich hatte vorher Auch nicht Mal gucken Ich hab die Maske Vom ersten Bis zum letzten Fahrkilometer Drauf gehabt Besser ist Besser ist Ich hatte jetzt ja Am Wochenende Zur Vorbereitung Und als ich dann Wieder in der Lage war Mir Sachen anzugucken Ich hab ja einen ganzen Monat Einfach mal am Stück Die Regionalmagazine geguckt Und wenn du das so Chronologisch mal durchguckst Ist es ganz interessant Da doppeln sich ja wieder Themen Und dann kommen sie immer wieder Und so vor einem Monat War es mal so Ja jetzt ist gerade Jeder zwanzigste krank Eine Woche später Ja jetzt ist Schon jeder Fünfzehnte krank Und letzte Woche war Jetzt ist jeder Zehnte krank Ja Ich hab nur Angst Dass es jetzt Nächste Woche so Ja jetzt ist schon Jeder fünfte krank Aber ich glaub So schlimm wird es nicht Solange es nicht tödlich ist Ist alles okay Können ja alle mal wieder Untergeholt werden Auf dem Boden der Tatsachen Dass es hier Krankheiten gibt Ja Also ich hab ein kleines Thema Zum Warm-up Es handelt sich um Unsere Neuen im Bundestag Wir hören mal kurz Aline Aboud Wie sie es anmoderiert Eine Fortschrittskoalition Wollten sie sein Gaben sich entschlossen Und zupackend Hier hat das noch Ganz gut geklappt Aber im ersten Jahr Der Zusammenarbeit Haben sich die Regierungspartner Immer mal wieder Doch so sehr behakt Dass der Fortschritt Zum Erliegen kam Und man sich gegenseitig blockierte Unter die Führung von dem Mann Der sie versprochen hatte Wurde auch manchmal vermisst Gabor Hallers Hat junge Abgeordnete gefragt Wie zufrieden Sie mit den Fortschritten Ihrer Ampelminister sind Die Bilanz Nach einem Jahr Am Regierungstisch Und wir wissen ja noch Wie es los ging 48 Jusos Robin Alexander Ganz aus dem Häuschen Die können ja den Olaf Schachmatt setzen Das sind ja die Stimmen Über den Durst Und so Das sind unsere Joe Manchins Die hier alles blockieren Und sich für die Jugend einsetzen Jetzt hören wir drei Wir waren naif Wir waren naif Ja Wir fangen an Bei Muhannad Al-Halak Von der FDP Er ist immer noch Ein großer Fan der Ampel Auch wenn es manchmal holprig ist Und da gibt es natürlich Verschiedene Meinungen Aber uns ist es wirklich wichtig Dass man intern Sachen diskutiert Vielleicht auch streitet Aber wirklich nur intern Und außen Einheitlich Durch eine Art Stärke Auch nach außen Sich positioniert Und genau das Will auch Derjenige Der uns auch gewählt hat Der Johannes Vogel Darf sich gern mit dem Wissing streiten Aber nur im Kern Darüber hinaus Bitte alle Entpolitisieren Aber entschuldigung Hat er eben gesagt Derjenige Der uns gewählt hat Ja Der Wähler Das ist eine Partei Die nur Achso Das weißt du doch Die FDPler werden Ja das Nein Derjenige Das ist ja Einzahl Es ist eine sehr Es ist auf jeden Fall Eine sehr lustige Formulierung Außen sich positioniert Der Christian hat die alle ausgewählt Alle Nein es gibt ja Derjenige Ist ja nur Kann ja nur einer sein Na warte Pass auf Genau das Will auch Derjenige Der uns auch gewählt hat Derjenige Derjenige Gott Also Die Partei Die uns tatsächlich Immer das Individuum verkauft Stellt uns Das Volk hier gerade Im Singular da So ist es Das ist natürlich sehr gut Sehr gut beobachtet Hans Der Erfolg Die FDP mal wieder Auf Zack Jetzt Rasha Nasr Von der SPD Übrigens Moanad Kommt am Freitag Zu Jung und Naiv Oh Na dann Frag ich mal Was im Kern so los ist Und warum wir das alles Nicht erfahren Ja Man könnte sagen Er ist derjenige Der am Freitag Zu Jung und Naiv Kommt richtig Maybe Er sind die vielen Die kommen Wenn dann musst du Schon umdrehen Frag ich noch Ob er zum Kern gehört Und warum Das so exklusiv ist Da Wir würden ja auch Alle gern zum Kern gehören Okay Rasha Nasr Aus der SPD Das war Keine Schöne Ankündigung Ja Sie redet über Die 100 Milliarden Kommst als junger Mann Oder junge Frau Willst dir irgendwas bewegen Plötzlich 100 Milliarden Weggeblockt Für die Panzer Das war Keine schöne Ankündigung Macht oder Hans Ja Die schwerste Entscheidung Das an den Tagesthemen Das war über 50 Jahre Schäuble im Bundestag Nein Schäuble war im Studio Schäuble war Genau Schäuble über 50 Jahre Schäuble im Bundestag So rum jetzt richtig Und Schäuble Und Schäuble, der ja nicht unbedingt freundlich mit allem, was nicht CDU ist, umgeht, der hat gesagt, naja, das womit diese neue, neu gewählte Koalition die Ampel sich auseinanderzusetzen hatte, Ukraine Krieg, die anderen Krisen, die Nachfolgelasten von Ukraine, da sagt er, es hat praktisch keine Bundesregierung vorher gegeben, die als neue in Deutschland mit einem derartigen, mit einer derartigen Problemlawine zu kämpfen, mit einer derartigen Problemlawine zu kämpfen hatte. Und er sagte, das wünscht man ja noch nicht mal einem politischen Gegner. Und ich finde, das war schon eine korrekte Beschreibung. Ich glaube, es gab überhaupt keine Bundesregierung vorher, die beim Amtsantritt auf einmal von so einer Problemlawine überrollt wurde. Das ist eben wirklich einfach eine andere Realität als das, was die sich alle bei der Wahl vorgestellt haben. Das stimmt einerseits. Auf der anderen Seite sind ja Krisen auch dornige Chancen, wie unser bester Finanzminister aller Zeiten sagt. Man kann also Krisen auch nutzen und Chancen ergreifen. Und gerade deshalb ist diese neue Generation der Bundestag. Also für mich, ich bin jetzt fast zehn Jahre dabei. Die enttäuschendste junge Generation aus Grünen und Sozis, Jusos, die ich je gesehen habe. Also ich habe noch nie so angepasste MdBs gesehen wie diese. Hans, wir hatten es letzte Woche. Ich habe noch nie so jemanden nicht gesehen. Ich sehe niemanden. Ich sehe nicht mal angepasste. Ich sehe einfach gar nichts. Hans, wir haben jetzt seit über einem Jahr bei Jungen Naiv diese jungen Leute ein- und ausgehen sehen. Das ist immer dasselbe. Und wenn ich jetzt gerade wieder rascher gehört habe, die haben alle dasselbe Narrativ. Und darum geht es mir auf den Sack. Und darum halte ich es langsam als, weil sie alle dasselbe sagen, für eine Lüge, dass sie Bauchschmerzen. Im Grunde sagen sie alle dasselbe. Ja, wir mussten das jetzt machen, aber das hat weh getan. Bitte versteht uns doch. Ja. Ja. Es ist alles dasselbe. Und das Ding ist, sie machen überall mit. Sie enthalten sich nicht. Sie nutzen nicht ihre Macht. Ich meine, die hätten eine Sperrminorität. Also, wie man das jetzt nennen will. Die könnten wie ihre 100 Stimmen zusammennehmen und sagen, liebe Ampel, ist ja schön und gut, was ihr hier mit eurer Macht wieder machen wollt. Wir sagen nein. Ja. Wir machen das so. Und das machen sie nicht. Und das ist so doof. Nein. Und diesen alternativen Plan, dieses Wir machen so, gibt es im Moment einfach nicht. Und das hat tatsächlich was mit der Realität zu tun. Wir haben ja gelegentlich an anderer Stelle auch schon mal über britische Kriegswirtschaft und so weiter geredet. Das ist im Grunde Kriegspolitik, unter denen die entscheiden sollen. Und das überfordert im Moment eindeutig diese junge Generation. Deswegen halte ich das überhaupt nicht für eine Lüge, sondern sie werden überrollt von einer Realität, auf die sie überhaupt nicht vorbereitet sind. Widerspruch? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, deswegen für mich wird interessant, wie sieht die Lage am Ende dieser Legislaturperiode aus? Ich übe leichten Widerspruch. Zum einen finde ich, Thomas de Maizière hat sich ja bei Lanz mit dem Spruch verabschiedet. Lanz ihn fragte, was raten Sie der jungen Generation? Also, Krise soll auch Spaß machen. Das war sehr mutig, von ihm das zu sagen, weil es stimmt. Und ich leide ein bisschen darunter, dass der Einzige, der gerade Spaß hat, Christian Lindner ist, weil ihm alles scheißegal ist. Er weiß, fünf Prozent, naja gut, ich bin ja versorgt und kann hier nochmal ordentlich abzocken. Und was mich insbesondere nervt, ist dieser Tenor, den auch du jetzt gerade, Hans, gemacht hast. Nee, jetzt können wir die großen Sprünge gar nicht machen, weil es ist ja gerade Krise. Und ich sage, nein, genau im Gegenteil. Gerade weil jetzt Krise ist, müssen wir jetzt den großen Sozialstaatssprung machen und so weiter. So wie Maurice Höfgen einfach sagt, Leute, nee, hier so ein Tropfen und da ein Tropfen und da nochmal eine Heizkostenpauschale, sondern jetzt haut doch mal die Billionen raus. Wo ist das Problem? Wir sind mit 70 Prozent oder so verschuldet, wir haben doch Spielraum. Es gibt jetzt neue Verschuldungsregeln. Die ganze Europäische Union rippelt bei 68 Prozent, Schulden stand rum, Amerika bei 120, Japan bei 250. Niemand stürzt. Wir haben noch so viele Billionen, ob wir einfach raushauen können. Ja, niemand stürzt, dass die Türkei 20 Prozent Inflation hat und mehr. Also… Das hat doch damit nichts zu tun. Doch. Schulden machen hat was mit Inflation zu tun, Hans? Ja. Wo was? Oh Gott. Ja, ja. Ja, wir haben da einfach, wir sind da, nein, wir sind da unterschiedlicher Auffassung, wobei auch die Freunde der MMT… Das ist keine Auffassungsfrage. Das ist eine Auffassungsfrage, wobei auch die Freunde der MMT sagen, das Problem sei nicht, das Geld, ich sag's mal so, zu drucken, sondern auszugeben. Sie sagen selbst, dass das ungezügelte Ausgeben des Geldes, also die Vermehrung der Geldmangel, dass die selbstverständlich ein Inflationstreiber ist. Das sagen auch die MMT-Freunde selbst. Das heißt… Also wer was gegen Inflation tun will, muss einfach nur die Mieten deckeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was gegen Inflation zu tun. Aber wenn etwas Inflation fördert, dann gehört die unbegrenzte Geldmengenvermehrung, die ist sicherlich ein Inflationstreiber. Ja, aber das habe ich doch im Buch geschrieben. Die letzten zehn Jahre war die Inflation so irgendwo bei null oder sogar minus von der Deflation und die Geldmenge wurde jedes Jahr erhöht und rasante Beträge. Das ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich dieser Effekt das irgendwie einholt oder so, sondern nee, 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 diesen Zusammenhang… Geldmengenausweitung hat nichts mit der Inflation zu tun. Doch. Das hat uns doch… Hans, Isabel Schnabel, du hast Isabel Schnabel selbst diese Frage gestellt und sie hat selbst gesagt, mhm, mhm. Nein, der Punkt ist nochmal, die Geldmengenausweitung ist… Nächste Woche beim Wirtschaftsbriefing. Ja. Maurice dekonstruiert Hans. Maurice erklärt uns nochmal, es haben noch nicht alle verstanden. Ja, ja, ja. Das ist unglaublich. Okay, jetzt kommt aber noch eine kritische, selbstkritische Stimmung. Aber bei den Jungen, das Problem sind ja nicht die Jungen, sondern diese Jungen im Bundestag. Die sind, also ich finde, die sind halt teilweise naiv, das sind oft Selbstdarsteller, das sind unpolitische Leute. Also die, die sitzen, die sind theoretisch nicht geschult. Also es gibt ja, ich gebe ja mal so die Emilia Festes und so weiter, das sind einfach nur so Instagram-Politikerinnen. Ähm, aber die, die sind irgendwie nicht Macht, also die wissen nicht, wie Macht funktioniert. Also das, was ich in Amerika sehe, diese Oma Ihans und EOCs und so weiter, die kommen da rein, sind im selben Alter und wissen, wie das Spiel funktioniert. Wie das Machtspiel funktioniert. Ich sag mal so. An welchen Knöpfen man drücken muss, um zu bekommen, was man haben möchte. Man bekommt nicht alles, aber man kann eine entscheidende Rolle spielen. Und diese entscheidende Rolle, diese Macht, die diese jungen Leute haben, die verweigern sie sich selbst. Also es gibt so ein paar, die so ein bisschen wissen, wie der Hase läuft, die sieht man dann nicht bei Instagram. Die, die man bei Instagram sieht, das ist ganz schlimm. Und da gehört Raja Nazar hier ganz vorne hin, dieses Rumgetanze und dann nochmal Gezeige, was man alles gemacht hat. Und dann wird nochmal genau das von Maurice Höfgen, wir gucken mal, was so alles halbgar ist, aufgezählt. Das ist tatsächlich alles blöd. Und naja, da muss man leider schon mehr als die Hälfte der 48 Leute da mit runterzoomieren. Jetzt von den Grünen, Nikas Lavik. Sagen wir mal so, zumindest semantisch ist hier ein bisschen Selbstkritik noch zu finden. Das Regierungshandeln stellt meine Ideale auf die Probe, weil ich weiß, dass die Klimakrise physikalische Realität ist. Und Physik und Emissionsminderung eigentlich nicht mit einem verhandelt. Aber wenn man sich nur daran aufhängt, dann verzweifelt man. Ja, also hängt sich noch etwas anderem auf. Aber immerhin. Sie erkennt zumindest das große Thema noch an. Hans, war das früher auch so, dass die jungen Leute in den Bundestag kommen und dann auch noch so, ach ja, man muss halt mitmachen, tut halt weh. Es gab jedenfalls in der Zeit, die ich politisch miterlebt habe, und das sind jetzt ungefähr 60 Jahre, es gab einfach gar keine vergleichbare Situation. Deswegen zu sagen, war das früher auch so, das ist einfach unredlich. Weil es gab diese Situation vorher nicht. Ja, aber dann brauchen wir, aber nach der Logik brauchen wir keine jungen Leute, den Bundestag, wenn die Situation alles bestimmt. Doch, doch. Wir brauchen natürlich die jungen Leute, das ist doch völlig klar. Ja, deswegen habe ich ja eben gesagt, wenn du dich erinnerst, für mich wird interessant sein, wie ist die Situation, was passiert am Ende dieser Legislaturperiode. Dass aber diejenige, die sozusagen, also vergleichs mal mit einem Fußballspieler, Thilo, wenn ein junges Talent in einen Verein kommt mit, sagen wir mal 16, 17, talentierter Fußballer, und dann wird auf einmal die ersten zehn Spiele, wo dieses junge Talent reingeschmissen wird, ist Champions League, ja, dass der junges, großes Talent hin und her vermutlich überrollt wird und völlig überfordert ist mit dem, was da passiert, ist doch logisch. Und das ist in der Politik nicht anders. Ja, aber es gibt auch Menschen in Deutschland, die politische Jamal Musialas sind, da reinkommen und alle austanzen können, wo sind die? Ja, wie viele Jamal Musialas gibt es? Ich bin mir sicher, dass von hundert jungen Leuten im Bundestag bestimmt ein oder zwei oder drei oder vier richtig geile politische Köpfe sind. Ja, glaube ich auch, hoffe ich zumindest auch. Ich habe sie noch nicht gefunden. Nein, die müssen sich, auch die müssen sich erstmal und deswegen nochmal, nach einem Jahr, das erste Jahr Amtszeit für Neulinge unter politischen Bedingungen, die es so nie vorher im deutschen, im westdeutschen Politikbetrieb gegeben hat, das ist einfach ein ganz anderer Maßstab. Da kann man nicht so tun, das vergleichen wir jetzt mal mit dem, was vor vier oder acht oder zwölf oder sechzehn Jahren gewesen war. Aber du kannst aber auch nicht sagen, dass wir jetzt alles nicht mehr miteinander vergleichen können. Man kann es miteinander vergleichen, wie du auch selber gelegentlich sagst, aber nicht gleichsetzen. Unterschiedliche Voraussetzungen bedeutet dann auch unterschiedliche Bewertungen, ja. Es ist, wenn es wirklich, es war nie so schwierig wie heute, obwohl die Notwendigkeit radikaler Reformen, gerade vor dem Hinblick von Klimakatastrophe, nie war die Notwendigkeit von radikalen Reformen und Veränderungen so groß wie heute und nie waren die Hindernisse dagegen auch so groß wie heute. Und die Beharrungskräfte. Beharrungskräfte. Und die, ja natürlich, und die Beharrungskräfte. Und darum brauchen wir die jungen Leute. Ja, und nur die, nur die jungen Leute müssen auch erstmal, und das ist jetzt dieser musialer Lernprozess, der politische, in dem die drin sind, die sehen sich jetzt einer Wand von Beharrungskräften, von Problematik gegenüber, die sie erstmal bewältigen müssen. Ja, aber ich erwarte auch, dass manche da reinkommen, die das schon erwartet haben, die das mitdenken können. Niemand hat das erwartet. Niemand hat. Es gibt trotzdem talentierte junge Leute, die trotz dessen reinkommen können und wissen, wie man es anders machen kann. Nein, die gibt es nicht. Wir sind ja in Deutschland. Ja. In Deutschland wird man ja nicht Politiker, weil man wie in Amerika plötzlich irgendwas auf einer Bühne toll gemacht hat oder irgendeinen YouTube-Kanal, sondern, nee, man ist ja schon so ein bisschen, die Ochsen-Tour hat man ja schon hinter sich. Man kommt also als Profi in den Bundestag. Auch mit 25 ist man schon über Jahre erfahrener Redner, Organisator und vor allem Manager von öffentlicher Meinung. Und zwar auf viel härterem Gebiete, nämlich in der lokalen und Kommunalpolitik, wo man es wirklich alles selber machen muss und nicht einfach der Journalist kommt und sagt, hier, die große Bühne, bitte sagen Sie einfach, nee, man muss sich das alles selbst erkämpfen. Was mir fehlt, ist zum einen, und da widerspreche ich nochmal diesem Bild des Fußballers, der als Talent und so weiter, ein Talent fällt nur dann auf, wenn er eine Mannschaft so richtig nach oben zieht, weil die Mannschaft eben nicht so gut spielt wie er selber. Das ist ja der Auswahlprozess, der auch hier vonstatten geht. Irgendwer wird in der dritten Liga plötzlich Platz drei hochgespült. Warum? Und dann sehen alle, es liegt an diesem einen Spieler. Also wegbefördert, da wo man hingehört in die Liga. Das passiert ja typischerweise mit Nachwuchspolitikern. Sie werden wegbefördert, sie lassen sich wegbefördern, sie werden delegiert, zack. Wieso fährst du nur als Delegierter auf dem Parteitag? Lass dich doch wählen. Gute Rede auf dem Parteitag gehalten, zack, gewählt worden. Wenn man im Bundestag angekommen ist aus dieser kleinen Ochsen-Tour, erwarte ich, dass man, wenn man die jungen, frischen Kommunikationsmittel, Klammer auf, Smartphone, Klammer zu und alles, was da drinsteckt, beherrscht, dass man mir mehr vermittelt als das, was die Oberen in der Partei gerade gestern verabschiedet haben. Und das ist aber das Einzige, was ich sehe. Mir wird nur von den jungen Leuten Politik verkauft. Und zwar nicht ihre eigene, sondern die Politik der anderen, denen sie gefallen wollen, um dann noch eine Liga aufzurücken. Und ich finde aber, nee, wenn man im Bundestag angekommen ist, ist man schon ganz oben. Dann ist nicht der nächste Schritt in die Regierung und ich bewerbe mich jetzt und so weiter und lecke hier die Schuhe. Sondern nee, im Bundestag angekommen muss man seine vier Jahre nutzen und dann Rambazamba. Jeder, der in der zweiten Bundesliga direkt aufgestiegen ist, weil er Meister oder Vizemeister der zweiten Liga war, in der ersten Liga kämpfen die in aller Regel gegen den Abstieg. Ja, das machen die aber nicht. Die sind Wasserträger der Sieger. Die kämpfen sozusagen vergleichbarerweise. Die kämpfen ja nicht in den Bundestag zu kommen. Nein, und sie kämpfen gegen den Abstieg oder mit der Schwierigkeit, Sachen, die sie für politisch richtig und notwendig halten, durchsetzen zu können. Ich nehme nochmal ein anderes Beispiel. Wenn ich als wirklich guter Pädagoge eine Ausbildung als Lehrer habe und bewiesen habe, ja, auch in den Referendariaten und so weiter, die es da gibt, das ist ein Typ, wo wirklich die Kids gerne lernen und so. Und dann werde ich als Lehrer eingesetzt und auf einmal komme ich, sagen wir, in eine Schule in der Ukraine, die von Raketen zerstört wird, wo Unterricht nicht stattfinden kann, wo Familienangehörige wegsterben. Was glaubst du denn, was dem Lehrertalent seine hervorragende Ausbildung an der Uni und seine tollen Erfahrungen nutzen? Nix. Beziehungsweise sind überhaupt gar kein Handwerkzeug, um diese komplett neue Situation zu bewältigen. Ich glaube, die Fallhöhe dessen, was hier im Politikbetrieb gerade auf die Jungen zukommt, die unterschätzen wir alle auch immer noch. Ich würde noch einen abschließenden Aspekt einbringen, dass gerade bei der SPD, also bei der Juso-Gruppe, das sind ja glaube ich 80 oder so, eine Rolle spielt, dass die ja sich aufgestellt haben damals zu einer Zeit, als die damit gerechnet haben, dass die SPD 10, 13, 14 Prozent bekommt. Also quasi die jungen Leute hinten auf eine Liste gekommen sind, wo keiner damit gerechnet hat, dass die reinkommen. So, ach ja, aber guck mal, wir haben junge Leute aufgestellt und junge Frauen und so weiter. Die schaffen es ja eh nicht, ist also scheißegal, wer da raufkommt. Auf einmal werden die Kanzlerpartei, auf einmal sitzen die im Bundestag und auf einmal sind da junge Leute zwar im Bundestag, aber vielleicht nicht die fähigsten. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wer auf so einer Liste landet, ist fähig. Aber ich finde, man muss immer... Aber die fähig genug, darum geht es ja gerade. Ja, aber... Ich glaube, die sind nicht mutig genug, fähig wären sie schon, aber... Also, wo sind denn dann die fähigeren, wo sind die mutigeren, wenn sie... Sie müssen ja irgendwo, wenn du sagst... In der Unternehmensberatung, haben wir da letzte Woche gerade gemerkt. Oh, oh. Unternehmensberatung, aber von welcher Art von Fähigkeit sprichst du denn dann? Es gibt genug, auch in der Bundespolitik, auch in Vorkriegszeiten, wenn man so will, gab es genug relativ erfolgreiche Unternehmer, Wirtschaftsführer, wie auch immer, die sind in die Politik gegangen, sind da krachend gescheitert, weil die Entscheidungsprozesse und Möglichkeiten, die du in privatwirtschaftlichen Unternehmen hast, sind komplett andere, als die des Politikbetriebes. Das meinte ich ja nicht, aber ich hätte mal gerne Leute, die hier ziemlich mal was riskieren und nicht überhaupt scheitern vermeiden, auf jeglicher Ebene, das, was Stefan gerade erzählt hat. Mut! Lass mal weitermachen, sonst... Oh Gott, das geht ja ganz... Wollen wir mal noch vier kleine Clips zum Militär, das wäre nicht witzig. Wir haben ja gerade die jungen Leute, die hier und so, wir mussten leider die 100 Milliarden und das ist eher die Idee. Genau. Und jetzt sind ja die 100 Milliarden stehen jetzt im Raum, wir haben uns alle so ein bisschen hypernormalisiert dran gewöhnt, okay, 100 Milliarden für die Bundeswehr, kein Problem. Jetzt kriegen wir plötzlich diese Diskussion. Ich finde, es ist gar keine politische Diskussion, es ist vor allem eine Gelegenheit für Lockheed Martin, hier nochmal Werbefläche in den Tagesthemen zu kriegen. Nach jahrelangen Schrumpf und Sparkursen soll unsere Armee jetzt wieder zur schlagkräftigen Truppe werden. Dazu gehören auch neue Kampfjets vom US-Typ F-35, die die Tornadoflotte ablösen sollen. Doch wie sich derzeit bei vielen Bundeswehrbereichen zeigt, Stichwort Munition, Wille und Wunsch sind das eine, die Umsetzung das andere. Christine Schwietzer. Die F-35, das wohl modernste Kampfflugzeug der Welt. Das Cockpit steckt voller Hightech, ein technisches Wunderwerk, in jeder Lage überlegen, schwärmt der amerikanische Hersteller und lobt die Tarnfähigkeiten der F-35. So kann der F-35 feindliche Ziele treffen, ohne jemals entdeckt zu werden. 35 dieser amerikanischen Kampfjets soll auch die Bundeswehr bekommen. Kostenpunkt etwa 10 Milliarden Euro. Ist das noch ein Zitat, das man hinnehmen darf, wenn man eine Minute lang das Flugzeug lobt und dann sagt, so jedenfalls der Hersteller? Oder hat man sich dann doch schon ein bisschen zu eigen gemacht, weil Oma Erner vielleicht nicht mehr ganz genau hinhört, achso, das waren gar nicht die Worte der Journalistin, sondern das war der Hersteller, der es sagt. Da hätte man sich durchaus mehr journalistische Distanz wünschen können. Sie wäre auch geboten und notwendig gewesen. Gerade, dass sie sagt, sie hat sich eingestiegen mit das modernste Kampfflugzeug der Welt. Also das ist von 2005. Erstens ist es, das ist falsch. Also es ist erstens von 2005 von Lockheed Martin, also der F-35. Es gibt aus China, ich glaube der Iran, die Türken haben modernere Kampfflugzeuge, auch fähigere. Und der Eurofighter, den Deutschland und Frankreich ja zusammen seit 20 Jahren entwickelt haben, der wäre noch moderner gewesen. Nein. Der wäre auch atomwaffenfähig gewesen wie Airbus. Nein. Das ist alles nachgewiesen. Nein. Das kannst du alles nachlesen. Ich habe es doch nachgelesen. Erstens, der Eurofighter wäre atomwaffenfähig weiterentwickelbar gewesen. Zurzeit ist er das nicht. Also im direkten Vergleich ist da die F-35 die modernere von dieser Fähigkeit her. Und der Eurofighter wäre überhaupt nicht als Stealth-Flugzeug nachrüstbar gewesen. Diese Fähigkeit. Nein. Chilo, weißt du denn, weißt du, wie man Stealth-Fähigkeit herstellt? Ah, Spiegel. Durch Form, nein, durch Form und Materialien. So, und das wäre beim Eurofighter einfach gar nicht drin gewesen. Okay. Technisch. Ich schlage vor. Ich werde mit dir darüber gar nicht diskutieren, weil ich weiß, dass Thomas Wiegolt es besser weiß. Ja. Und darum lassen wir es hierbei. Lassen wir doch die Wertungen. Das ist aber Quatsch zu sagen, dass F-35 das modernste Kampfflugzeug der Welt ist. Ja, genau. Ich würde sagen, Modernität ist hier eh ein ästhetischer Begriff. Ja, was ist schon modern? So im Sinne von, oh, das ist aber ein moderner Flugzeug. Mich interessiert diese Diskussion, warum plötzlich es zum einen heißt, wir müssen dieses Flugzeug kaufen und zweitens ist es wahnsinnig teuer. Wir hören mal kurz, André Wüstner vom Bundeswehrverband, der hier kurz Seilende Meinung zum F-35 abgibt. Und über die Baustellen der Bundeswehr unter der Führung von Verteidigungsministerin Lambrecht habe ich am Abend mit Oberst André Wüstner in Berlin gesprochen, dem Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbands. Guten Abend, Herr Wüstner. Guten Abend, Herr Zamperoni. Dass sich bei einem so zentralen Projekt wie der Ablösung der Tornados durch F-35 Jets jetzt schon Querelen abzeichnen sollen, ist das hausgemacht oder liegt sowas in der Natur der Sache? Naja, ich muss sagen, das hat mich schon sehr verwundert am gestrigen Tage, insbesondere, dass nicht nur die Opposition Kritik geübt hat, sondern insbesondere Haushaltspolitiker aus der Ampel selbst. Und das ist eine besondere Qualität. Ich weiß nicht, woran es mangelt, ob es Kommunikation war oder schon Vertrauen in Richtung Verteidigungsministerium. Wichtig ist, dass es gelöst wird. F-35 ist elementar, aber genauso noch weitere Vorlagen für die nächsten Tage, Funkgeräte und mehr. Die Zeitenwende muss endlich spürbar werden. Ich bin mir über diese Magie, die hier im Hintergrund läuft, immer nicht so ganz im Klaren. Also, die bestellen irgendwie amerikanische Flugzeuge, die sind elementar, man muss sie, und plötzlich kommen aber irgendwelche Haushaltspolitiker. Welche Einwände haben sie wohl? Naja, ist irgendwie zu teuer oder so. Also der Bundestag beschließt 100 Milliarden und dann kommt Lockheed Martin ein halbes Jahr später und sagt, leider ist alles teurer, als sie glauben. Wir wundern uns auch darüber. Aber es reicht leider nicht. Sie müssen jetzt noch mehr haushaltspolitische Diskussionen darüber führen, dass, ich frage mich dann irgendwann, wann ist denn mal genug? Ja, also 100 Milliarden, das ist schon eine Eins und eine Null und eine Null und noch 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 eine Null. Und dann kommt der Bundeswehrverband mit Lockheed Martin und sagt, ja, Mist, wir bräuchten nochmal eine Null und noch eine Null und noch eine Null. Ich glaube, Hans hat das jetzt mal so auf den Punkt gebracht. Also die machen eine Ankündigung einer Bestellung, ohne etwas zu bestellen, sagen, okay, so und so viel wollen wir haben. Dann wird groß angekündigt, wie viel Budget da ist. Und dann geht man in die Verhandlungen mit Lockheed Martin. Das ist immer sehr gut, finde ich. Und das beste Beispiel war ja jetzt irgendwie, es wurde ja eine Aufstellung gemacht, die Finnen zum Beispiel haben jetzt 64 F35 bestellt für die Hälfte des Wertes und wir kaufen 35 für fast das Doppelte ein. Dafür bestimmt irgendwelche Service-Verträge. Die Reifen werden aufgepumpt nach jedem Start. Ja, Munition. Munition. Ah, nächstes Thema Munition. Erstmal Munitionsgipfel machen. Ja, natürlich ist das strategisch eine Meisterleistung, zu sagen, wir bestellen erst mal und was es kostet, bestimmt nachher der Auftragnehmer. Toll. Ja, das ist schon auch ein besonderes... Ja, was ist denn dumm ist das? Es ist ein besonderes deutsches Phänomen, aber gar nicht rüstungsspezifisch. Ich sage nur Elbphilharmonie. Ja, oder Frühjahr 2021. Ich sage nur Stuttgart 21. Ja, also es ist eine... Den deutschen Staat kann man so richtig ausnehmen. Ja. So, wobei, wenn man jetzt sagt, ja, die Finnen zahlen nur die Hälfte, bei den Schweizern war es ja, sind es die Schweizer, glaube ich, so ähnlich gewesen. Da muss man dann schon, wenn man das tatsächlich seriös sich jetzt angucken will, muss man gucken, also wie sehen die Ausstattungs- und Servicepakete tatsächlich aus. Das ist, glaube ich, dann auch mehr als Reifen. Das ist ein Kampfflugzeug. Sicher, das ist ein Kampfflugzeug und das ist wie ein Auto. Du kannst ein Auto in der Basisversion kaufen und du kannst es mit allen extra... Ja, aber gibt es Atomwaffen, Aufhängungen in unterschiedlichen Ausführungen? Ähm, ich weiß nicht, ob das alleine die Aufhängungen sind, aber es gibt, ja, vielleicht solltest du darüber dann doch lieber mit jemandem mal reden, der, was ich ja auch nicht bin, im Detail sich technisch auskennt. Ähm, aber wie gesagt, beim Autokauf kannst du ein und dasselbe Modell als Basisversion, ich sage jetzt mal, für 30.000 Euro und als getunte Version für 50.000 Euro. Und dasselbe, ne, steht dasselbe Zeichen auf. 10 PS mehr für 10.000 Euro. Ja, die Deutschen wollen wieder die getunte, äh, Manta-Manta-Version. Ja, ich finde auch, äh, ja, 35 ist ihr Geld wert, die geht ja vorher nochmal bei AMG in die Garage. Ja, genau. Da kommt sie doppelt durchschnittlich raus. Es ist eine, es ist eine Beschaffungslogik, da sind wir uns ja, äh, völlig bei. Ah, apropos Beschaffungslogik. Es ist eine, es ist eine Beschaffungslogik, die am Ende die Preisgestaltung in die Hände des Verkäufers gibt. Ja, machen wir ein kleines Quiz. Und das ist das, das ist die prinzipielle, äh, äh, fehlerhafte Struktur. Das ist der Punkt. Beschaffungslogik-Quiz. Moment, Moment, Moment. Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer. Hans Jessen und Thilo Jung. Okay, ihr beide dürft jetzt raten, jeder darf einen Tipp abgeben, bitte unterschiedlich, damit es auch einen Sieger gibt am Ende. Ihr müsst also schnell entscheiden, wer zuerst gerufen hat, hat gewonnen dann wahrscheinlich. Was lässt sich, nachdem die Bundeswehr es bestellte, schneller liefern? Ein F-35-Kampfflugzeug mit rosa Atomwaffenaufhängung und Special Cockpit irgendwas, Sitzheizung oder eine Socke für die Soldaten? Die F-35. Mhm. Thilo ist also für die Socke. Thilo glaubt, du glaubst, Thilo, also, dass die Socke schneller geliefert wird. Dann überprüfen wir das mal. Man könnte fast sagen, warme Worte statt warmer Wäsche. Denn die fehlt der Truppe immer noch. Das soll sich nun ändern, davon überzeugt sich die Verteidigungsministerin in dieser Woche. Schon in drei Jahren sollen alle Soldatinnen und Soldaten mit Ausrüstung wie dieser versorgt sein. Das klingt wenig ambitioniert, ist aber tatsächlich ein Erfolg von Lambrecht. Denn die lang ersehnten Schuhe, Westen und Unterhosen sollten eigentlich erst im Jahr 2031 bei der Bundeswehr ankommen. Die erste Einheit, die damit voll ausgestattet wird, wird eine Brigade sein. Im nächsten Jahr, im Februar wird es soweit sein. Und dann wird es peu à peu dazu kommen, dass alle unsere Soldatinnen und Soldaten die entsprechende Ausstattung bekommen. Die Lager für Bekleidung füllen sich langsam wieder. Doch die Probleme für Lambrecht werden nicht kleiner. Ich fasse kurz zusammen für, falls nicht alle Bundeswehr und Idioten Deutsch verstehen. Wir haben 100 Milliarden Zusatz, Verteidigungshaushalt verabschiedet, vor einem halben Jahr. Was bedeutet, Lambrecht verkündet ihren ersten Erfolg? Die Socken werden nicht erst in acht Jahren geliefert, neun, sondern schon in drei. Dafür bitte ein Applaus. Es ist grandios. Das erinnert mich so ein bisschen an Operation Barbarossa. Hitler schickt die Wehrmacht gen Osten und hat dann vergessen, ihnen Winterkleidung mitzugeben. Ja, es ist einfach, ich verstehe das alles nicht. 100 Milliarden Zeitenwende. Also sie haben sich sehr schwer getan, die jungen Politiker, ne? Alle wahrscheinlich. Das war wirklich eine ganz schwere Entscheidung. Und so langsam will man doch mal was sehen, oder? Ja, das Problem ist doch, dass sie die Strukturen nicht ändern. Also, dass die ganze Beschaffung, das Beschaffungswesen, alles gleich bleibt. Also, Hans hat ja immer im Faible in der BBK zu fragen, was ist denn jetzt hier mit den Strukturen? Und da hat ja in den letzten Jahrzehnten nicht so gut geklappt. Nö. Wovon reden sie? Nö, nö. Das geht alles weiter so. Habt ihr mal gefragt, also wie kann es denn sein, dass eine Klamottenbestellung neun Jahre braucht bis zur Lieferung? Neun Jahre. Das sind drei Soldatengenerationen. Ich habe eine Theorie. Ich habe eine These, nicht Theorie. Eine These. Die Bundeswehr hat ja sozusagen auch fusioniert mit Teilen der ehemaligen NVA. Und wenn man bedenkt, wie lange es in der DDR gedauert hat, von der Bestellung eines Trabi bis zur Auslieferung. Ich glaube, es sind Menschen, die damals im Trabi-Beschaffungswesen zuständig waren. Die haben es geschafft, in das Beschaffungswesen der Bundeswehr überzuwechseln. Und das zeigt sich... Also, Trabi ging schneller. Das zeigt sich jetzt, naja, gut, ein bisschen Fortschritt muss schon sein. Jetzt keine Diskussion darüber, ob der Trabi oder die Trabi ist. Nein, nein, nein. Aber ich, nein, ich wollte sagen, ich habe jetzt eine Vorstellung davon, wie eigentlich das Wort Sockenschuss zustande gekommen ist. Oh ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Gut. Multipler Sockenschuss. Ja. Auf zu den lustigen Themen aus der Heimat. Oder? Ich gucke gerade mal, ob es irgendwas Anschlussfähiges gibt. Also, wir machen mal ein Thema, wo ich gestern gemerkt habe, das könnte so ein Streitthema werden. Weil Hans, ich habe ihm was gezeigt und Hans meinte so, du hast völlig, du hast keine Ahnung. Und ich meinte so, okay, wir lassen mal Stefan, Stefan darauf gucken. Und ich gucke hier, ich suche hier mal gerade den Clip. Hier. Ich lasse den mal durchlaufen, Stefan. Okay. Und der Kicker kommt am Ende. Also, irgendwann kommt die estische Ministerpräsidentin und höre genau zu, was aus dem Off gesagt wird. Ja. Hans meint, wir hören hier keinen Fehler. Doch. Ich höre es mir an. Gut. Wir hören es an. Den Personalausweis gibt es hierzulande weiter nur in Kartenformat. Eine Variante nur für Smartphone, Fehlanzeige. An den Schulen zeigte die Pandemie, vor welchen Herausforderungen der Digitalunterricht steht. Und wer hoffte, ein Rezept beim Arzt überall gleich aufs Handy zu bekommen, guckt ebenso in die Röhre. Finnland und Dänemark führen bei der Digitalisierung. Platz 13 nur für Deutschland. Das reichste der 27 EU-Länder ist bei der Digitalisierung nur Mittelmaß. Er will das ändern. Verkehrs- und Digitalminister Wissing mit Hilfe eines Beirats, der ein Dateninstitut bilden wird. Er unterstützt die Ressource dabei, Schwerpunktvorhaben umzusetzen. Schaut uns über die Schulter. Schulter. Konstruktiv. Gibt uns Hinweise, wo wir nicht schnell genug sind und schneller werden können. Deutschland soll in die Top Ten. Doch es reibt sich noch zu sehr im Klein-Klein-Gerangel auf. Wir haben eigentlich die Digitalisierung nie wirklich zur Chefsache gemacht. Das war vielen Politikerinnen irgendwie wichtig, aber dann doch nicht so wichtig, als dass man eine richtige Strategie mal auf den Weg hätte bringen sollen. Und dann haben wir natürlich noch den Föderalismus. Das heißt, verschiedene Ebenen konkurrieren miteinander. Man konkurriert eher, als dass man kooperiert. Es gibt viele unterschiedliche Softwarelösungen. Lernen von den Besseren. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die estnische Premierministerin eingeladen. Ihr Land rangiert immerhin auf Platz 9 des Rankings. Kaya Kalas gibt praktische Tipps, beispielsweise mit der Einführung der elektronischen Identität. Scholz weiß um den Nachholbedarf nach jahrzehntelangem Schleifenlassen des digitalen Ausbaus unter der Regierung Kohl. Er lenkt den Blick auf Deutschlands neuen Weg. Ich weiß, Hans, du willst uns jetzt die Glasfaser-Geschichte erklären, aber ich finde das skandalös. Also ich, jetzt einfach nur mal, meine Intention war, ich finde, sie hat einen Fehler gemacht. Sie meinte die Ära Merkel. Ich glaube auch. Also die vergangenen 16 Jahre, Digitalausbau. Und Hans kann uns jetzt mal sagen, warum nein. Ja, einfach deswegen, weil die Ära Merkel hat das fortgesetzt. Von daher stimmt schon, sie meint auch die Ära Merkel. Angefangen hat es aber in der Ära Kohl. Es hat angefangen mit der Privatisierung der Telekom. Das war 1995 in der Ära Kohl. Und schon in den Jahren davor hat die Telekom als damals noch staatlicher Konzern mit damals Mannesmann Mobilfunk, das heißt heute Vodafone, sozusagen als Staatskonzern haben die die Digitalisierung, den Beginn der Digitalisierung in Deutschland einfach gebremst mit Unterstützung der Bundesregierung, Helmut Kohl. Und es gibt einen legendären Beweis dafür, dass die Bremse bei Kohl anfing und zu Recht seinen Namen trug. Es gab Mitte der 90er Jahre eine Fernsehsendung. Da wurde Kohl gefragt, wie das denn nun mit dem so zögerlichen Ausbau, der damals hieß das so, Datenautobahnen in Deutschland sei. Die Antwort von Kohl war, und das war kein Scherz, sondern ernst gemeint, er hat gesagt, das dürfe man ihn nicht fragen, für Straßenbau seien die Bundesländer zuständig. So, das bedeutet, es stimmt schon, die Bremse und die Verhinderung der Digitalisierung in Deutschland hat angefangen in der Ära Kohl und wurde dann in der Ära Merkel komplett vollendet. Und da sehen wir schon, es mangelt jetzt auch an Tinos Videobild. Wir werden hier komplett ausgebremst von Helmut Kohl. Ich finde aber, das so im Bericht zu machen, also es sozusagen ist, naja, schon ein bisschen absurd. Ja, es ist absurd, wobei, also es gab einen tatsächlichen Fehler im Sprecherinnentext. Sie sprach nämlich von der digitalen Identität. Und das ist natürlich Quatsch, weil es geht, wenn ich einen digitalen Personalausweis habe, das ist ein digitaler Identitätsnachweis, aber keine digitale Identität. Also das ist nur wirklich ein Fehler, den ich finde, hätte ein abnehmender Redakteur schon merken sollen. Läuft auch bei Thilo wieder. Ja, das ist Helmut Kohl. Ich hatte jetzt mit mehr Streit gerechnet. Wollen wir mal ein paar gute Nachrichten durchgehen? Ja, unbedingt, du hast ja gute Nachrichten. Also jetzt in Sachen Digitalisierung, Energiewende. Also ich habe viele traurige Sachen heute. Also vielleicht lag es daran, dass ich erst krank war und einfach so ein bisschen depressiv. Das ist sehr selektiv gehört, ja. Es kann sein, aber ich bin jetzt mal gespannt, weil das war mir völlig neu. Wir gehen mal in den Norden und ich bin gespannt, was Stefan dazu sagt. Ich liebe den Norden. Die Züge. Die Züge, da steht eine Revolution an. Hör mal zu. Zum ersten Mal rollt in Rostock eine batteriebetriebene Bahn ein. Es ist noch ein Testzug. In ein paar Jahren sollen 14 dieser Fahrzeuge auf zwei Strecken in Mecklenburg-Vorpommern zum Einsatz kommen. Für die Deutsche Bahn ist es ein Schritt in Richtung emissionsfreien Schienenverkehr. Bis 2040 will das Unternehmen komplett klimaneutral sein. Das Besondere an dem Zug ist, wir können Strecken, die bisher mit Diesel befahren werden, mit Elektrofahrzeugen jetzt befahren, ohne dass wir eine Oberleitung spannen müssen. Und das kann dieser Zug. Der lädt nämlich unterwegs auf, durchs Bremsen und auch an den Stellen, wo er Oberleitung trifft. Und dann kann er 80, 100 oder mehr Kilometer ohne Oberleitung fahren. Strom für die Batterie gibt es an Bahnhöfen wie Rostock oder Wismar, wo genügend Oberleitungen vorhanden sind. Gebaut werden die Züge von einem Schweizer Unternehmen. Im Innenraum ist von den Batterien nichts zu sehen. Sie sind unter und auf dem Zug installiert. Ja, und wiegen auch nur ungefähr 100 Tonnen, sodass sich das super lohnt, die mitzuschleppen, statt eine Oberleitung bauen. Ist das überhaupt schon, ist das Technologie mit Zukunft eine Oberleitung? Hat sich das irgendwie irgendwo durchgesetzt auf der Welt? Kennt ihr irgendein Land, das das macht, Oberleitung bauen? Aber als wir vor ein paar hundert Folgen Aufwand gemacht haben, da warst du doch Fan von Oberleitung für LKWs auf Autobahnen. Ja, ich bin totaler Fan von Oberleitung. Das war gerade Ironie, falls das nicht mitgebracht hat. Ich bin ja totaler Fan von Oberleitung. Und ich finde auch, anders als eben ironisch gefragt, das ist ja eine Technologie, die hat sich bewährt und durchgesetzt. Ja. Deswegen sollten wir in Deutschland auf jeden Fall diesen tollen Sonderweg fahren, den Akku tonnenschwer mitzutransportieren. Weil das bringt eine besonders gute Wirkung. Also das ist besonders effektiv. Das Interessante ist jetzt, Hans, dass das, was ich auch als eine tolle Lösung ansehe, und Stefan das ja auch so sieht, in McPom wird das als Brückentechnologie angesehen. Hör mal zu. Bis wann? Für das Land Mecklenburg-Vorpommern seien die Batteriezüge eine attraktive Brückentechnologie. Es ist ganz wichtig, an den Klimawandel zu denken, klimaneutral zu sein. Das ist unser großes Ziel. Und deswegen hier ein batterieelektrisches Fahrzeug. Das ist ein klimaneutraler Antrieb. Aber dabei soll es nicht stehen bleiben. Wir denken auch über weitere Ausschreibungen nach, zum Beispiel Wasserstofffahrzeuge. Also supergeil ist, einen Elektromotor zu haben und den live zu versorgen. Was nicht so cool ist, erst eine Batterie bauen und transportieren zu müssen. Deswegen. Am besten noch mit Wasserstoff. Also dreimal so viel Energie da reinstehen. Ja, es ist wirklich. Also eigentlich wäre der Wasserstoff in Sachen, also wäre jetzt eigentlich Brückentechnologie. Naja, Wasserstoff, du hast ja zumindest in so einem Zug Stauraum für Wasserstoff. Und Wasserstoff lässt sich auch noch ein bisschen leichter speichern für diesen Nutzung, als jetzt so eine Batterie, so tonnenschwer. Ja, das ist doch dann im Auto wiederum, glaube ich, hat sich auch durchgesetzt soweit. Bei der Größenordnung. Aber einen ganzen Zug mit einer Batterie. Na gut, er hat jetzt gesagt, 80 Kilometer, wahrscheinlich wird es nicht so eine Megabitabatterie sein. Aber trotzdem. Das ist doch, als Elon Musk anfing zu sagen, ey, ich mache jetzt elektrische LKW. Und alle so, oh genau, wir bauen jetzt eine 10 Tonnen Batterie in den LKW mit ein und schleppen die die ganze Zeit mit. Das ist doch Quatsch. Und das ist hier auch Quatsch. Ja, es ist am Ende, es ist sowohl ein Stück weit Quatsch, ja, ist richtig. Es ist aber am Ende auch eine Kostenfrage. Also zum Beispiel auch die Oberleitungs-LKW, wenn man Autobahnen flächendeckend oder durchgehend mit Oberleitungen hat, die müssen ja auch Hybrid sein, entweder Hybridverbrenner oder Hybrid dann sozusagen mit Batterie. Weil sie müssen dann ja von der Autobahn auch mal wieder runter und durch Orte fahren und so weiter. Also sie müssen auch überbrücken können. Das heißt, die haben auch eine doppelte Antriebsform. Und das gilt natürlich als Prinzip hier auch. Deswegen, ich würde mal sagen, man muss dann schon gucken, was würde es kosten. Doppelt? Also im Zug ist auch noch ein Verbrenner drin oder was? Nein, 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 nein. Es gibt zwei Antriebs- oder zwei Energiequellen für den Antrieb. Einmal den Strombügel, den Direktabnehmer, wenn da eine Oberleitung ist beim LKW. Aber wenn der LKW von der Autobahn runter ist und dann an der Abfahrt die Oberleitung aufhört, dann muss er sich auch irgendwie fortbewegen können. Dann hat er entweder eine Batterie, die ihn 20, 30 Kilometer bringt oder einen Verbrenner, eins von beiden. Ja, aber das Tolle ist ja, beim E-Auto geht es ja nur um den Akku, der noch die letzte große Diskussion. Ja, ist ja richtig. Der Motor selbst, den kannst du ja am Rad einbauen, da reicht ja die Spulengröße. Ja, ja, natürlich. Deswegen sage ich ja, es geht um den Energiespeicher, den du dann brauchst, wenn du keine direkte Energiezufuhr hast. Und deswegen ist jetzt hier bei dieser Sache, ja, man kann sagen, es ist doch Quatsch, da die teuren Batterien, schweren Batterien einzubauen, macht lieber überall Oberleitungen. Dann muss man aber schon gucken, A, wie lange dauert Oberleitungsausbau und B, wie ist der Kostenfaktor da? Gerade in Deutschland. Wir sind wieder auf der Zeitschiene. Ja, Oberleitungen schon vor 100 Jahren gebaut und da ging das auch irgendwie. Ja. Ich bin dafür, Züge mit Total-Solardächern auszustatten, oben kleine Windräder raufzubauen, die den Fahrtwind mitnehmen, daraus Energie machen und innen drin sitzen die Menschen auf Fahrrädern und betreiben den Zug, dürfen dafür aber umsonst mitfahren. Ja, du solltest ein Patent darauf anwenden. Gut, wir hatten letztes Mal ja schon, hatte ich euch ja gesagt, hier die Meierwerft ist ein großer Problem, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, also das steht vor dem Aus. Der malaysische Investor hat Konkurs, beziehungsweise Insolvenz angemeldet und Disney hat ja Interesse gehabt an diesem Schiff und es ist tatsächlich so geworden, der Disney-Konzern hat die Global Dream gekauft. Hans, insgesamt hat die Global Dream bisher eine Milliarde Euro an Kosten verursacht. Da kriegt man drei F-35 für. In Deutschland. In Deutschland. Davon circa 200 Millionen Euro an Subventionen von MacPom, vom Bund und so weiter. Ihr dürft jetzt mal hier ein kleines Quiz. Was glaubt ihr denn, wie viel der Disney-Konzern für dieses Schiff jetzt bezahlt hat? Na, wenn du so fragst, 200 Millionen. Weniger. Oh Gott, nein. Händen dringend haben sie es verschenkt für einen symbolischen Euro. Nein. Nee, 100? Also wenn es weniger als 200 ist, dann ich sag 100. Und Stefan? Ich sag mal diese 200 Millionen. Gut. Und dann soll es weitergehen. In Wismar Projektleiter wird Bernhard Mayer, Eigner der Mayerwerft Papenburg. Umbau der Global Dream vom Casino zum Familienschiff, wie Disney es nennt. Ein neues Konzept muss in diesen Rumpf und ein Antrieb, der kein Schweröl verbrennt. Wir sind jetzt dazu gekommen, dass wir dieses Schiff mit Methanolantrieb sehr wahrscheinlich umrüsten werden. Das heißt, umrüsten der Motore. Wir müssen die Tanks entsprechend anpassen und viele Rohrleitungen. Und dann ist da noch der Insolvenzverwalter, der all das angeschoben hat, Christoph Morgen. Er hat die Global Dream vor der Verschrottung gerettet. Ein 1-Milliarde-Euro-Schiff, das jetzt, wie spekuliert wird, für 30 Millionen Euro auf Disney Cruise Line geht. Wir haben 10 Monate nach dem Käufer für das Schiff gesucht. Und wir haben das beste Angebot, was wir in 10 Monaten auf der ganzen Welt finden konnten, am Ende angenommen. Von daher ist es, glaube ich, auch wirtschaftlich ein gutes Angebot. Auch wenn ich den Kaufpreis wieder nennen, noch Größenordnung bestätigen kann. Die Alternative wäre gewesen, dass das Schiff in der Türkei verschrottet wird. Und das wäre bestenfalls mit einer schwarzen Null ausgegangen. Wenn es schlecht gelaufen wäre, sogar mit Verlust. Ich bin trotzdem für verschlotten jetzt. Das ist, ja. Warum? Also, noch haben wir einfach nur den Stahl gegossen und so weiter. Demnächst, wenn das jetzt für 10 Millionen gekauft wurde, fährt das ja noch. Hat Betriebskosten. Und vor allem, schön, sie machen kein Schweröl rein. Cool. Sondern jetzt Methanol. Das ist ja, also, ich bin für verschrotten. Dann kommen wir finanziell mit einer schwarzen Null raus. Aber es bringt zumindest klimatechnisch nur ungefähr eine Minus-Giga-Katastrophe. Also, im Prinzip bin ich bei Stefan, weil ich gegen Kreuzfahrten an sich bin. Und das wird auch in Zukunft, hat ja hier Ulrike Herrmann ja auch gesagt, das ist eine der ersten Sachen, die dann aufhören müssen. Aber man muss es ja nicht verschrotten. Aber wir haben ja, wenn wir nachher noch sehen, Probleme bei Unterkünften für Geflüchtete und vielen anderen. Also, dafür können wir das einsetzen. Woher wissen wir denn, dass Disney das jetzt nicht für 10 Millionen kauft, um für 20 Millionen Eintrittsgelder zu verkaufen, um das vor Publikum zu verschrotten? Und die wissen, wie die Attraktionen gehen. Ja, das wäre eine interessante Vorstellung. Ich würde mir ein Ticket holen. Wir fahren in die Türkei und sprengen es in die Luft. Ja, ja. Will nicht Christopher Nolan einen Film sehen? Der ist doch auch bei Tenet mit einem Jumbo-Jet in das Flughafengebäude echt reingefahren. Jetzt kann er hier nochmal mit so einem... Du wirst gleich auch nochmal sehen, was sie aus diesem Schiff machen wollen. Wir hören uns aber kurz mal an, wie die Schiffsbauer, also darum geht es ja am Ende, also die hiesigen Arbeitnehmer, wie die denn darauf reagiert haben. Weil die wurden informiert, sind total fröhlich, aber wissen am Ende auch nicht Bescheid, was eigentlich los ist. Heute Mittag auf dem Werftgelände. Mitarbeiter der Transfergesellschaft auf dem Weg zur Betriebsversammlung. Informationen darüber, wie es weitergeht, soll es geben. Die Stimmung danach. Hat sich gut angehört, hat sich gut angehört. Was hat sich gut angehört? Ja, das ist vielleicht doch noch, wie der losgeht hier und dann viele doch wieder in Arbeit kommen. Haben Sie gehört, wie viele? Nein, das wurde nicht gesagt. Also, gute Nachrichten, ja, ja, alles gut, alles gut. Und, was sind die Nachrichten? Ja, weiß ich nicht. Ja, alles nicht weiter. Also, ich sag mal, in Bremen habe ich ja das traurige Nichtvergnügen gehabt, das Werftensterben da 15 Jahre ab Mitte der 80er Jahre mit zu begleiten. Und das ist wirklich ein Elend für die Menschen, für die Arbeitsplatzstruktur, für die Sozialstruktur. Und da ist es in Bremen, wurde beim Werftensterben, beim Versuch, die dann zu retten, umzubauen, andere Produktionen bis hin zu Windanlagen, da wurde ganz genauso viel Geld reingesteckt oder noch mehr. Und am Ende ist trotzdem alles bis hin zu den Windmüllfabriken in Dutten gegangen und gar nichts da geblieben. Dass dann Menschen, deren, und Meierwerft ist in Papenburg sozusagen der allergrößte Arbeitnehmer, das ist eine Bedeutung wie VW in Wolfsburg, dass die sagen, wir sind froh, dass zunächst mal dieser komplette Abwrackprozess von Arbeitsplätzen und Arbeitsstruktur und Produktionsstruktur, wie wir das aus Bremen und Bremerhaven kennen, dass das vermieden ist, dass sie darüber froh sind, wenn ich da leben würde, wäre ich das bestimmt auch. Aber das Krasse ist einfach, der Staat, der deutsche Staat, das Land, Mecklenburg, man hat da hunderte Millionen an Subventionen reingesteckt, damit auch diese Arbeitsplätze erhalten bleiben. Jetzt geht das alles den Bach runter. Ein multinationaler Konzern reißt sich das für 30 Millionen unter den Nagel. Garantiert nochmal zwei Jahre Arbeit und geht dann mit dem fertigen Produkt weg. Ja, das ist die brutale Realität des internationalen Kapitalismus, wo Menschen oder Unternehmen, die es sich leisten können, aus der Konkursmasse sich für lau nochmal mehr unter den Nagel reißen. Ich möchte jetzt von euch beiden wissen, ob ihr bereit seid, dann später Urlaub zu machen auf diesem tollen Schiff, weil jetzt werdet ihr euch mal gesagt, was daraus werden soll. Da waren ja vorher zum Beispiel sechs Schornsteine geplant auf diesem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Da sollen jetzt nur noch zwei übrig bleiben. Ratet mal, was aus dem restlichen wird. Das wird eine Milliarde Euro kosten, der Umbau dieses Schiffes. So wird es dann mal aussehen. Man sieht das vielleicht nicht so ganz genau, da sind sechs Schornsteine obendrauf. Zwei werden aber nur gebraucht und vier davon werden sweeten, also Hotelsweeten. Und die sehen dann ungefähr so aus, also relativ schick, sehr, sehr teuer, so ein Umbau. Und das ganz Teure an diesem Umbau wird sein, es wird Green Methanol eingesetzt, also nicht mehr Schiffsdiesel, also ein umweltfreundlicher Treibstoff, damit dieses Schiff dann auf allen Weltmeeren angesetzt werden kann. Stefan, das buchst du jetzt schon. Wie war das nochmal, wir retten die Welt, indem wir auf Papier-Strohhalme umsteigen, ne? Nur nochmal, Kompass gerade gezogen, okay gut, alles klar. Das ist galoppierender Wahnsinn, also das kann man das doch gar nicht bezeichnen. Und weil du ja fragst, buchst du, ich war mein Leben lang kein Freund der Kreuzfahrt. Ich habe mir auch nur im Traum dran gedacht, eine zu machen. Ich würde auch keine geschenkt annehmen, weil diese Form des Urlaubmachens ist eine Perversion der reichen westlichen Luxuswohlstandsgesellschaft. Es ist wirklich, es ist eine Perversion. Aber jetzt mal wirklich gute Nachrichten. Es geht hier um erneuerbare Energien, um Windkraftausbau. Wir machen uns immer lustig, ja, Harbeck und Co., die kündigen immer alles an. Am Ende haben wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr genauso viel Zubau wie das Jahr zuvor. Was soll die Scheiße? Woran liegt das? Es sind jede Menge politische Ebenen involviert. Und eine große Hürde, stellvertretend für wahrscheinlich viele Hürden, die in vielen Bundesländern genommen wurden, ist jetzt in Meck-Pom passiert. Nämlich die Grundlage wurde geschaffen für Harbecks bundesweiten Windkraftausbau anhand der Planungsverfahren. Hört sich jetzt total technokratisch an, aber das ist wichtig, damit es jetzt in Sachen nächsten zehn Jahre Windkraftausbau weitergeht. Die Mehrheit der Mitglieder im Planungsverband West-Mecklenburg haben sich gestern Abend für ein neues Konzept entschieden. Und zwar nach den Kriterien des Landes. Das bedeutet mehr Windkraftanlagen, aber weniger Naturschutz. Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass zum Thema Energie unendlich viele andere Punkte, andere Gesetze und auch andere Wünsche, auch politische Wünsche gehören. Die haben wir aber hier nicht zu klären. Seit zehn Jahren wird im Verband über eine Regionalplanung diskutiert, also unter welchen Bedingungen Windkraftanlagen gebaut werden dürfen. Die einen wollten den Ausbau zügeln zum Schutz von Flora und Fauna, die anderen wollten ihn vorantreiben, um Klimaziele zu erreichen. In den bisherigen Entwürfen wurden 50 Windeignungsgebiete für West-Mecklenburg ausgewiesen. Nach den neuen Plänen könnten es 70 bis 90 werden. Die Entscheidung gestern eine wichtige Weichenstellung, auch von landesweiter Bedeutung. Denn nun haben die vier Planungsverbände Rostock, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern und West-Mecklenburg sogenannte Ziele in Aufstellung. Und liefern damit die Grundlage für das neue Wind-an-Land-Bundesgesetz. Diese soll den Ausbau der Windenergie vorantreiben und ab kommendem Jahr in Kraft treten. Sehr, sehr gut, weil ich habe das mitbekommen, es gab ja die Taz-Recherche, die haben einfach mal die bayerischen Windkraftplanungsverfahren auf ganz Deutschland übertragen. Und dann wäre Deutschland komplett rot, also überall. War das die Taz, die sie bei den Karten da gemacht hat? Ja. Ah ja, das war sehr eindrücklich. Also dann wäre quasi nirgends, wo es möglich ist, noch Windräder aufzustellen in Deutschland. Und Meckpom macht es genau andersrum. Es werden mehr grüne, also quasi in grünen Flächen vorgehalten. Also ist natürlich knifflig, weil so ein Windrad geht ja mit Bodenversiegelung einher und so. Aber ich glaube, das kriegt man alles hin, dieses Windrad. Ich glaube, da ist eine gute Balance zu finden irgendwie. Und warum jetzt diese Planungen und diese Planungsvorhaben wichtig sind, das ist nämlich gut für unsere Industrie. Und da sind wir wieder bei der Demografie, weil jetzt können die Handwerker und die ganzen Betriebe, die das bauen, planen. Was glauben Sie, wer sind bei uns im Land, die Gewinner und die Verlierer? Na gut, Gewinner sind ganz klar die Unternehmen der Windenergieindustrie, die sich auf eine langfristige Planungssicherheit einstellen können. Und ansonsten alle, die Energiewende was Gutes finden. Und Verlierer sind eben die, die in der Abwägung sagen, naja, ruhige Landschaften wie bisher, das wäre schon das Bessere. Okay. Alle, die ein Überleben und so weit finden, das ist eine sehr gute Klassifizierung. Es gibt dann auch die anderen noch. Hast du noch was für Energie? Ja, was mir aufgefallen ist, bei der Standortbestimmung, wo stehen wir eigentlich beim Ausbau der Windenergie in Deutschland? Naja, Spoiler ganz hinten. Griechenland. Griechenland ist beim Ausbau der erneuerbaren Energien dem Plan, dem eigenen Plan voraus. Was? Ja, Griechenland bietet jetzt Deutschland und anderen EU-Staaten an, entweder CO2-Zertifikate zu verkaufen, weil die brauchen sie ja nicht. Oder die Windenergie, also den Windstrom, der in Deutschland nicht produziert werden kann, wegen dieser bürokratischen und so weiter Verfahren. Da bietet Griechenland und sagt, das können wir euch liefern. Das heißt also, Griechenland über das, wir erinnern uns, vor ein paar Jahren noch gespottet wurde und das finanziell erdrosselt werden sollte, ist jetzt auf einmal Entwicklungshelfer für Deutschland in Sachen erneuerbare Energien. Das kann nicht sein so. Aber es ist so, aber es ist so. Ja, sehr gut. In dieser ständigen Abwägung, nicht nur Umweltschutz gegen Klimaschutz, sondern auch Umweltschutz gegen Wirtschaftskraft und so weiter, Klimaschutz gegen Wirtschaftskraft, da kann man ja das eine oder andere Argument draus ziehen. Ich bin auch sehr dafür zu sagen, der politische Befehl die letzten zehn Jahre hat nicht so richtig funktioniert, versuchen wir es mit ökonomischen Anreizen. Was im Journalismus dann immer bedeutet, okay, dann machen wir es hier mal mit großen Zahlen und Versprechen, Profite oder Warnen vor Verlusten, weil man doch in funktionstüchtiger Biosphäre dann am Ende auch kein Wirtschaftswachstum oder Umsatz mehr generiert. Man kann es aber in dieser Dimension auch übertreiben. Wir lassen uns mal von Aline Aboud hier zum Thema Artensterben anmoderieren. Bei uns wird es immer stiller, denn aus vielen Gründen nimmt die Artenvielfalt ab. Um das zu bemerken, reicht schon ein Spaziergang zur Wiese in der Nachbarschaft. Auch die Haubenlärche, die wir hier hören, gibt es immer seltener. Ja, weil ihr sie im Studio gefangen haltet, was soll das denn? Genau, wenn ihr sie alle einsammelt, um sie im Studio zu zeigen, das macht man nicht. ...zungen acht Millionen Arten. Davon ist eine Million, also jede Achte, vom Aussterben bedroht. Das Artensterben zerstört auch die Lebensgrundlage der Menschheit. Denn Ökosysteme, die fangen Nahrung, Trinkwasser und zum Beispiel Grundstoffe für Medikamente. Das hast du nicht gewusst, ne? Also Hans und Thilo und alle, die hier zuhören, das muss uns nochmal erklärt werden. Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt Logo? Ist das Kindern? Ja, ja. Also die Natur versorgt uns mit Kram. Also die Ökosysteme, die fangen Nahrung, Trinkwasser und zum Beispiel Grundstoffe für Medikamente. Ach so. Und sie regulieren das Klima. Und jetzt ist es nämlich so, wenn die Natur das nicht mehr lieferte, dann müssten wir es woanders kaufen. Und das wäre ganz schön teuer. So jedenfalls. Lieferkappenprobleme wieder. So jedenfalls diese Logik geht es hier. Sie erklären uns jetzt hier allen Ernstes, angenommen die Natur viele aus, dann käme ganz schön viel Geldbedarf auf uns zu, weil wir dann einkaufen gehen müssen, was uns die Natur so schenkt. Ich habe es jedenfalls so rausgehört, es kommen jetzt die ganz großen Zahlen. Der wirtschaftliche Wert dieser sogenannten Ökosystemleistungen ist immens. Berechnungen des Naturschutzbundes Deutschland gehen von jährlich mindestens 170 Billionen US-Dollar aus. Das zeigt, wir sollten die bedrohten Lebensräume auf der Welt besser schützen. Ob vom tropischen Korallenriff, dem Amazonas-Regenwald bis hin zur heimischen Wiese. Das ist das Quatschigste, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Wenn ich so drüber nachdenke. 170 Billionen, wie kommt man auf diese Zahl? Es ist einfach alles. Es ist einfach die Summe von allem. Wenn wir eine Natur haben, können wir so leben, wie wir leben. Klar, dann ergeben sich ökonomische Kreisläufe. Und das Weltwirtschaftsbruttoinlandsprodukt ist halt dann irgendwie 170 Billionen. Und das haben sie einfach als Zahl benutzt, um uns zu sagen, die Natur ist ganz schön viel wert. Nämlich alles. Wenn die Natur nicht wäre, Ja, wem geben wir dann unsere 170 Billionen, die wir dann mobilisieren müssen? Es ist doch totaler Quatsch, so einen Bericht zu machen. Ihr schweigt so. Meint ihr das nicht? Also lieber Oma Erna, es gibt die Natur und die macht das alles umsonst für uns. Genau. Wenn wir das machen müssten, dann würde uns das so viel kosten. Ja, genau. Und für 170 Billionen muss man ganz schön lange arbeiten. Also nochmal ein Sonderpaket, ja? Wollen wir das? Wollen wir ein Sonderpaket Natur machen? Nee. Schuld ist ja schlecht. Genau. Ich finde, das ist diese Grenze überschritten, wo es keinen Sinn mehr hat, es finanziell zu quantifizieren. Weil man hier nur noch vom Tod sprechen kann. Ja, klar, die Dimensionen. Also ich unterscheide jetzt mal zwischen der konkreten Zahl, die, ich habe das nicht nachrichten können, vermutlich hast du da recht, Stefan, und dem narrativen Ansatz. Wenn ich es ein bisschen runterbreche, wenn man zum Beispiel feststellt und sagt, die Art und Weise der Überdüngung und Einleitung von Schadstoffen in Gewässersysteme, bedeutet natürlich, dass die natürliche Filterfunktion der Natur außer Kraft gesetzt wird. Und um dann Trinkwasser zu gewinnen, musst du Kläranlagen bauen, die auf mechanischen und chemischen Wege das leisten, was sonst die Natur leisten würde. Und das ist, da kannst du es richtig bei den Kläranlagen, kannst du es richtig gut quantifizieren. So, dass man dann sagt, da wo man es tatsächlich quantifizieren kann, dass man da die Rechnung aufmacht und sagt, liebe Leute, wenn wir hier über Düngen und Phosphate und so weiter alles ins Grundwasser geht, das ist nicht weg. Sondern das taucht nach ein paar Jahren wieder auf und zwar als wahnsinniger Kostenfaktor, was uns die Kläranlage kostet, damit wir überhaupt Wasser haben. Das finde ich, kann ein hilfreiches Narrativ sein, aber vielleicht hast du recht, dass man es gar nicht sozusagen als Gesamtnatursystem dann mehr anwenden kann. Aber grundsätzlich, es in einer Gesellschaft, wo ganz viel Wert sich über finanzielle Kosten immer noch definiert, grundsätzlich so ein Narrativ für Aufklärung zu nehmen, halte ich als Gedanken erstmal nicht für falsch. Ja, aber 170 Billionen, also… Ja, nee, ich sag ja, ich geb dir recht, dass vermutlich ein an sich richtiges Prinzip in der Konkretion mit diesen Wahnsinnszahlen sich selbst ad absurdum führt. Das ist dann aber, das ist dann die Dimension der Anwendung eines Prinzips, was an sich richtig ist. Hast du niemals erzählt, Hans, dass irgendwie Menschen sich irgendwann keine großen Zahlen mehr, also darunter nichts mehr verstehen? Also, was jetzt irgendwie ein Unterschied zwischen 100 Millionen ist und 100 Milliarden Bundeswehr und 170 Billionen Natur… Ja, das stimmt. Also Willy Brandt hat das mal gesagt und als Kanzler hat er gesagt, ehrlich gesagt, der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde ist mir auch nicht geläufig. Was man machen könnte, wäre, die 170 Billionen auf Quadratkilometer Landmasse runterrechnen und dann mal jedem Quadratkilometer ein Preisschild geben und sagen, wenn wir den jetzt zubetonieren, geht uns das verloren. Ich will von Aline Erbut hören, wie viele Geldscheine man aufeinander stapeln kann und dann bis zum Mond kommt. Genau, kommen wir damit bis zum Mond. Und dann wandern wir aus auf den Mond über diese Geldscheinleiter. Wie lange könnte man heizen damit, wenn man 170 Billionen und 50 Euro Scheinen hätte und die dann verfeuert? Wenn das die deutsche Energierendung… Das ist Kohle. Ich bin für den Kohle-Einstieg. Genau, Kohle. Den müssen wir in Kohle runterbrechen. Ich finde jedenfalls, der Gegenentwurf ist sehr viel besser. Aber Guterres geht jedenfalls nicht auf die Bühne dieser Artenschutz-Klima-Umwelt-Konferenz in Montreal und sagt irgendwie, das wäre ganz schön teuer, wenn wir die Welt zerstören, sondern… Mit unserem bodenlosen Hunger nach unkontrolliertem und ungerechtem wirtschaftlichen Wachstum ist die Menschheit zur Waffe der Massenausrottung geworden. Diese Konferenz ist die Chance, diese Orgie der Vernichtung zu stoppen. Die Menschheit ist eine Waffe gegen die Natur, verstrickt in eine Orgie der Vernichtung. Krass, das finde ich mal gut. Ja. Hört sich in einer geilen Serie an. Ja, das soll der Netflix machen. Die Orgie der Vernichtung. Und dann die letzten Überlebenden fahren dann in dieser komischen, in diesem Disney-Schiff um. Gucken sie sich nochmal an, wie es überall brennt. Und naja, die Tagesthemen, das war nicht… Zur Weltnaturkonferenz sei die Bundespressekonferenz mit Steffi Lemke letzte Woche empfohlen worden. Die war ja damals, also die war letzte Woche schon, ich will nicht sagen deprimiert, aber sie hat schon geahnt, wie wenig da rauskommen könnte. Ja, also wir hören uns das hier mal an. Es ist leider so, dass die Tagesthemen auch gesagt haben, wir haben einen Bericht geliefert gekriegt, der ist nicht so gut und wir ziehen mal das Korrespondentengespräch vor. Dann sieht man schon, naja, die sind selber nicht so überzeugt von ihrer eigenen Leistung. Ja, schalten wir dazu zu Marion Schmickler in Montreal, die für uns die Weltnaturkonferenz beobachtet. Diese Orgie der Vernichtung. Ich finde, die Weltnaturkonferenz könnte auch eine sein, wo die Tagesthemen sagen, komm, wir senden von dort, wie bei der Buchmesse. Wir fahren da mal hin, gucken uns das mal an und machen Berichterstattung von vor Ort. Ich meine, 170 Billionen, gibt es ein anderes Thema? Ja, oder die, jedenfalls sinnvoller als die Midterms. Vernichtung stoppen, wie soll das gelingen? Ja, man hat sich hier ein ganzes Maßnahmenpaket vorgenommen, das jetzt verhandelt wird, allen voran, 30 bis 30, so heißt das, dahinter steckt, bis 2030 sollen 30 Prozent aller Flächen, aller Wasser und aller Landflächen auf der Erde unter Schutz gestellt werden, damit sich die Natur da erholen kann. So, 30 Prozent, ich denke, wir sollten Deutschland mal nehmen, durch drei Teilen, die Länder ein bisschen hin und her schieben, um die urbanen Zentren natürlich drumherum, das wäre zu aufwendig, die zu entvölkern, aber Lausitz, diese komische Werft da oben, da wo heute noch kein Strommast steht, um Zug mit Strom zu versorgen, bitte keine Akkus in den Zug, sondern einfach Bahnverkehr einstellen, entvölkern, so dass wir auf diese 30 Prozent kommen. Das schaffen wir, sogar in Deutschland, dicht besiedelt, aber das geht so nicht weiter. Ja, diese 30 Prozent sind völlig richtig. Hans stimmt auch so, ich sehe es in seinem Gesicht. Ich will nur mal die Realität sagen, also 30 Prozent würde bedeuten, dass aus den aktuell 1 Prozent Schutzzone in den EU-Gewässern, also in den ganzen Meeren und so weiter, es sind aktuell 1 Prozent geschützt vor industrieller Ausbeutung. Es sollen bald in den nächsten 10 Jahren 30 Prozent werden. Das ist unfassbar, das wird unfassbar krass, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. In Deutschland sind 3 Prozent der deutschen Wälder aktuell geschützt, also wir müssen auch diese Fläche verzehnfachen. Ja, wenn man es linear macht. Na klar. Ja, ja. So müssen wir es erstmal denken. Ne, so müssen wir es nicht denken, sondern wenn wir global denken, müssen wir auch linear denken. Sonst die anderen machen, okay. Nein, 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 es geht um eine globale gemeinsame Verantwortung, das interessiert mich und je näher wir diesen in der Tat notwendigen, das ist ja wieder alles und das, von daher, Guterres hat ja doch schon recht mit der Orgie der Vernichtung. Auch das ist jetzt wieder nur sozusagen, das ist der Sanitätsdienst für die Kollateralschäden dieser Orgie, ja. Auch das ist immer nur Reparaturbetrieb und völlig ungenügend und man muss es trotzdem machen. Aber die Frustration besteht doch darin, dass selbst diese Reparaturmaßnahmen überhaupt nicht genügend hinbekommen werden. Also zum Beispiel, jetzt haben sie dieses 30-30-Ziel, das wird als Ziel vermutlich in der Enderklärung auftauchen. Aber was damit einhergeht, worauf Lemke noch so stolz gewesen, was er gesagt hat, ja und die Rechte der indigenen Bevölkerung gegenüber Industrialisierungszerstörung, die werden jetzt extra als Vorschrift aufgenommen. Rubbish, das ist von den vor allem USA schon mal wieder rausverhandelt worden. Die sitzen gar nicht am Tisch, Hans. Bitte, die sitzen im Hinterzimmer und haben durchaus Einfluss. Die USA haben die Biodiversitätskonvention gar nicht ratifiziert und dürfen gar nicht, also die sitzen nebenbei, aber die verhandeln nicht wirklich. Ja, deswegen, doch, sie sitzen mit am Tisch, sie haben kein formales Abstimmrecht, aber ist ja klar, sie beeinflussen relativ stark. Und andere Industrienänder, Industrienationen, die mit abstimmen dürfen, die übernehmen das dann. Das heißt, das, was noch letzte Woche von Lemke als großer Erfolg definiert wurde, dass nämlich die Rechte der indigenen Völker vor Naturzerstörung, dass das als Vorschrift aufgenommen wird. Das ist keine Vorschrift mehr, sondern das wurde soweit runterverhandelt, dass es jetzt nur noch ein Erwägungspunkt sein soll. Schön wäre es. Ja, schön wäre es von Must-Have runterverhandelt zu Nice-to-Have. Und da funktioniert noch nicht mal der Reparaturbetrieb und das ist sozusagen noch ein Booster für die Orgie der Vernetzung. Das ist die Realität dieser Konferenz. Die Vermutung äußern, wir sind ja jetzt ganz scharf hier im Umweltschutz und nicht so sehr im Klimaschutz, dass die Vereinigten Staaten von Amerika wahrscheinlich so eine 30%-Quote, wo eh keiner lebt oder so, haben. Die sind ja flächenmäßig so ein bisschen anders aufgestellt. Ich würde auch sagen, so richtig linear sollte man es nicht denken. Wir haben zum Beispiel den Urwald, also noch den Dschungel, wie wir ihn aus Brasilien und so weiter kennen, der natürlich pro Quadratkilometer ein bisschen mehr wert ist als irgendeine schon vor 150 Jahren in Deutschland abgeholzte Steppe im Norden. In deren Sicht sollten wir da vielleicht auch überlegen, echt zu bezahlen dafür, damit die nicht weiter abholzen für uns, also den Regenwald abkaufen. Ich bin da für alles. Ja, und da würde ich auch sagen, 100 Milliarden für die Bundeswehr und 100 Milliarden für den Regenwald, so als Selbstschutzmaßnahme sollte drin sein. Die Korrespondentin hat dann doch noch so einen kleinen Bericht hier geschickt. Eine Frage, genau wegen der Korrespondentin, Stefan. Marion Schmickler haben wir ja hier, das ist sie. Das ist die ARD-Korrespondentin für New York. Ich hätte jetzt gedacht, naja, wenn die ARD das Thema ernst nehmen würde, dann würden sie vielleicht ihre Umweltexperten, also ihre UmweltjournalistInnen nach Montreal schicken. Wahrscheinlich waren welche da, aber die Berichterstattung hier für die Tagesthemen hat sie gemacht. Die halt in den Themen nicht drin steckt, die dann quasi wirklich nur dahin geht, sich die deutsche Pavillon, die Talking Points geben lässt, kurz mal ein bisschen recherchiert. Ja, das ist eben dieses Problem. Genau, also sie schickt ja einen Bericht und wir haben ja beim Klima lange über nicht wir, nicht hier gesprochen. Das geht jetzt bei der Umweltpolitik genauso weiter. Marion Schmickler, vielen Dank. Und sie zeigt uns in ihrem Beitrag, wie es funktionieren kann, dass sich ein Lebensraum erholt und die Natur zurückkommt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Chris Paparo nicht Ausschau hält nach neuen Meeresbewohnern. Viele Jahre war das Meer hier leer gefischt, das Wasser oft veralgt, kaum Tiere, kein Seegras. Jetzt ist die Natur zurück. Die Seeadler verlassen ihr Nest nur für den Winter. Und heute Morgen noch hat Chris einen Wal gesichtet. Ja, das war jetzt der Anfang von diesem Bericht. Habt ihr irgendwie den Ortsmakel gehört? Also ich nicht. Das scheint irgendwo in Amerika zu sein, Kanada oder Amerika, wo es wieder Wale gibt. Marion arbeitet an der Ostküste Amerikas, also ich schätze mal da irgendwo. Irgendwo da würde es sein und da sieht man jetzt wieder Wale und das ist natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte. Aber was ist jetzt mit 30 Prozent nicht wir, nicht hier, Deutschland? Also meine Lausitz-Idee steht. Tagesthemen mittendrin. Fahrt doch mal hin und fragt die Leute, warum sie immer noch da leben. Im Finale finde ich trotzdem ganz gut. Die Indigenen kommen hier nochmal zu Wort. Und naja, während wir hier immer dieses hochindividualistische Influencer-Selfcare und so weiter. An diesem Lebenswandel der Indigenen, sofern sie noch so leben wie und da so ein bisschen diesen spirituellen, sakralen, religiösen, wie auch immer, Einschlag drin haben, finde ich das ja auch vorbildhaft. Die Leute verstehen mehr und mehr, dass das, was sie Fortschritt nennen, uns als Spezies und der ganzen Welt schadet. Indigene Völker wussten schon immer, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dass ein natürliches Gleichgewicht das Schlüssel ist für unser Überleben. Surveival, das finde ich gut. Wir sollten unser ganzes Leben unter Survival stellen. Also das war gerade ein Vertreter der Shin Kok und das ist einer von 14 Algon-Kin-sprachigen Indianerstämmen auf Long Island im Bundesstaat New York. Ah ja, na dann hat sie aus ihrer Heimat nochmal berichtet. Ja, ist nicht weit gefahren. Naja, immerhin hat sie. Kann ich da anschließen? Na klar. Ich hätte was zum Fischern. Und ich habe mal wieder an dich gedacht. Demografie. Die jungen Leute gehen weg, beziehungsweise kommen nicht wieder, werden nicht reproduziert, uns fehlt Humankapital. Die jungen Leute werden nicht reproduziert. Die reproduzieren sich nicht. Es kann auch ein Passivsatz sein. Weiß ja nicht bei den jungen Leuten heute. Ich wollte als Kind Fischer werden. Also bis ich irgendwann, also bis ich dann irgendwann jugendlich war, dann war mir das egal. Aber ich war, ich bin ja quasi auf dem Wasser aufgewachsen, viel angeln gewesen und einer meiner Träume war, ich werde irgendwann mal Fischer. Weil mein Onkel war Fischer und war ein großer Traum, immer auf dem Wasser. Ich hätte gedacht, und dann bin ich jugendlich geworden, YouTube wurde erfunden, die Hochseefischerei. Plus GoPro-Kameras. Und plötzlich war ich so angefixt, jetzt bin ich ein Fischer. Oh, hier klingelt's. Irgendwann bin ich dann ins Wasser. Merkel klingelt, spiele. Merkel? Irgendwann bin ich dann ins Wasser gesprungen, Hans, und Schwimmer geworden. Und dann war mir das wichtiger. Warst du sozusagen Fisch? Ja. Ja, aber irgendwie, ich mag es das immer, also ich hab wirklich jetzt die letzten zweieinhalb Wochen Regionalfernsehen vermisst. Und Hans, ich glaube, es liegt daran, warum ich das gerne gucke und mit euch teile und den Leuten auch sage, warum das so wichtig ist. Weil ich früher ja auch, ich hab ja Lokaljournalismus gemacht. Und diese ganzen Themen, über die wir immer reden, diese lebensnahen Sachen, die uns alle betreffen, über die haben wir, du wahrscheinlich auch, früher immer wieder selbst berichtet. Und darum weißt du, wie wichtig und relevant diese Sachen dann doch sind. Während Stefan die großen, großen globalen Themen mitbringt, gucken wir hier, zoomen wir hier rein in den Alltag, in die Realität der Menschen. Ja, natürlich. Also es gibt ja auch diesen richtigen Satz zu den Basics des Journalismus, each event is local. Also jedes Ereignis ist irgendwo lokal angebunden. Manche haben eine solche Bedeutung als lokal stattfindendes Ereignis, dass sie natürlich globale Aufmerksamkeit erregen. Jetzt wird ja im Moment gerade nochmal an Lockerbie erinnert, den Flugzeugabsturz. Ja, das sah ein Flugzeugabsturz über Schottland, aber es war natürlich ein Ereignis von globaler Bedeutung. Ja, wie gerne würde die FIFA die WM einfach im Fernsehen stattfinden lassen. Ja, das ist auch dieses wunderbares Beispiel, diese Katarkacke. Das ist die globale Dramatik kommt eben auch daher, dass es eine lokale Besonderheit hat. Die Arbeitsverhältnisse, die Ausbeutung, Menschenrechte und, und, und. Und deswegen, also die Verbindung von lokalen Ereignissen und globaler Bedeutung ist sehr schön. Und für die normalen Menschen ist das, was um die Ecke rum im eigenen Lebensbereich passiert, ist alleine deswegen von einer hohen Bedeutung. Ist doch klar. Auf jeden Fall, das, was wir jetzt hören, hat mich bewegt. Und ihr müsst jetzt mal kurz überlegen, wie viele Auszubildende im Fischereiwesen gibt es noch in Mecklenburg-Vorpommern? Also als ich damals quasi Abi gemacht habe, habe ich zwei Leute gekannt, die ihre Fischereiausbildung gemacht haben. Ich glaube nicht viel mehr als acht. Stefan? 40. Hören wir mal rein. Es geht raus aufs Achterwasser zu den Stellnetzen. Seit diesem Sommer lernt Nils Krüger den Beruf des Fischers. Hat als einziger in Mecklenburg-Vorpommern mit der Ausbildung begonnen. Obwohl die Bedingungen schlecht sind, will er das Handwerk lernen. Im Betrieb von Opa Uwe Krüger in Ahlbeck auf Usedom. Einer. Einer. Es geht dann nieder. Deutschland schafft sich ab. Ja. Kann mal jemand den Laden hier übernehmen? Aber der Opa, der Opa ist so ein Opa, den ich auch hatte, hört mal zu. Ja, die Freiheit auf dem Wasser zu sein. Ja, und die Ruhe vor allem. Und macht mir Spaß. Wir haben in unserem Leben schon so viele schöne Sonnenaufgänge gesehen. Sonnenuntergänge gesehen. Wow. Das ist einfach ein Traum, hier auf dem Wasser sein zu können. Moment, das müssen wir jetzt mal klären. Sonnenaufgang ist wann? Ungefähr frühmorgens. Sonnenuntergang ist abends. So weit richtig. Technisch gesehen schon, ja. 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 Dann erzählt er was von der Freiheit. Die Freiheit auf dem Wasser. Hier auf den, ich kann einen Schritt nach vorne gehen, einen Schritt zurück. Kann mich umdrehen. Ich kann auch nochmal nach hinten gucken. Gucke ich wieder nach vorne. Stefan, du ziehst dich dann aus, springst ins Wasser. Ach so. Ja, so sah der aus. Als ob der sich auszieht und ins Wasser springt. Naja, Stefan, er hat ja nicht gesagt, dass Sonnenaufgang und Sonnenuntergang im Rahmen ein und derselben Pfad gesehen wurden. Ach so. Der hat also noch, puh, kommt gerade nach Hause, Sonnenuntergang erlebt. Nein. Du kennst ja den Unterschied zwischen Frühschicht und Spätschicht. Bisschen. Zum Glück drum herum gekommen bisher. Ja, aber theoretisch ist er dir bekannt. So, das heißt, es gibt bestimmt Fangfahrten, da fährt man früh raus und erlebt den Sonnenaufgang. Und andere Fangfahrten, da fährt man spät raus und erlebt den Sonnenuntergang. Wie traurig das Fischereigeschäft zumindest in Meckpomm ist, hören wir jetzt. Da kommt doch die zweite, siehst du. Den Beruf des Fischers wollen sie auf gar keinen Fall aufgeben. Allerdings dürfen die Krügers kaum noch Heringe in der Ostsee fangen. Ihre Quote ist auf drei Tonnen pro Jahr beschränkt. Deshalb fischen sie meistens in den Boddengewässern. Aus den Stellnetzen holen sie Zanderbarsch Plötz für die eigene Vermarktung. Wir hatten alleine in Albig 200 Fischer. Heute bin ich der letzte hauptberufliche Fischer. Wir haben noch drei Rentner und einen Lehrling. Und über den Lehrling sind wir natürlich ganz stolz. Mann, 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 Mann. Also macht es doch zum Hobby. Nehmt immer einen Touristen mit, der es nochmal für einen Tag erleben will. Aber, na gut. Wenn es Spaß macht. Waren wir auf die Tribüne? Hast du noch was? Tribüne. Moment. Ich schalte ein. Ye are many, they are few. Willkommen im Rhein-Prozent-Klub. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot. Wir können auch ein Brot kaufen. Denn Erwin, unser Mega-Präsentator heute, hat 500 Euro geschickt. Das ist gut für Deutschland, sagt er. Wow. Für Deutschland. Das wäre schön für Deutschland. Ne, dir so, ne? Es ist einfach gut für unser Land. Dankeschön. Sehr gut, Erwin. Wir wissen ja gar nicht, was wir dazu sagen sollen, außer danke. Und ja, wir hoffen, es ist gut für Deutschland. Es ist vor allem gut für uns. Tom, 250 Euro zur Feier der Rückkehr auf weitere 444 Folgen. Zynische Medien, da muss ich dann, Hans, nur die Ohren zu halten. Und Politikverachtung, da ist dann Hans auch dabei. Oder? Bei zynischen Medien auch. Ah ja, okay, gut. Wünscht er sich was? Nein, außer 444 weitere Folgen zynische Medien. Haben wir nicht zynische Medien? Leute, wenn ihr uns schon so viel Geld gebt, dann wünscht euch da wenigstens mal einen Clip. Das kann sonst nicht, weißt du, das geht nicht. Das kann nicht sein so. Ja, denn ansonsten unterstellen wir. Das ist ein Charakterfehler von mir. Charakterfehler. Dritter im Bunde. Bitte keine Klarnamen in der Folge nennen. Es ist der urdeutscheste Name, den man sich vorstellen kann. Wir haben ihn ja vorhin schon genannt. Jetzt bleibt es ein Rätsel. Ich spekuliere auf ein Jahresabo Puffjes. Huli, grüße das Dots Connected Wolfsrudel im Forum. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren. Und war da Connecting the Dots? We connect the dots, Männer. We connect the dots. Anne-Kathrin schickt 200 Euro und sagt, juhu, es geht weiter. Danke an Hans, der mit seiner differenzierten Sicht die manchmal etwas schnellen Urteile der anderen beiden ausgleicht. Nichts gegen schnelle Urteile. Nur falsche wären blöd. Haben wir da nichts zu? Differenzierte Sicht, manchmal schnelle Urteile. Und Hans vor allem? Juhu? Naja. Der hier? Professor Jessen erläutert. Professor Jessen. Professor Jessen erläutert. Eine 100-Euro-Lieferung von Gündüz, würde ich sagen. Bin mir unsicher. Da steht auch noch Trading mit dem Namen. Das scheint mir da so eingerutscht zu sein. Ihr könnt gar nicht glauben, was für Glücksgefühle mein Gehirn verspürt hat. Ich will nur sagen, das ist deutsche Digitalisierung von Banksoftware in Verwendungszwecken. Ihr könnt jetzt nochmal die Umlaute mitzählen. Ihr könnt gar nicht glauben, was für Glücksgefühle mein Gehirn verspürt hat. Also man kann es nicht wirklich gut lesen. Als Spotify euren Podcast gepusht hat. Wohin? Auf dein Smartphone. Daher beenden meine Freundin Shoutout an Magda und ich unsere Schwarzererschaft nach 445 Folgen. Und freuen uns auf interessante Diskussionen. Es hat 445 Folgen gebraucht, dass die beiden ihre Schwarzererschaft beenden. Ja, sehr gut. Du bist keine Schwarzerin mehr. Wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzererin zu sein. Sie ergänzen, die Medienlandschaft war langweilig ohne euch. Wo war der Diskurs? Na, wenn es nur am Diskurs gemangelt hat. Ich denke, die Leute leiten ohne zu viel Diskurs. Die wollten von uns jetzt wieder die richtigen Meinungen einfach hören. Aber offenbar wollen sie Diskurs. Die wollten aber den besten Podcast Westeuropas zurück. Haben wir dazu einen Clip? Dazu nicht. Der beste Podcast. Da gab es noch mal einen. Wir wurden noch mal vorgelesen hier als aufsehenderregender neuer, junger Podcast. Weißt du noch? Wer sich erhöht, der wird erniedrigt werden. Ja, wir sind wankelmütig auch in der Horizontale. Den Kontext haben die Leute verstanden, Hans. Ja. Also Daniel und Celine schicken auch 100. Das hat der Markt entschieden, Hans. Das hat der Markt entschieden. Der Markt? Ja. Ja, ja. Natürlich. Außerdem? Dann haben wir natürlich Angst, dem französischen Präsidenten zu sagen, du, du hast recht. Ah, der passt ja nicht, aber egal. Es ist wie gemeint schon. Das ist ein Charakterfehler von mir. Oder hier. Das ist ein Anfängerfehler, der mir nicht hätte passieren dürfen. Naja, sorry. Es sind alles, es sind Anfängereien hier wieder. Benedikt, dieser Podcast ist gut für Deutschland. Danke euch. War nicht gerade was mit Puffjes? Auch. Daniel und Celine wollen Puffjes essen. Gerade jetzt Weihnachtsmarkt. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen. Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. 100 auch von Andreas. Danke für eure Wiederauferstehung. Es ist keine Auferstehung, sondern schon wieder eine Wiederauferstehung. Florian. Die 200 Wochen. Florian schickt auch 100. Wenn der Auffahren-Podcast stattfindet, dann ist das gut für unser Land. Grüße aus der Konfederation Suisse. Jawohl. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Aus der Schweiz haben wir leider so gar keine Jingles. Da findet keine Politik statt irgendwie. Die sammeln nur Geld ein. Keine Ahnung, wann das liegt. Wir sollten und so weiter. Lydia, mehr Danny-Kratie-Wagen. Liebesgrüße von Lydia aus Köln. Bezieht sich das auf unseren Danny im Fernseh-Podcast oder was? D-A-N-N-Y. Da freut er sich. Simon schickt 60. Welcome back. Haben wir da einen Jingle? Bitteschön. Ja, bitteschön. Nix ist für free. Nix ist für free. Christian. Schwarz-Hörerschaft beendet. Grüße aus Dresden. Da haben wir was. Schwarz-Hörerschaft beendet. Hast du diese Herr-der-Ringe-Serie gesehen? Nee, ich komme zur Zeit leider so gar nicht. Ich weiß nicht, die Leute erzählen mir mal von irgendwelchen Computerspielen. Ich denke mir so, wann? Ich kann nicht mal Serien gucken. Hast du Big Brother gesehen? Auch noch nicht schon fertig. Alter. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Demut. Ja, ich muss es aufholen. Stefan grüßt mit 54 auch aus Dresden. Und er schreibt gut für Unserland in einem Wort. Und das finde ich ziemlich gut. Das ist T-Shirt verdächtig. Unserland. Ja, Unserland, das ist so das Meme auch schon im Forum seit Jahren gewesen. Sehr gut. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Das kommt so nachher an Userland und so. Das ist wirklich, wenn man das ordentlich druckt, ist das glaube ich gut. Anna Katharina. Clip von Sporys Johnson offering a cuppa. Ein YouTube-Clip hängt an. Kann ich jetzt leider hier nicht direkt rausklicken, aber das werde ich mal noch aufrufen. Sehr gut. Danke und auf ein gutes neues Jahr und eine Neuauflage von Aufwachen. Macht es entspannt und zwanglos. Richtig. Guido erwähnen wir hier noch. Florian Hanno. Das sind 50 Euro Lieferungen. So auch von A und F. Aufwachen Podcast. Michael. Ohne weiter ein Kommentar. Sebastian. Für die schlaflosen Nächte am 15.11. Es ist schon. Es ist schön. Ihr wird einfach gar nicht darauf hingewiesen, dass es mal zwei Punkte auf dem Buchstaben gab. Es steht einfach, es ist schon. Euch wieder zu haben. Sehr gut. Und Anne schreibt, aufwachen. Toll, dass ihr zurück seid. Ihr seid ein tolles Team und ergänzt, ergänzt euch wunderbar. Das ist besonders gut. Er, Leerzeichen, gänzt euch wunderbar. Was machen die Banken bitte hier? Ich meine, wir haben, wir sind gerade im Zeitalter von. Das war bezogen auf den Gansclip letztes Mal. Auf die Gänse, weißt du? Ja, es kann sein. Ja, es kann sein. Auf der anderen Seite, wir feiern gerade dieses Chat-GPT, ne? Das so clever ist und so weiter. Und dann schaffen wir es nicht mal, menschliche Sprache in Schriftform so zu übertragen, dass man davon was hat. Es ist weiter. Hier steht jedenfalls noch, bitte weitermachen mit Hans Jessen als Kronung. Du bist nicht die Krönung, du kriegst eine Krone, Hans. Du musst hier mal so einen Filter raussuchen bei Zoom. Ja, fair. 50 von Christian. Aufwachen, verspäteter Dank für verspätete Folge. Ja, leicht verspätet. Jan Alexander, Schwarzer Warschaft, endlich beendet für Deutschland. Moment, 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 Moment. Was haben wir? Sir, die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft beendet. Für Deutschland. Für Deutschland. Für Deutschland. Julian und Theresa haben uns vermisst, genau wie Paul, der seine Schwarzhörerschaft beendet. Und noch ein Paul. Danke für Böde, 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 aufwachen, wieder weitermachen, ihr fehlt Herzchen. Böde, Böde, keine Ahnung, was die Bank mir mitteilen möchte. Ich mache aber nochmal ein Schwarzhörer-Theme, weil ich habe die alle seit zweieinhalb Wochen gehört. Das heißt nichts. Ihr wusstet Schwarzhörer. Das ist nicht so. Sein Spitz. Jetzt spricht mir nach. Ich will kein Schwarzhörer mehr sein. Nein, Schwarzhörer. Schwarzhörer. Spende auch du. Denn nix ist for free. So, Friederike und Markus schicken 45, ihr wisst warum. Über den Schnitt, nicht bereut. Jawohl. Aber haben wir jetzt schon gehört, oder? Oder soll ich ja mal? Ja. Nee, komm. Okay, Judith schickt auch 45 für Big Love von Judith und Katrin. Die Hälfte für sie als Geburtstagsgeschenkt nachträglich. Ich weiß jetzt nicht genau, wer hier beschenkt wurde. Ich glaube, Katrin von Judith oder umgedreht oder wie auch immer. Michael auch, achso, weil es auch 445 war. Wollen wir dich gratulieren? Klar, absolut. Happy Birthday. Bitte alle. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. So, 45 auch von Michael wegen 445 rund über den Schnitt. Gut für unser Land, ist ja klar. Dann Sascha. 44,60. Das ist gut für unser Land. So eine woke Haltung. Er ist also einem 45 vorbeigeschrammt. Das ist ziemlich woke. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Wenn ihr euch fragt, warum ist der Aufwarten-Podcast zurück? Dann wegen Susanne. Sie schickt 44,50 und sagt, meine Gebete wurden erhört. Eure Reunion war schon mein Weihnachtsgeschenk. Von Herzen danke. Und für die nächsten 440 Folgen. Ihr setzt uns ganz schön unter Druck. 444 Folgen, das sind ja zehn Jahre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jesus aber antwortete und sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen. Ja, Carlo schickt eine monatliche Demokratieabgabe und wen könnten wir denn hier noch so, achso, Friedrich hat erst gestern YouTube und dann was? Frieda, grüße, es ist zu kompliziert. Sebastian, achso, sie hat die Online-Banking-Vorlage gest, Leerzeichen, Ern, erst geloscht. Heute YouTube, also YT, so, guck mal, Neuaufwarten-Podcast, cool. Oh Mann, das sind die Banken, ich weiß auch nicht. Kann mir jemand da anrufen bei der Commerzbank? Bitte um ein paar Punkte auf Umlaute, wäre nicht schlecht. This is unacceptable! Sebastian, springen klingt die Münze, das können wir noch, das haben wir lange nicht hier gehört. Na, du hast den. Ich hab ihn auch, ja. Soll ich? Nee. Ich drücke. Nur du hast den. Achso. Hol an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze. Ja, bleiben wir noch bei Christoph. Schwarzhörer zu sein, ist für mich keine Option. Wieder dem Schwarzhörertum im Ernst. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Manchmal fühlen sich zweieinhalb Wochen viel länger an als und so weiter. Es ist, ah ja, er hat es dann nicht in zweifacher Geschwindigkeit gehört, sondern langsam und genüsslich. Sehr gut. Wir danken euch allen und freuen uns auch, dass wir wieder da sind. Das ist ja dann sozusagen auch unser Jahresabschluss hier. Schließen wir mal den Unterstützerdank und kehren zurück aufs Meer. Für die viele, nicht die viele. Unsere Biosphäre wird verabschiedet, sodass riechen Menschen in Ländern wie mir leben können in Luxury leben. Jo, so ist es. Ich versuche mal nebenbei meine Kamera irgendwie zu fixen, darum machen wir weiter. Rüttel mal am Kabel, genau, vielleicht hilft es. Wollen wir mal die Reisburger uns angucken. Das war ja doch amüsant. Es war auch amüsant. Dazu allerdings gleich Einschätzungen, wie man es so sehen darf. Also, Aline Aboud, keine Ahnung, sie hat wahrscheinlich dauernd durchmoderiert hier die Wochen, moderiert uns hier auch zum Thema an. Es lag da wohl eine akute, entweder Informations-, wir wollen es jetzt mal wissen, oder Gefahrenlage vor. Der Einsatz mit Razzien in etlichen Bundesländern war eine der größten in der Geschichte der Bundesrepublik. Und zwar gegen die Reichsbürgerszene. Allein die Zahlen sprechen Bände. Mehr als 3000 Polizeibeamte durchsuchten heute Wohnungen in elf Bundesländern, auch in Österreich und Italien. Im Visier standen Menschen, die die Polizei, die Regierung und nicht zuletzt auch unsere staatliche Ordnung ablehnen und bekämpfen. Offenbar gab es so konkrete Umsturzpläne, dass die Sicherheitsbehörden gegen 52 Menschen vorgegangen sind. 25 von ihnen wurden festgenommen. Hans, was hast du gedacht, als du das gehört hast? Hast du es schon mittags so gehört irgendwie oder erst abends dann? Nee, ich habe es abends erst gehört, also als ganz normaler. Ich gehörte nicht zu denjenigen Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, die schon eine Woche vorher gehört hatten, dass da was im Busch ist, sondern ich habe es als normaler Medienkonsument mitgekriegt. Ja, und das war so ein bisschen angefettet, diese Anmoderation. Ich habe da nicht gedacht, oh Gott, wenn das jetzt nicht passiert wäre, dann wäre vermutlich tatsächlich morgen Steinmeier aus dem Palais Schaumburg, aus dem Schloss Béville vertrieben worden. Aus dem Palais Schaumburg, ja. Ja, aus dem Palais, früher mal. Nee, und Prinz Reuss würde da sitzen. Also so habe ich es nicht gedacht. Aber es kann ja gut sein, dass tatsächlich da irgendwelche hirnverbrannten Idioten ein Datum reingeschrieben haben und gesagt haben, dann und dann machen wir das und das. Und man möge sich nur vorstellen, so eine Aktion findet tatsächlich statt und es kommt dabei auch nur ein Mensch, egal ob Politiker oder nicht zu Schaden, wird getötet oder verletzt. Was dann losgebrochen wäre an Sturm, an berechtigter Sturm gegen Sicherheitsbehörden und andere, kann man sich gar nicht vorstellen. Also es war auf der einen Seite natürlich eine Übertreibung, wenn man denkt, oh Gott, behauptet die jetzt, morgen hätte hier der Startstreich stattgefunden. Nein, das ganz sicher nicht. Aber es kann gut sein, dass da irgendjemand gesagt ein Datum hingeschrieben hat und dann greifen die eben durch und zu und das finde ich auch richtig. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir darüber reden, aber für mich ist sowas einfach nur der Ausdruck einer Spitze des Eisbergs. Also da ist eine Menge, Menge schief in unserem Land und wenn diese Menschen so agieren können, dass sie über Wochen und Monate in ihren Netzwerken, ob es Polizei, Bundeswehr, irgendwelche Behörden, Mitstreiter suchen und das noch nicht mal sehr konspirativ machen und da offenbar sehr wenig raus, Also vielleicht finden sie wenig Mitstreiter, aber diese Menschen geben das ja offenbar nicht weiter. Das hat ja Ronen Steinke drauf hingewiesen. Die geben das nicht weiter, sondern das wird dann so ein bisschen toleriert. Das ist unser ganz großes Problem, dass da viele sind, ach naja, lass die mal machen. Ich will da jetzt nicht mitmachen, aber naja. Ja, das ist eine Strukturparallele zu dem Skandal im Europäischen Parlament, wo ja es auch nicht nur darum geht, dass da bei ein paar Leuten Säcke mit Geld gefunden wurden, sondern da sind ja auch andere Abgeordnete und politische Amtsinhaber angesprochen worden und die haben es offensichtlich auch nicht weitergegeben. Die haben nicht gesagt, hier versucht der Staat uns zu kaufen und so weiter, sondern sie haben gesagt, ich mache nicht mit, aber ich gebe es nicht weiter. Also das ist in Brüssel und Straßburg, wie hier in Deutschland, das ist einfach ein Mangel an demokratischer Verantwortung angesprochener Bürger und Amtsträger, wenn die das nicht sofort weitergeben. Das ist ein strukturelles Problem, das ist wirklich, das ist eine Form von, ich sag mal, innerer Demokratiegefährdung. Ja, ich konnte die Dimension davon gar nicht so richtig abschätzen, weil ich saß von zehn bis zwölf beim SWR und es war eine Talksendung, in der man ungefähr eine halbe Stunde redet, aber die Sendung geht zwei Stunden, was bedeutet, da kommt sehr viel Musik dazwischen und auch immer die Nachrichten, jede halbe Stunde. Da kam natürlich immer die halbe. Du durftest du dir Musik wünschen? Hm? Du durftest du dir Musik wünschen? Ich hätte, war es in der Sendung? Nee, bei SWR 2 Tandem kann man sich Musik wünschen, da dann nicht. Deswegen kommt ja auch nur dieses 80er Jahre Zeug und so. Und da kam also drei, vier Mal die gleiche Nachrichtenmeldung vorgelesen, aber immer nur so eine Minute lang, wo man gar nicht einschätzen konnte, naja, ist das jetzt ernst zu nehmen oder nicht? Vor allem war ich da halt inhaltlich zum Thema Jugend und Demografie und so weiter und hatte immer noch so den Kartoffelbrei im Hinterkopf. Also wie viel Panik haben wir hier verursacht durch Kartoffelbrei in Deutschland und so? Und dann so, ja, da gab es so Reichsbürger, dann sind sie auch razziamäßig los und dann war die Nachricht schon wieder zu Ende. Und ich habe es dann erst am Abend gesehen, wie dann so der Prinz da abgeführt wurde und so. Und ja, erstaunlich viele Journalisten da, wurde ja auch viel thematisiert, deren Sicht, ich weiß gar nicht, ob wir das groß besprechen müssen, dass Journalisten meinten, nee, wir hatten keinen Tipp von den Polizisten bekommen, wir haben das selbst recherchiert, wo man sich fragt, okay. Also da baut sich so ein Netzwerk auf und die rekrutieren wild durcheinander und niemand sagt irgendwem extern Bescheid. Dann macht die Polizei so ein internes, ja, wir halten es nicht besonders geheim, wir machen halt ein Razzia in zwei Wochen, ne. Und dann Journalisten daneben, die sagen, ja, wir haben das recherchiert. Also jeder in so seinem Zirkel, keiner spricht mit niemandem, am Ende wissen aber alle Bescheid und sind rechtzeitig da, außer der Prinz wusste von nichts irgendwie. Der ließ sich da in seinem Ding abführen. Also das ist natürlich alles absurd. Hans und ich hatten ja hintergründig auch mal mit ein paar Bundesstellen geredet und einer aus dem BMI meinte so, also wir waren es diesmal nicht. Früher wurde gerne an die Bild-Zeitung geleakt, das hätte nicht stattgefunden. Aber es sind ja so viele Behörden und Polizeien und so weiter involviert gewesen. Ich finde es auch gut, dass die Journalisten gleich dabei waren. Ich will diese Bilder aussehen. Also am Ende ist es natürlich eine Mischform aus diesen Sachen. Es stimmt schon, wenn 3000 Beamte bei so einer Razzia im Einsatz sind, was da auch und noch viel mehr natürlich Bescheid wissen, weil sonst kannst du sowas gar nicht organisieren und durchführen, dass das natürlich zum Beispiel auch von Journalisten, die als Polizeireporter dauernd mit denen zu tun haben oder die zu investigativen Netzwerken gehören, die erfahren das selbstverständlich. Das hat stattgefunden und deswegen wussten die es. Und es gab aber mit Sicherheit auch welche, die in Behörden gesagt haben, ah, da geben wir jetzt mal einen Tipp raus und weil das schmückt uns ja auch, weil wir hier demonstrieren können, wie scharf wir durchgreifen und so weiter. Ich glaube, dass all diese verschiedenen Aspekte, die zur Erklärung, warum Medien relativ gut Bescheid wussten und auch dabei waren, als das passierte, die sind alle richtig. Und es ist so ein Potpourri, so ein Leipziger allerlei aus all diesen Gründen. Die Berichterstattung ist jedenfalls von Anfang an im Ton Hanebüchen gewesen. Unter Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln. So wollten sie die demokratische Ordnung Deutschlands beseitigen. Heinrich der 13. Prinz Reus heute Vormittag in Handschellen auf dem Weg in die Haft. Folgt man der Bundesanwaltschaft, sah sich der 71-jährige Adelige künftig schon an der Spitze des Staates nach einem Umsturz der bisherigen Regierung. Heinrich der 13. Prinz von Reus oder was? Kann man den nicht einfach Heinz Reus nennen? Nein. Dass die auch immer einen Adeligen da an die Spitze setzen wollen. Ja. Steht das auch nicht. Ist halt adelig, ist mir doch egal. Der Typ, ihr geht es doch jetzt mal um Ideologie oder sowas. Ja, aber zur Vorstellung, zu dieser wirklich Gaga-Vorstellung, wie das alte Reich zu rekonstruieren sei, passt natürlich relativ gut, dass man sagt, wir ignorieren einfach jegliche Form von demokratischem Prozess, den es in Deutschland in den letzten 100 Jahren gegeben hat und greifen zurück auf die alten Feudalstrukturen. Und da ist dann sozusagen die Herausarbeitung auch so einer Namenspersönlichkeit nicht das Schlechteste. Finde ich schon okay. Na gut, wenn du das so sagst, während ich so dachte, cool, jetzt kommt bestimmt wieder, wir brauchen die Chatkontrolle und so weiter und Telegram muss sofort abgeschaltet werden, stellt sich hier raus, nee, das Medienkonzept dieser Gruppe war irgendwie anders. Durchsucht wurde heute auch das Jagdschloss des Prinzen in Thüringen. Der Verdacht, die Gruppe soll einen bewaffneten Angriff auf das Scherliner Reichstagsgebäude geplant haben. Ein Codewort im Radio hätte dann den Umsturz überall im Lande auslösen sollen. Dafür habe man einen militärischen Arm gebildet, der auch zu Tötungsdelikten bereit gewesen sein soll, sagt der Generalbundesanwalt. Ein Codewort im Radio? Ja, was wäre dieses Codewort gewesen? Welcher Sender? Welcher Journalist hätte dieses Codewort denn gesprochen? Deutschlandfunk, was denn sonst? Deutschlandfunk. Ja, aber ohne Scheiß, was wäre das Codewort gewesen? Das wäre jetzt mal interessant. Na, war vielleicht noch nicht. Aber es gibt ja... Deutschland erwache, nein. Wer weiß, vielleicht wäre es auch nicht ein Wort gewesen oder so. Die berühmte portugiesische Neldenrevolution, die wurde ja übers Radio tatsächlich ausgelöst durch das Spielen des Liedes Grandola Villa Morena. Also technologisch, politisch, historisch hat es das alles schon gegeben. Und die Herrschaften da sind offenbar alt genug, dass sie sagen, ja, da bedienen wir uns der klassischen Medien, wie so ein Lied von Xavier Naidoo. Oh ja. Ja, stimmt. Von ihm live gesungen. Der hat doch bestimmt auch so ein Lied über Heimat oder sowas zu Hause. Irgendwie so ein schönes deutsches Lied. Warum haben Prinzen noch Jagdschlösser? In welchem Jahrhundert leben wir? Ja, das ist die eine Frage. Warum haben Prinzen noch Jagdschlösser? Warum haben... Ich würde sagen, weil er ein Mann ist. Wir gucken mal, was die AfD-Richterin hier zu bieten hat, wo sie abgeholt wurde. Teil der vermuteten Terrorgruppe soll auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Malsack-Winkemann sein. Sie hatte erst vor kurzem vor Gericht die Rückkehr ins Richteramt erstritten. Eine amtierende Richterin als Putschistin? Am frühen Morgen drangen Polizisten schwer bewaffnet in ihr Berliner Haus und nahmen sie fest. Ein Ermittlungsrichter in Karlsruhe hat inzwischen den Haftbefehl bestätigt. Und die hier in so einem Plattenbau? Ja. Das ist das Jagdschloss der kleinen Leute. Ja. Aber war so ein bisschen amerikanisch jetzt hier. Action News, ne? Komm, komm, wir gehen da noch rein. Können wir da rein? Komm, lass das rein, komm. Machen Sie die Tür auf. Hier ist die Polizei. Von welchem Staat denn? Sie ist jedenfalls... Also hier ist eine sehr große Ungleichheit innerhalb der Gruppe, was Jagdschloss, Verfügbarkeit und Plattenbautüren angeht. Sie stellen uns in den Tagesthemen die Richterin noch ein bisschen vor. Birgit Malsack-Winkemann, Berliner Richterin und Ex-AfD-Abgeordnete, die schon mit ausländerfeindlichen Reden zum Thema Flüchtlinge auffiel. Dass diese Ausländern stammen, in denen es Krankheiten gibt, die hierzulande vor der Flüchtlingswelle nur in überschaubarem Umfang vorhanden waren oder sogar als ausgerottet galten. Sie sollte in dem angestrebten neuen Staat nicht nur als Justizministerin eingesetzt, sondern auch Gesundheitsministerin werden, sondern bewaffneten Putschisten auch Zutritt zum Bundestag verschaffen, der ihrer Ansicht nach von einem Geheimbund beherrscht wird. Diese Idee finde ich besonders gut, dass die deutsche Macht, die politische Macht in Deutschland ist an den Bundestag gebunden. Hast du die Schwelle überschritten und dort das Kommando, regierst du Deutschland. Jawohl. So läuft es. Das ist einfach sehr gut. Ansonsten, sie reiten das Pferd, der Adlige und so weiter. Wirklich fast zu Tode hier in den Tagesthemen. Die Postkartenidylle des Jagdschlosses von Heinrich, dem 13. Prinz Reus, trügt. Der von seiner Familie verstoßene Adlige soll hier mit einer Gruppe aus Reichsbürgern, Rechtsextremen und Querdenkern Dinge besprochen haben, die Experten als brandgefährlich bezeichnen. Heute holte die Polizei den Nachfahren eines bis 1918 regierenden Adelshauses mit Haftbefehl aus seinem Frankfurter Haus. Er soll, zur Reichsbürgerszene gehört, mit ihnen einen Putsch geplant haben. Offen sprach er Verschwörungstheorien von Deutschland als Unterdrückungsstaat aus, der keine rechtskräftige Verfassung besäße. Er, der Prinz, sollte das Staatsoberhaupt im neuen Staate werden. So, während das hier ohne weitere Reflexion durchlief, heute Morgen oder gestern Abend so im Deutschlandfunk-Podcast, im Politik-Podcast, haben Sie es doch nochmal kurz angesprochen. Ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen den regionalen Fokus auf eine Person richten, die als der mutmaßliche Drahtzieherkopf dieser jetzt ausgehobenen Gruppe gilt. Das ist Heinrich der 13. Prinz Reus. Wobei das mit dem der 13. durchaus umstritten ist, habe ich mir jetzt haben lassen. Man würde ihn durch die Nennung des der 13. aufwerten. Aber ich glaube, das sind Adelsdiskussionen, die führen hier ein bisschen zu weit. Der Generalbundesanwalt führt ihn zumindest mit dieser Bezeichnung. Deswegen würde ich das jetzt auch einfach weiterhin tun. Ja, also. Wir haben uns ja auch, wir haben es ja mitbekommen, dass sich Friedrich Merz nicht groß dazu geäußert hat. Oder gibt es... Lass mich, Stefan, Sekunde, eine Sache noch zu dem Prinzen. Was mir dabei zu kurz gekommen ist, was der eigentliche Skandal ist, ist ja nicht seine adelige Vergangenheit, sondern seine aktuelle Berufstätigkeit. Der Mann ist Immobilienmakler. Das heißt, es gibt Menschen, die vertrauen dem ihren Grund- und Bodenbesitz an und sagen, verkaufe das für mich oder andere kaufen bei dem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dessen geistiger Zustand, sag ich mal so, nicht in irgendeiner Form auch seinen Geschäftskunden bekannt wäre oder sich mitteilen würde. Das heißt, dass jemand, der so drauf ist, dann einen, wenn man so will, gut bürgerlichen, ehrbaren Beruf einfach ausüben kann. Und keine Sau stört sich darum. Also. Das halte ich, das halt, das erschreckt mich eigentlich noch viel mehr. Immobilienmakler als bürgerlich und ehrbar würde ich sagen, das war einmal vielleicht zu deiner Zeit. Wenn ich an Makler heute denke und mir Geschichten anhöre, scheint es dann nur ums Geld zu gehen. Und der Beisenherz-Witz im Sinne von, Hauptsache er hat den richtigen Herrenmenschen-Ausstatter, dann funktioniert das schon mit in fünf Minuten des Business klären, indem man dann sieben Prozent der Kaufsumme einkassiert. in der Hinsicht, das mal dahingestellt. Ich werde für die Machen Auto kaufen, wenn er da so mit seiner Tolle zurückgekämmt kommt. Machst du noch was oder kommt da noch was? Yes. Was für mich ja entscheidend ist, nicht, dass der Prinz dabei war oder diese komische Richterin, sondern ehemalige Polizisten, Soldaten. Ja, das ist ja das Erschreckende. Genau. Und das ist ja die Frage, wie ernst nehmen wir das denn jetzt? Denn es ist ja auch inzwischen schon geübte Praxis und hier wieder hat man es toll gesehen, wie die AfD so kommt. Ja, ja, die Rollator-Revoluzzer und so. Wie sie sich so drüber lustig machen, ist ja alles gar nicht so gefährlich, die paar Waffen und so. Und Reichsbürgereinschätzung gibt es hier in den Tagesthemen. Wenn es um Verschwörungserzählungen gibt, ist so eine Grundidee immer, die Spinnen, die sind in Anführungsstrichen verrückt. Und das stimmt nicht. Das ist fachlich nicht richtig. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Wahnerkrankung, zwischen einer paranoiden Störung und dem Glauben an Verschwörungen. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Krankheitsbild zu tun, sondern mit einer politischen Ideologie, mit einer Wälz ist. Ich glaube, es stimmt beides, oder? Die sind doch irre und haben eine politisch gefährliche Ideologie, die so ein bisschen infektiös ist. In der Hinsicht, ja, man darf sich drüber lustig machen, dann muss sie trotzdem ernst nehmen. Das heißt, wir dürfen uns auch drüber lustig machen, aber wir hören gleich Haldemann im Gespräch. Er nicht. Und jetzt überprüfen wir gleich mal, ob sich auch drüber lustig macht. Ich sage, nein, macht er nicht. Lamberti gibt uns hier noch einen Hinweis. Was ja bei Verschwörungsideologien passiert ist, dass man ein absolut Böses erschafft und selber dann darum, sich selber auch als das absolut Gute sieht, dass die Welt befreien würde vor den angeblichen Verschwörern. Damit wird dann Gewalt wiederum gerechtfertigt. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass man hier nicht so sehr auf, die unterstellen uns eine Verschwörung, sondern die schließen ihren ideologischen Kreis auch über dieses, und deswegen sind wir die Guten, dass man deren Erzählungen nochmal aufgreift. und dann auch bekannt macht, damit man, wenn man ihr begegnet, dann auch weiß, ah ja, okay, alles klar. Weil das sehr viele Menschen anderen Menschen unterstellen, eigentlich Reptilien zu sein oder so, schön und gut. Aber wie das auf das Selbstbild dann da einwirkt, das sollte man sich auch nochmal anschauen. Also, Haldevang ist ja unser Verfassungsschutzpräsident Bund und er folgt auf, wie heißt er nochmal? Dings. Na? Der Beste hier. Hier, er hier. Ich stehe nicht zur Wahl. Richtig. Aber wenn ich zur Wahl stünde, würde ich sagen, ich kann jeden verstehen, der mich wählt, weil ich einfach gut bin. Weil ich einfach gut bin. Und jetzt hören wir mal, wie sich Haldevang auch von ihm semantisch distanziert. Und wir wollen dazu sprechen mit Thomas Haldevang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Guten Abend, Herr Haldevang. Guten Abend, Frau Abbot. Warum jetzt die groß angelegten Razzien? Gab es konkrete Hinweise auf einen Staatsstreich? In der Tat. Wir haben diese Gruppe, gegen die heute Exekutivmaßnahmen durchgeführt wurden, schon seit einigen Monaten auf dem Visier. Auf dem Visier. Das kennt man sonst nur aus der Formel 1. Wo ist unser Radarschirm? Haben wir keinen Radarschirm, Thilo? Ach so. Kluge Leute, die vielleicht gar nicht so auf dem Radar von Journalisten sind. Das finde ich gut. Ah, hier noch einen. Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Person haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht. Also neu ist jetzt. Tiefmaßnahmen durchgeführt wurden, schon seit einigen Monaten auf dem Visier. Wir haben sie jetzt auf dem Visier. Das ist schon mal besser. Das ist ein Fortschritt. Ja. Haldevang zum Ausmaß des Problems. Für wie gefährlich halten Sie denn die Reichsbürgerszene? Ja, wir haben inzwischen ja mehr als 21.000 Personen, die wir dieser Szene zuordnen. 10 Prozent definitiv gewaltorientiert. 2.000 gewaltorientierte Reichsbürger. Es wurden jetzt 52 hier hops genommen. Das ist eine ganz schön kleine Quote. Nicht, dass sie hier irgendwie Pulver verschossen haben. Im Sinne von, schaut euch mal an, wir brauchen 3.000 Polizisten, um 50 Leute festzunehmen. Wir haben aber eigentlich 2.000. Wenn die sich mal ordentlich organisieren würden. Also es könnte auch eine Disziplinierungsmaßnahme ins Milieu gewesen sein. Ach, hier, komm, die haben den Heinz abgeholt. Ja, ja. Dann lachen wir nochmal drüber. Also die lachen vielleicht mehr darüber als wir, wollte ich sagen. Ja, mit Sicherheit. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch ein rechtsstaatliches Problem. Für eine Hausdurchsuchung und Razzia brauchst du eine richterliche Anordnung. Und die ist natürlich an bestimmte, sehr konkrete Gefahrenlagen gebunden. Das heißt, es kann sogar sein, dass die Strafverfolgungsbehörden oder Sicherheitsdienste sehr viel mehr eigentlich gerne durchsucht hätten. Aber dann gesagt haben, nee, für den und den kriegen wir gar keinen Durchsuchungs- oder Haftbefehl. So, das ist auch wieder vermutlich eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ja, genau. Also hier nochmal genau dranbleiben. Dass die Zahl, dass die Quote so gering ist. Wenn das Gelächter überbringt, den 13. verflogen ist, was dann vielleicht noch aufzuräumen gilt. Haldemann sieht jedenfalls schon so ein bisschen Gefahr im Verzug. Erinnert mal an die jüngste Geschichte. Wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder Fälle erleben müssen, wo Reichsbürger bei entsprechenden staatlichen Maßnahmen auch Gewalt gegenüber Polizisten eingesetzt haben. 2016 wurde bei einer Maßnahme ein Polizist in Bayern erschossen. Und auch in diesem Jahr gab es wieder, nicht tödlich, aber Schüsse gegen Polizeibeamten mit mehreren Verletzten. Also insofern muss man tatsächlich die Gewalt dieser Gruppe sehr ernst nehmen. So, ernst nehmen, aber wen? Reichsbürger, Rechtsextreme? Gibt es da Milieuunterschiede? Sie haben selbst heute gesagt, dass Reichsbürger immer mehr Zulauf bekommen. Inzwischen sollen es mehr als 20.000 sein. Warum ist das so? Ja, es hat sich auch so eine merkwürdige Mischung inzwischen ergeben. Die Trennlinien sind nicht mehr so scharf. Wir sehen eben Reichsbürger, die gemeinsam mit Personen aus dem Rechtsextremismus agieren, aber auch aus der Verschwörungstheoretiker-Szene. Viele QN-Leute fühlen sich auch angesprochen durch die Reichsbürger-Ideologie. Und so kommen eben auch unterschiedliche Gruppierungen zusammen, die ein Ziel eint. Sie wollen diesen Staat, sie wollen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden. Umsturzgedanken. Das ist es. Zumindest hier, wenn Umstürze geplant werden. Gefahr im Vollzug. Und jetzt ist ja die Frage, was will die AfD eigentlich? Die will ja auch so ein bisschen, die stellt ja auch Systemfragen. Wir wissen ja noch, wie die CDU und die CSU immer allergisch auf die Linken und deren Systemfragenstellung. Wie nah... Das Lustige ist, was er gerade beschrieben hat, das denken die Rechten in Deutschland ja über die Klimakleber. Genau. Alle unterstellen sich dasselbe. Ihr führt eine Klimadiktatur ein, ihr stürzt ja das System. Aber wir unterstellen den Reichsbürgern das ja nicht. Und die sind rechtsextrem. Die wollen das. Und die andere Seite unterstellt es der anderen Seite. Im Grunde ja. Genau. Und jetzt ist die Frage, was will die AfD eigentlich? Wo tendiert die denn so hin, wenn die so, naja, im Bundestag eben entsprechend auftreten? Haldemann zeigt sich hier an einem Punkt wenig überrascht und sagt auch, das sollte uns auch wenig überraschen. Ja, wir sehen durchaus eben eine Nähe der Rechtsaußenparteien in das Spektrum Reichsbürger und Selbstverwalter hinein. Das haben wir auch bei den großen Demonstrationen im Corona-Zusammenhang hier in Berlin erlebt, als Reichsbürger und Rechtsaußenparteien, aber eben auch AfD-Mitglieder gemeinsam marschiert sind. Und diese Nähe ist durchaus vorhanden und kann nicht überraschen. Ja, da kennt man sich, wollte er, glaube ich, sagen. Ja gut, aber das ist natürlich auch immer opportunistisch, wenn quasi Proteste sind, dann hängen die sich überall ran, um den Staat zu delegitimieren. Ja, aber es gibt dann doch, sagen wir mal, die politischen Ämter, also Mandate, die vergeben werden, dann Protestgemeinschaften, dann das Publikationswesen, das sich ja dann auch wieder, da muss man ja echt schon die Frage stellen, wo hängt Kretschmer da, wenn er da mit den Publizisten in Sachsen gemeinsam auftritt und so. Das ist alles drunter und drüber. Also ich frage mich wirklich, wo war Merz? Ja, also diese Frage, warum hat Merz dazu drei Tage nichts gesagt? Und hat er seitdem was gesagt? Mir ist nichts im Ohr. Die beschäftigt mich so ein bisschen. Ich frage jetzt, warum er das nicht macht. Ja. Was hat er da für ein zögerliches und so weiter? Oder will er sich damit niemanden verscherzen? Also das finde ich echt ein bisschen problematisch. Ja, ich glaube, also bei Merz ist es ja so, der geht ja immer dann in die Vollen, wenn er in irgendeiner Weise der Ampelkoalition oder der Ampelregierung eins reinwirken kann. Und bei dieser Sache hätte er das schlecht machen können. Er hätte, wie hätte Merz denn mit welcher Argumentation oder welchen Vorwurf hätte Merz gegenüber der Ampelregierung hier machen können? Er hätte sagen können, Prinz, komm in die Landsendung, dort schlage ich dir vor, hol dir ein Mandat und dann kannst du hier mitmachen. Genau. Das hätte seine Rolle als CDU-Vorsitzender und Oppositionsführer mächtig gestärkt. Ey, wieso klingelt es hier? Ich muss noch mal kurz, ich glaube, ich muss das Reich retten. Jetzt reicht es. Das ist auch gerade geklingelt. Jetzt reicht es. Jetzt reicht es, Bürger. Ich meine, man könnte es ja auch ein bisschen machtzynisch sehen und so auslegen wie bei Trump, als da ja Charlottesville war, da hat er ja auch nicht verurteilt. Mit dem Hintergrund, naja, das werden irgendwann, beziehungsweise das sind meine Wähler, beziehungsweise das sollen meine Wähler sein und jedes Prozent zählt. Könnte bei Merz auch sein. Also, CDU ist eine rechte Partei, keine Rechtsaußenpartei, aber eine rechte Partei und vielleicht sagt er sich, kommt auf jede Stimme an. Wenn ich da jetzt in die Maschen trete, ah, nein, 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 nein. Weiß ich nicht. Also, man kann das ja nicht. Nachher ist politisches Handeln, setzt sich ja meistens aus Bündeln von Motiven zusammen. Es ist nicht ein einzelnes alleine und ich glaube, sein Kalkül, da erst mal nicht in die Vollen zu gehen, nach meinem Bauchgefühl vielleicht auch, war dieses Kalkül, ich kann da mit der Regierungskoalition eigentlich nichts am Zeuge flicken, wenn ich mich da so richtig reinhänge. Das war, glaube ich, das stärkste Moment, was ihn da sozusagen daran gehindert hat. Wenn man ihn jetzt journalistisch mit der Kamera überfallen würde und sagen würde, Herr Merz, was sagen Sie denn dazu, zu diesen Reichsbürgern und der Razzia und so, dann hätte er sich natürlich geäußert und dann auch pflichtgemäß gesagt, dass das alles furchtbar ist und entsetzlich und demokratiegefährdend. Das hat er ja gesagt. Liebe Freunde, das ist alles dummes Zeug. Ja, genau, genauso. Ich glaube, er hätte gesagt, ich habe Heinz gesagt, er soll es nicht machen, aber er glaubt nicht an meinen Staat. Ja. Aber gerade, weil dieser Mann Bundeskanzler werden will, sollte er vielleicht nicht immer nur alles daran auslegen, was ihm jetzt als Oppositionsführer gut tut. Also ich fühle mich als Zeitungsleser und als Mitglied dieser Partei nicht ausreichend informiert. Ja, er hat zu wenig Radio gehört. Die Kotwürde und so. Es gibt einen Kommentar von Michael Götchenberg. Im Grunde fällt Ihnen auch nicht viel dazu ein. Der Umsturzversuch stand nicht unmittelbar bevor. Alles nicht so schlimm. Aber wer all das nur belächelt, begeht einen Fehler. Meine Kollegen von eben. Ja, Reichsbürger sind Spinner. Was sonst soll man von Leuten halten, die behaupten, dass es den Staat Bundesrepublik Deutschland in Wahrheit gar nicht gäbe? Doch wenn Reichsbürger Waffen haben, sind sie brandgefährlich. Ja, das finde ich witzig. Solange sie keine Waffen haben, kein Problem. Sondern erst dann. Es ist so. Na gut, aber auf der anderen Seite ist ja jetzt nicht verboten. Reichsbürger zu sein. Na ja, Reichsbürger zu sein, heißt ja, die Gesetze nicht anerkennen und so weiter. Und ich finde, längst vor Gewalteinsatz haben wir es hier mit Problemen zu tun. Ich meine jetzt ideologisch, Reichsbürger zu sein, solange du dich an die Gesetze hältst, die du ablehnt. Ja, dafür ist Deutschland zu dicht bevölkert. Wir sind ja hier nicht in Mississippi oder so. Ja gut, in der Lausitz vielleicht. Also im allerletzten Dorf der Lausitz von mir aus. Aber die sind ja überall. Ja, was macht denn so ein Prinz, Reichsbürger, wenn er ein Auto anmelden will oder so? Legt er dann, was legt er als Personaldokument vor? Vermutlich dann am Ende doch den Personalausweis einer Republik, die es gar nicht gibt. Aus Protest. Wieder der Protest. Wieder. Also die Parallelwelt hat ja dann in der Realen doch ihre Grenzen. Obwohl, wenn die Immobilien von solchen Leuten verkauft werden, du weißt nicht, von wem die Autos verkauft werden. Ja, genau. Genau so ist es. Alina Bucht stellt ja nochmal die absurde Frage, wie ich finde. Nach der Razzia vor zwei Tagen stellen sich viele Fragen, auch die nach der Sicherheit dieses wichtigen und symbolträchtigen Gebäudes. Aber lässt sich der Reichstag überhaupt schützen? Claudia Buckenmeier. Ein Haus fürs Volk. Das will der Bundestag sein. Offen und zugänglich. Doch schon jetzt müssen sich Besucher Kontrollen unterziehen. Einmal durch die Sicherheitsschleuse, bevor sie ins Gebäude dürfen. Kontrolle ja, aber nicht zu abschrecken bitte. So Abgeordnete aller Parteien. Ich meine, das kann man doch allenfalls über Bande hier thematisieren. Es geht doch hier um die Sicherheit der Personen, die diesen Staat entweder exekutiv oder legislativ oder jurikativ oder wie auch immer. Damit meine ich jetzt eben auch die Polizisten und so. Das Reichstagsgebäude. Das ist so ein bisschen wie die Börse hier in Frankfurt, die auch nur noch für die Fernsehkamera-Stars. Ja, da ist halt der echte Sitzungssaal drin und so. Aber ich weiß nicht. Hier wird doch zu viel Fokus auf das Gebäude gelegt, als ob das wirklich einen Unterschied machte, wenn da jetzt jemand einbrecher, dass man dann... Ja, doch, 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 doch. Ja, also jetzt, das hat jetzt auch eine biografische Komponente. Claudia Buckmeier war im vergangenen Jahr ARD-Korrespondentin in den USA. Und sie hat am 6. Januar vor dem Kapitol gestanden und musste ihre Live-Schalte abbrechen, weil diese Wahnsinnigen sozusagen gewaltsam gegen sie vorgegangen sind. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass, wenn du das erlebst, den Sturm aufs Kapitol, wenn du das persönlich erlebst, was so eine Szene tatsächlich real ausüben kann und machen kann, dass du das dann auch in Bezug auf den Bundestag, diese Erfahrung spielt dann in der Bewertung vermutlich auch schon eine Rolle mit. Ich versuche nochmal, das gleiche Argument zu machen, aber dem Bundestag kann man überhaupt nur symbolisch stürmen. Selbst wenn man richtig reinrennt, ist das nur symbolisch, denn die Mandatsträger können auch überall sonst tagen und sind beschlussfähig. Die müssen sich nicht zwingend, selbst wenn der Bundestag runterbrennen würde, muss der Staat nicht zwingend gefährdet sein, solange der Staat seine Mandatsträger und so weiter schützt. Also da wirklich auf die Menschen, auf den ideellen Charakter, wo ist hier die Macht angesiedelt. Die Macht ist nicht im Bundestag angesiedelt, sondern bei den Bundestagsabgeordneten. Und diese Konnotation, hier den Schutz auf die Personen oder den Schutz auf, ja gut, das Gebäude zu legen. Ja, aber die Orte haben auch eine Bedeutung. Warum hieß die Weimarer Republik? Weil das Parlament in Weimar tagte, im Theater und nicht in Berlin, wo es eigentlich hätte tagen müssen. Also das war schon ein Ausweichort, der nachher der ersten deutschen Republik den Namen gegeben hat. Das heißt, die Bedrohung von Orten der Politik sagt dann schon etwas aus über die Bedrohung einer Staatsform, einer Demokratie. Das finde ich nicht egal. Und genau dieses Upgrade möchte ich haben, dass der Bundestag beschlussfähig ist, selbst wenn alle nur in einer Videokonferenz hängen. Unabhängig des Wo. Einfach nur, es geht nur um die Institutionen, den Erwartungszusammenhang, die niedergeschriebenen Machtverteilungen und so weiter. Und nicht mehr das Gebäude. Ich finde, wir sollten uns, also im Sinne von, wenn jemand echt glaubt, einen Bundestag zu stürmen, bringt ihn in eine machtvolle Position. Da sollte echt nur noch Gelächter übrig bleiben künftig. So wünsche ich mir das. Ich weiß aber auch, wir hängen immer noch so sehr an unseren und so weiter. Die Fernsehkameras wollen ja auch was zu filmen haben. Ja, aber dann würdest du ja auch sagen, der 6. Januar in den USA, Sturm aufs Kapitol. Soll man dann da auch drüber lachen? Nee, weil da einfach Menschen gefährdet waren. Das ist es eben. Ja, und genau das hätte hier ganz genauso stattfinden können. Erstens, wenn in den Bundestag eingedrungen wird, wenn da entweder Sitzungswoche ist oder Ausschüsse tagen, dann sind auch im Zweifelsfall da Menschen gefährdet. Und zweitens, der Bundestag ist über unterirdische Gänge verbunden mit den Abgeordnetenhäusern, wo dann, selbst wenn im Bundestag, im Reichstagsgebäude niemand gewesen wäre, wer da reingeht, hat über die Gänge Zugang und Zugriffsmöglichkeit auf alle individuellen Abgeordnetenbüros. Also diese Gefährdung, die in den USA im Kapitol real gewesen ist, wäre auch hier einfach architektonisch, technisch möglich gewesen. Und weil das so ist, finde ich, darf man es dann nicht nur sagen, nö, ist ja egal, wo die sitzen. Ich finde es halt schade, dass wir immer noch so ans Gebäude gebunden sind. Als Corona war und der Bundestag nicht genug Platz bot, wurde ja Frank Walter auch im Paul-Löber-Haus gewählt. Da hat also die Bundesversammlung dann da zusammengetreten. Vielleicht kriegt man es nochmal so virtualisiert, wie man es in den Schulen abverlangt. Zu wenig Lehrer und Corona macht mal zu Hause Homeschooling. Ist zwar keine hoheitliche Aufgabe, aber diese Art von Virtualisierung wünsche ich mir hier irgendwie auch. Das wäre so ein moderner Schritt. Dass so ein Bundestagsabgeordneter da auch aus dem Zug, wo er nämlich Internet hat, dann einfach an einer Sitzung teilnimmt. Und nicht vor Ort sein muss und so. Gut, Bärbel Bass, und das finde ich eben gut, sie kommt im Finale, die sind wahnsinnig langweilig, dieses Gespräch mit Bärbel Bass. Ich nenne sie nur noch Bass, weil da wenig Bass bei rumkommt. Bass, Bass, brauchen Bass. Zumindest im Finale des Gesprächs hier an den Tagesthemen hat sie nochmal drauf Wert gelegt, dass wir ja den Bundestag für eins brauchen. Nämlich dann tatsächlich für nicht diejenigen, die die Republik ablehnen und dann den Bundestag zerstören wollen, sondern für die, die mal gucken wollen. Ich finde es hier gut. Wo arbeiten die eigentlich? Weil wir eben eine Demokratie haben, wo auch die Bürgerinnen und Bürger den Anspruch haben, als Besucher dieses Haus auch zu besuchen, auch unsere Plenarsitzung zu verfolgen. Diesen Anspruch möchte ich ungerne aufgeben. Deshalb müssen wir natürlich alles tun, was Sicherheit nach oben bringt. Auf der anderen Seite aber auch ein offenes Haus sein. Das ist eine Gratwanderung, die man diskutieren muss. Aber ich halte es dennoch für wichtig, dass dieses Haus nach wie vor auch ein offenes Haus, aber mit Sicherheitsbeschränkungen sein soll. Sagt die Bundestagspräsidentin Bärbel Bass. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Weil ich finde zum Beispiel, der Bundestag ist überhaupt kein offenes Gebäude mehr. Ich kann da nicht einfach so reingehen, wenn ich mal in der Nähe bin. Wieso kann ich nicht auf die Kuppel, weil es kein Betrieb ist und so. Jedes Mal muss man da durch diese Baucontainer und den ganzen Scheiß. Ich war deswegen seit, eigentlich als ich Schüler war, nicht mehr da. Und das ist blöd. Für Zivilisten ist das ein Heidenaufwand. Ja, und daran können wir jetzt mal arbeiten, finde ich. Hans und ich sind privilegiert. Wir haben unseren Jahresausweis. Wir können da reinmarschieren. Machen, was wir wollen. Genau. Ich will doch nur einmal noch auf die Kuppel mal gucken und aufs Dach und so. Ja. Das sollte möglich sein. Genau. Das haben wir die Reisbücher genommen. Finde ich nicht gut. Das mache ich mit Hans jede Woche. Also abends gehen wir dann mal Hand in Hand und dann gucken wir uns abends nochmal. Ich möchte nur darauf hin, Stefan, dass sozusagen das, was jetzt in den letzten zwei Minuten besprochen wurde, das sind doch Lobpreisungen Lobpreisungen auch für die Möglichkeit physischer Präsenz. Deswegen finde ich das nicht so ganz egal. Ich kenne ja auch Podcast-Betreiber, die auf der einen Seite ihre Podcasts sozusagen selbstverständlich digital und virtuell machen, gleichzeitig dann aber auch physische Präsenzveranstaltungen für Publikum machen. Das hat ja schon eine eigene Qualität und Dimension und das wünsche ich mir auch für Orte der Politik. Ja. Mir geht es nur darum, wenn ein Reichsbürger meint, er bombardiert jetzt mal den Reichstag als Gebäude, dann finde ich, sollte Deutschland handfunksfähig sein, dann sollte trotzdem am nächsten Morgen der Bundestag tagen können, um zu planen und zu entscheiden, was ist denn jetzt eigentlich Sache. Dass man das nicht den Reichsbürgern übergibt im Sinn von, ach ihr habt jetzt unseren Reichstag zerstört, schade, wir sind nicht behandlungsfähig. Nee, so wäre es ja auch nicht. Diese Art von Virtualisierung, die fände ich gut. Ja, das ist richtig. Das stärkt die Institution. Und den Zusammenhalt, wenn man sich darauf verlassen kann. Es macht gar keinen Sinn mehr, einen Reichstag anzugreifen. Kannst du auch als Touri jetzt wieder ein bisschen leichter reingehen, weil am Ende tagt der Bundestag, wenn der Bundestag tagt. Wenn die tagen, bin ich auch dafür, dass der Sicherheits, wenn die Menschen da sind, die Mandatsträger, aber wenn nicht, finde ich das so ein bisschen schade, dass der Bundestag da so abgeschottet ist, weil irgendwer in Thüringen im Jagdschloss mit der 13. Prinz da so einen Plan aushackt. Gut. Noch was Lokales? Ansonsten Katar, London, Ungarn, Ukraine, Schwarze Null, Iran, China. Alles lokal. Uiuiui. Ich will mich hier nicht reindrängeln. Nee, machen wir weiter. Soll ich mal weitermachen? Naja. Gut. Diese Iran-Sachen. Wir schauen uns das mal an. Wollen wir Iran nehmen? Ich glaube, ja. Wir nehmen mal Iran. Im Iran ist, das haben wir ja mitbekommen, seit ein paar Wochen jetzt schon, Revolutionsversuch. Wie betiteln wir es? Wir sind ja Beobachter von außen. Das spielt gleich eine Rolle. Wir sind nicht vor Ort. Niemand ist vor Ort. Man kann nicht einfach so hinreisen. Und wir sehen also auch nur Nachrichtenlagen von draußen. Zum Beispiel diese Nachricht hier. Putschversuch. Demokratischer Aufstand. Demokratischer Aufstand. Genau. Wir müssen mal drüber reden, was wir da sehen. Zum einen, es geht schon seit ein paar Wochen. Und jetzt sehen wir vielleicht Erfolge oder wie auch immer. Hier Nachrichtenlage 4.12. Iranische Sittenpolizisten sind bekannt für brutale Übergriffe. Sie nehmen Frauen fest, die ihr Kopftuch nicht entsprechend der rigiden Kleidervorschrift tragen. Solche Szenen gibt es im Iran seit Jahren. Nun soll der iranische Generalstaatsanwalt Montasseri gestern erklärt haben, die Sittenpolizei sei abgeschafft worden. Die seit 2006 patrouillierenden Sittenwächter unterstanden bislang dem religiösen Führer Ayatollah Ali Khamenei. So, 4.12., das ist nicht lange her. Neun Tage Sittenpolizei abgeschafft. In Deutschland so, ah cool, Sittenpolizei. Also habe ich ja auch gedacht, Sittenpolizei ist abgeschafft. Das ist ja ein Fortschritt, oder? Christian Sievers hat sich am 4.12. schon die Frage gestellt, ob vielleicht doch nicht. Die Demonstranten haben jetzt zu drei Tagen Generalstreik aufgerufen. Die Justiz kündigt an, die berüchtigte Sittenpolizei werde aufgelöst. Zeigt das, wie sehr der Druck steigt, oder versuchen die Machthaber ein Ablenkungsmanöver? Oder beides. Genau, es ist irgendwie beides. Druck steigt, also gibt man dem semantisch nach, aber strukturell nicht so unbedingt, denn die Institutionen verändern sich. Und die Meldung an sich hat ja auch nicht gestimmt. Also ich meine, es gab ja genug deutsche IranerInnen, die das dann erklärt haben, dass der Generalanwalt dort das gar nicht erstens bestimmen kann. Und zweitens, dass das ja Teil einer jeden Polizei ist. Und ja. Genau, es wurde nämlich schon am 4. damals auch gut eingefallen. Bei einer Konferenz gestern in Teheran sagt der iranische Präsident Raisi, die Methoden zur Umsetzung der Verfassung seien flexibel. Das deutet darauf hin, dass das Regime am Kopftuchzwang auch ohne eine Sittenpolizei festhalten möchte. Für morgen sind im Iran landesweit Streiks und Demonstrationen angekündigt. So, diese Kopftuch-Sache bleibt, wie sie ist. Sittenpolizei vermeintlich abgeschafft. Was bedeutet es? Gar nichts am Ende, weil geltendes Recht wird durchgesetzt. Und jetzt hören wir Jörg Brase, der uns 50 Sekunden lang erklärt, wie unklar auch ihm ist, was jetzt eigentlich Sachlage ist. Man muss jetzt erst mal sehen, ob diese Patrouille in der Sittenpolizei tatsächlich aus dem Straßenbild verschwinden oder ob jetzt andere Behörden diese Aufgaben übernehmen, das Kopftuchgebot durchsetzen. Und wenn ja, wie rigoros sie das tun. Was er ebenfalls gesagt hat, ist, dass es in den nächsten Tagen Diskussionen im iranischen Parlament geben soll. Und zwar zum Thema Kopftuchpflicht. Das klingt jetzt danach, als ob es da Reformen geben könnte. Auch das wäre jetzt nichts Neues. Auch das ist schon seit vielen Wochen diskutiert worden. Aber dass das Kopftuch komplett fällt in der Islamischen Republik, das halte ich für relativ unmöglich oder das wird sicherlich nicht passieren. Die Regierung aber steht unter Druck. Es gab heute wohl ein Krisentreffen von Präsident Raisi mit seinen Ministern, wo man über die Lage diskutieren wollte. Was dabei genau herausgekommen ist, das wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Ja, also wenn er schon nicht weiß, was Sachlage ist, dann können wir alle sagen, ja, da geht es wahrscheinlich weiter wie bisher. Also dann können wir es auch nicht sagen, denn auch Brasis Ausblick. Wie sich das jetzt entwickelt, das muss man in den nächsten Tagen sehen. Oppositionsgruppen hatten ja zu dreitägigen Demonstrationen aufgerufen. Jetzt muss man mal sehen, ob die Zahl derer, die auf die Straße gehen, wächst oder ob die Zuckerbrot- und Peitschepolitik der Regierung wirkt. So, am vierten, also alles kippst am vierten, sagt er noch hier, ja, es wurde jetzt für drei Tage Protest aufgerufen. Die drei Tage gingen ins Land und dann am 8.12. war die Nachrichtenlage wie folgt. Wir schauen zunächst in den Iran, denn dort hat das Regime heute mit aller Härte gezeigt, wie ernst es ihm ist. Mit allen Mitteln sollen die Proteste gestoppt werden. Dafür wurde heute eine unmissverständliche Botschaft gesendet an die Menschen, die überall im Land auf die Straße gehen. Es droht die Todesstrafe. Einige solcher Urteile wurden in den vergangenen Wochen schon gesprochen. Heute wurde das erste Todesurteil vollstreckt gegen einen Demonstranten im Iran. So, und da, finde ich, ist doch dann wirklich die Grenze überschritten. Also, alle Semantik hin und her, was da kommuniziert wird. Wenn Todesstrafen vollstreckt werden gegen die eigene Bevölkerung, wegen Auflehnung, gegen die Regierung, dann muss doch Deutschland auch was tun, oder nicht? Vorher war es mir auch ein bisschen unklar. Aber jetzt? Was sollst du denn tun? Das ist die Frage. Was tun? Wir hören ja gleich Antworten, was Baerbock so tut, was Steinmeier tut. Aber ich bin mir hier nicht so sicher, ob hier nicht doch eine... Das Problem ist ja, die revolutionären Kräfte brauchen mehr Unterstützung in der Bevölkerung. Und jedes Regime wird quasi Einmischung aus dem Ausland als Beweis für ha, 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 guck doch mal, wer da wirklich hinter steckt vermuten. Ja, aber ich... Ja, es muss was getan werden, aber... Also, für mich ist hier eine Grenzüberschreitung in der Hinsicht, dass hier zum Beispiel, ich jetzt von außen beobachten würde, das ist ein Bürgerkrieg. Regierung gegen Bevölkerung. Anders als vorher, wenn hier Todesstrafen vollstreckt werden, ist es Bürgerkrieg. Und was bedeutet denn, gilt auch irgendwie dieses Welchstrafrecht, keine Ahnung, egal wo, Kriegsrechtsverletzungen und so weiter. Und dazu gehört dieser Mord, der da einfach... Also, Todesstrafe ist ja ein vollziehender Verzug und ein Mord. Dass man das dann auch entsprechend schon mal ankündigt zu ahnden, also, dass keiner der involvierten Politiker, Richter oder Sonstiges jemals wieder irgendwo auf der Welt, jenseits iranischer Grenzen, sicher ist vor Verhaftung und Verurteilung. Ich meine, das, was wichtig wäre, was wir jetzt machen könnten, diese Todesvollstreckungen immer wieder zu senden, weil die Iraner gucken ja auch wahrscheinlich andere Medien, dass genau die Teile der Bevölkerung, die sich, die sagen jetzt auch, ist mir scheißegal, was da gerade auf der Straße passiert, dass die politisiert werden und die vielleicht aufwachen und sagen, okay, jetzt reicht's, das kann nicht sein. Das wäre dann so ein Streaming-War, denn die Todesstrafe kommt ja auch nicht ohne so einen medialen Anspruch des Regimes einher, nämlich abzuschrecken. Und hier auch, und das ist ja dann auch gezielt nochmal richtig mit Demütigung. Es ist ja nicht nur die Todesstrafe. Für die einen ist Abschreckung, für die einen ist Aufschreckung. Genau, es ist eben auch diese Demütigung voran. Heute Vormittag verbreiten regimnahe Kanäle dieses Video in den sozialen Medien. Es soll die Schuld von Mohsen Shekhori belegen. Unterlegt mit dramatischer Musik und dem Einsatz von animierten Gewaltszenen inszeniert das Regime ein zweifelhaftes Schuldbekenntnis. Beobachter gehen davon aus, dass das Geständnis unter Folter und Zwang entstand. Das habe System in der Islamischen Republik, erklärt Arif Keskin, iranisch-türkischer Politologe. Ja, also ich bin hier irgendwie für eine Grenzüberschreitung auch in der Semantik. Also wir haben es ja jetzt, also in der handhabbaren juristischen Semantik. Ich glaube, man sollte jetzt irgendwie mit so einer, was dann auch, was politisches Handeln folgenreicheren Zuschreibungen angeht, hantieren. Also hier nicht von, naja, es ist eine Revolution oder so, sondern hier ist Krieg, Regierung gegen Bevölkerung oder Bevölkerung gegen Regierung, wie auch immer man es dreht, aber das ist ein Kriegszustand, der dann auch anders beobachtet werden muss. Das ist noch kein Kriegszustand. Naja, findest du nicht. Das ist ja, also solche verzogenen Todesstaaten. Das hat Nathalia Miri auch nochmal erklärt. Also das Regime hat da noch einige Sachen in der Hintergrund. Ja, man kann Krieg immer noch eskalieren und so, aber das ist doch. Ja, aber wir haben auch keinen Bürgerkriegszustand in China. Wo auch Tote. In China ist ja auch, ups. Da werden auch Todesstrafen vollstreckt. In den USA werden auch Todesstrafen vollstreckt. Also weil du vorhin gesagt hast, Todesstrafe an sich sei ja so. Ja, aber der Unterschied ist ja, wir haben es ja, also die amerikanische Todesstrafe, dass nämlich der Staat sozusagen als Rächer auftritt zwischen zwei Privatpersonen und der eine davon hat sein Leben verloren, also soll der andere auch. Jemand, der in Amerika die Todesstrafe bekommt, tut das ja nicht, weil er den Staat angegriffen hat. Das ist ja hier anders. Diese Art Todesstrafe ist ja eine Verteidigungshaltung des Regimes. Ja, die Todesstrafe, die ich glaube gestern vollstreckt wurde, war ja auch, haben wir alle gesehen, auf Grundlage eines Videos, dass das überhaupt nichts liefert, das zeigen sollte, dass der dann Hingerichtete selber mit der Pistole gegen Sicherheitskräfte vorgegangen ist. Das ist genau auch so eine Form von sich selbst legitimieren wollender staatlicher Rache wegen einer terroristischen Attacke. Das ist aber, ich bin da bei Thilo, ich finde, das ist kein Kriegszustand, sondern das ist demokratischer Aufstand und der für das System, der das System infrage stellt, das eben als autoritär-diktatorisches Regime sich selbst konstituiert. Dagegen gibt es einen Aufstand, der ist von der Zielsetzung her existenzgefährdend für das Regime. Deswegen versucht das Regime mit Mitteln des innergesellschaftlichen Terrors sich zu stabilisieren. Das ist aber noch kein Krieg. Wenn die Taliban in Afghanistan Aufmüpfige gerade auch hinrichten, weil die sich gegen die Taliban wenden, dann ist das auch kein Bürgerkrieg. Also, ich hänge mich hier mal auf an dieser Anklageformulierung, die Madhya Slomka mal formuliert oder zitiert. Verurteilt und hingerichtet wegen Kriegsführung, wegen Gott. So begründet das iranische Regime, dass es heute einen 23-Jährigen getötet hat. Also, die unterstellen denen Kriegsführung gegen Gott. Und mit Gott meinen sie ja sich selber. Also, die reagieren hier auf eine Kriegsführung, die sie beobachten. Die sehen sich an. Nein, du machst dir jetzt doch gerade das Wording, das Narrativ des Regimes zu eigen, wenn du das akzeptierst. Ja, aber ich sehe ja auch da einen Krieg. Also, wenn die Regierung sagt, das ist ein Krieg, dann sage ich, ja, stimmt, das ist ein Krieg. Und den sollten wir dann von außen auch mal anders beobachten. Vor allem mit anderen Schlussfolgerungen. Ja, dann legitimierst du auch die USA im Krieg gegen den Terror. Also, Krieg ist nicht deswegen Krieg, finde ich, für journalistische Beobachter, dadurch, dass ein angegriffenes Regime es zum Krieg erklärt. Ja, aber... Wenn ich das übernehme, sie legitimieren ihre innergesellschaftlichen Terrorakte damit, dass sie sagen, uns wird, wir müssen uns gegen einen Krieg verteidigen. Wenn ich sage, okay, wenn der Staat das sagt, die Herrschenden, das Krieg ist, dann übernehme ich das mal, dann legitimiere ich die damit. Ja, aber wenn Amerika im Krieg gegen den Terror ist und in Pakistan amerikanische Drohnen Menschen erschießen, dann würde ich doch sagen, ja, stimmt, das ist ja auch eine Kriegshandlung und die sollten wir dann mal richterlich zum Beispiel in Deutschland überprüfen, ob diejenigen, die da geschädigt wurden, nicht tatsächlich Ansprüche gegen Amerika gelten machen können, weil ja einfach auch Kriegsrechte verletzt wurden. Und diese Prozesse werden ja immer angeleiert und dann kommt irgendwer und sagt, naja, es ist ja nicht richtig Krieg, wir können Amerika nicht so beobachten unter dieser Maxime. Und ich sage, nee, doch, die führen auch einen Krieg gegen den Terror. Auch in Pakistan. Es ist einfach eine extreme Form staatlicher Gewalt, die wir nicht kennen. Aber die Ausführung von staatlicher Gewalt, die wir ablehnen, heißt nur nicht, dass das Krieg ist. Ja. Na, wie auch immer. Mir geht jedenfalls... Baerbock macht ja keine Todesstrafenkonferenz oder Anti-Todesstrafenkonferenz und begründet das damit, dass der Krieg überall aufhört in den Ländern. Also mir geht hier... Also das Verhalten der deutschen Politiker ist so ein bisschen... Weiß nicht, bei Baerbock kam natürlich nur dieses... Die Botschafter wurden einbestellt. Und als Reaktion auf die Hinrichtung im Iran hat Außenministerin Baerbock den iranischen Botschafter einbestellt, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Die Proteste im Iran und ein Regime, das mit äußerster Härte reagiert. Dazu die Meinung von Susanne Glass vom Bayerischen Rundfunk. Ich habe einen Kloß im Hals, wenn ich darüber nachdenke. Mohsen Jeqari war 23 Jahre alt. Seine nächsten Lebensjahrzehnte wollte er in Freiheit gestalten, in einem Iran, in dem Menschenrechte geachtet werden und Frauen selbst entscheiden, wie sie sich anziehen. Für diesen Traum wurde der junge Mann hingerichtet. Ja, also ich finde, keine Ahnung, wir haben ja jetzt dieses schöne Weltstrafrecht und so. Für mich sind das Handlungen, die da mit runterfallen, diese involvierten Entscheidungsträger und Vollzugsbeamten oder wie auch immer, die können nicht mehr außerhalb des Irans, vor allem nicht auf europäischem Boden oder so, irgendwie einfach als Besucher und Touristen hier vorbeikommen. Die müssen auf die Liste. Und Steinmeier, das finde ich schon fast absurd, Steinmeier kommt aus seiner komischen, vermittelnden Irgendwas-Rolle nicht raus. Das ist nur ein Wort, das mich hier stört, aber es ist unglaublich. Heute nun hat Bundespräsident Steinmeier vor Vertretern der iranischen Zivilgesellschaft mahnende Worte in Richtung Iran geschickt. Meine Damen und Herren, ich appelliere eindringlich an die religiöse und politische Führung in Teheran. Stoppen Sie die Gewalt gegen Kinder, Frauen und Männer, die auf den Straßen und Plätzen des Iran friedlich demonstrieren. Friedlich demonstrieren. Das ist natürlich der hehre deutsche Anspruch. Demonstrationen bitte nur friedlich, nur ohne Kartoffelbrei und so. Aber im Iran kann man doch jetzt nicht den Anspruch haben, dass dort bitte friedlich diskutiert wird. Alle anderen dürfen niedergeschossen werden, aber bitte nicht die friedlich Demonstrierenden. Das finde ich wirklich, das ist... Zwei Sachen, weil du sagst, du wünschst dir, dass die Politik was tut. Die Politik könnte ja auch sagen, hey, so wie bei Russland, wir machen dort Sanktionen, beziehungsweise sagen unseren deutschen Firmen, dass dort in Russland kein Handel mehr getrieben wird. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner des Irans in Europa. Dort passiert aktuell gar nichts. Die Bundesregierung hält da die Füße still. Die Deutschen... Können sie immer noch an diesem Abkommen festhängen, oder was? Siemens und Co. Guck mal nach, wer die großen deutschen Konzerne sind, die im Iran mit dem Regime Geld verdienen. Dort könnte man was machen. Dann würde man sich auch selbst schaden, aber da könnte man sagen, okay, dann machen wir was. Und das andere ist, warum sie meiner Meinung nach so vorsichtig formulieren, ist, naja, was ist, wenn die Revolution dann doch nicht funktioniert? Dann müssen wir mit diesem Regime auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterarbeiten. Ja, das sind die Fehler. Fehler, ja. Nee, aber wenn du jetzt alle Brücken abbrennst, dann machst du vielleicht noch mehr kaputt als, äh... Ja, Amerika hat ja schon alle Brücken eingerissen, sozusagen. Auch für alle anderen. Ja, den Fehler sollten wir nicht machen. Findest du? Ich finde, irgendwann sind Grenzen überschritten. Also, wenn ein Regime so hart gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, muss die Botschaft international sein. Und ja, dann machen immer nicht alle Länder mit und die orientieren sich dann um und verkaufen dann ihr Zeug, was weiß ich wohin, aber das mal außen vor. Ja, aber, aber, aber Stefan, politische Prozesse und soziale Prozesse als politische... Hans, du musst ein bisschen lauter werden. Okay, alles klar. Ja, 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 okay, sorry. Also, politische Prozesse, äh, die bauen sich ja auf, die entwickeln sich. Und ich würde zum Beispiel die These gar nicht falsch finden, dass, äh, die Trumpsche, äh, aggressive, der Trumpsche aggressive Abbruch gegenüber JCPOA und so weiter, gegenüber dem Iran, es dem iranischen Regime leichter gemacht hat, Terror und Druck gegen die eigene Bevölkerung auszuüben. Weil sie haben, Trump hat damit, äh, dem Regime die Möglichkeit gegeben, die USA kollektiv zum Feind zu erklären und dem Westen, äh, sowieso. Ähm, und damit den Druck und den Terror gegen die, äh, Teile der iranischen Bevölkerung, die Demokratisierung innerhalb der Gesellschaft wollen, ähm, die zu unterdrücken. So, also, das, wo du sagst, Menschenskind, wir müssten doch eigentlich auch mal jetzt so ähnlich, wie die Amerikaner da komplett aussteigen. Ich würde eher sagen, ach so, das klang dann eben so. Ich meinte nur, die Amerikaner haben ja. Und während wir Deutschen immer an diesem, nee, wir wollen ja doch noch diese Verträge und so weiter, sind die Amerikaner einfach vorgestürmt. Sonst hängen wir uns ja immer an die amerikanische Haltung irgendwie dran. In dem Fall aber nicht. Und das führt eben immer wieder zu solchen problematischen, wie zu lange mit Russland kooperieren, selbst nach der Krim, das nicht zu überdenken. Oder jetzt beim Iran auch wieder, ja, was ist denn, wenn das Regime sich durchsetzt? Und da würde ich sagen, da sollte man jetzt einfach konsequent bleiben und sagen, mit Khomeini, egal ob er sich noch durchsetzt, gibt's nie wieder deutsche Beziehungen auf ökonomischer, politisch ja, viele Gespräche, aber keine ökonomischen Zusammenhänge. Die werden einfach rigoros verboten. Und in deren Sicht, ja, Trump hat, aber das ist dann eben, Amerika ist halt wirklich ausgeschert aus der demokratischen und Wertegemeinschaft, hat sich kurz in Autokratie verwandelt. Was wäre gewesen, ja, wenn Trump dann nochmal wiedergewählt worden wäre. Und ich glaube, und ich glaube, Trump hat damit am Ende Khomeini gestärkt. Genau, hat er auch. Und das ist ein echtes Problem, weshalb es umso wichtiger ist, dass man jetzt einfach die klare Grenze zieht. Ja, okay, würden wir dann auch nochmal das Regime stärken? Das ist doch Hans Punkt. Wenn wir jetzt das machen, was du jetzt gerade gesagt hast, dann würden wir vielleicht das Regime am Ende auch wieder stärken. Ah, das glaube ich nicht. Der Westen wird gebraucht als Handelspartner. Wenn der da ausfällt, ist das für diese Länder einfach schwer. Ja, und deswegen geht es, also ich bin mir relativ, erstens, ich bin völlig dabei, dass es nicht reichen kann, Botschafter einzubestellen und sozusagen als Bundespräsident mahnende Worte zu sprechen, sondern in der Tat, es muss in Beschlüsse und Handlungen gehen, die auch die Herrschenden dann am Ende treffen. Das sind wirtschaftliche Sanktionen, die werden aber nicht als im nationalen Eingang machbar, Alleingang machbar sein, sondern da sind wir wieder bei der mindestens europäischen, wenn nicht globalen Ebene. Dafür bin ich sehr und ich bin auch überzeugt davon, dass das kommen wird. Da wird die EU, wird nicht einfach sagen können, Gott, ja, wir machen jetzt hier, wir lassen zu, dass wirtschaftlich Business as usual weiter betrieben wird. Da sind wir, glaube ich, über den Punkt sind wir weg und ich wünsche mir sehr, dass das schneller geht. Man kann es aber nicht, denke ich, nicht jetzt sagen und morgen beschließt das Bundeskabinett, es darf keine Handelsbeziehung oder ökonomischen Beziehungen mit dem Iran mehr geben. So geht es nicht. Ja, ich war jedenfalls, bin immer mehr beeindruckt, wie man das mit Russland damals gemacht hat, so schnell, so viel zu entscheiden und zwar schon mit so einer Maxime, selbst wenn Putin jetzt den Krieg nochmal gewinnt und es ist nochmal zehn Jahre Befriedung oder so, diese Sanktionen werden nicht zurückgebaut, solange Putin da so regiert oder überhaupt Putin regiert und das ist ja die Botschaft, die da steckt. Ja, das ist richtig, natürlich, aber Putin führt eben auch einen Angriffskrieg gegen eine andere Nation und das ist eine andere Dimension als der innergesellschaftliche Terror, den die Mullahs gegen die, äh, die Mullahs gegen die Kumenis, gegen die eigene Bevölkerung. Genau, und das finde ich gut, wenn wir hier diesen Bürgerkriegskarakter, ich weiß, damit stehe ich alleine, aber wenn wir diesen Bürgerkriegskarakter hier nochmal in die internationale Politik rein bekäme und sei es erstmal nur über diese Androhung, wir arbeiten das, wir beobachten das und es wird juristisch alles so weit aufgearbeitet, dass jeder, der uns in die Finger fällt, da auch verurteilt wird. Am Ende muss die Bevölkerung dort das alleine, also diesen Umsturz alleine hinbekommen. Nicht alleine, aber selbst. Sorry, selbst hinbekommen und zwar ohne Einfluss aus dem Ausland, weil dann genau diese Spirale wieder anfängt, weil erinnert euch an, wie war es, 54, da haben die Briten und Amis den demokratischen Präsidenten gestürzt, dann kam der Schar an die Macht, der war dann immer unter, also zu Recht kritisiert, naja, das ist so eine amerikanische Puppe und dann haben die Mullahs beziehungsweise die Islamisten übernommen, genau aus dem Grund. Ja, genau diese Geschichte begegnet uns ja auf allen Ebenen immer wieder, sehen wir ja auch in Pakistan und Afghanistan und Indien und überhaupt. Im heutigen Kanal zeigen sie nochmal eine Aufnahme von diesem jetzt als allerersten verurteilten und auch schon vollstreckten jetzt Toten, Protestierenden. Denn es gibt Aufnahmen davon, wofür er verurteilt wurde und Steinmeier mit seinem Wenn die so friedlich demonstrieren, sollte man nichts gegen tun. Nein, da demonstriert natürlich niemand friedlich. Mahan Sadrath könnte der Nächste sein, der sterben muss, weil er an den regierungskritischen Protesten teilnahm. Morgen könnte er hingerichtet werden, weil er ein Mitglied der Basij-Milizen angegriffen, vom Motorrad gestoßen und dieses angezündet hatte. Gefährdung öffentlicher Sicherheit und Ordnung, Terrorismus, Krieg gegen Gott lauteten die Gründe für das Todesurteil. Neben Sadrath warten angeblich noch rund 20 andere Todeskandidaten auf ihre Hinrichtung. Ja, also man kann alles einpreisen, finde ich. Ja, es war eine Gewalttat, ja, der hat das Motorrad zerstört, das ist schon mal Sachbeschädigung, hat den Typ vom Motorrad zerrissen, ohne zu wissen, was mit dem da vielleicht passiert. Ist auch eine gefährliche Aktion gewesen, aber dass sie es hochchassen auf Krieg gegen Gott und damit eine Todesstrafe rechtfertigen, zeigt mir, dass hier sind die Grenzen überschritten. Das ist einfach krass. Ja, natürlich und deswegen ist es auch richtig zu sagen, der Charakter der Demonstrationen des gesellschaftlichen Aufstands ist ein friedlicher, gemessen in der Relation. Das ist wie in Belarus, die Demonstrationen in Belarus gegen die gefälschten Wahlen war ein friedlicher, selbst wenn es da auch von Seiten der Demonstranten und Widerständler im Einzelnen auch Gewaltaktionen gegen die Geheimpolizei gab. Der Charakter der Demonstrationen des Protestes war ein friedlicher und so würde ich auch das, was Steinmeier sagt, interpretieren. Er benutzt diesen Terminus friedliche Demonstrationen, um deutlich zu machen, dass die Gewalttaten des Regimes gegen die eigenen Bürger keinerlei Legitimation hat. Richtig. Das Ganze sollte auch nochmal eine Lehre sein, an wem wir alles Waffen liefern. Gut, wir haben jetzt nicht an Iran Waffen geliefert, aber wir liefern fleißig an Ägypten, wo es eine Militärdiktatur gibt. Das heißt, dort wird auch irgendwann mal wieder ein Aufstand kommen. Wir liefern an Saudi-Arabien. Die werden sie auch irgendwann befreien oder befreien wollen und dann werden auch unsere Waffen gegen diese Menschen eingesetzt werden. So ist es. Was ist los im Norden? Willst du keine Clips spielen? Sind wir immer noch in der ersten Runde. Also, wir fangen mal mit was auch Schrecklichem an. Ich wollte es letztes Mal schon mitbringen, aber jetzt habe ich gleich die Auflösung mit dabei. Es hat ein Flüchtlingsheim gebrannt in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist schon schlimm genug. Aber jetzt stellt sich heraus, wer der Brandstifter war. Lichterloh brennt die Unterkunft im Oktober in Großströmkendorf bei Wismar. 14 Bewohner aus der Ukraine und drei Betreuer können sich unverletzt retten. Die Geflüchteten erleben einen Schock. Früh spricht die Polizei von Brandstiftung. War die Tat politisch motiviert oder Teil einer ungeklärten Brandserie? Nun wurde ein Feuerwehrmann festgenommen. Ein 32-Jähriger aus der Region, der bei den Löscharbeiten half, so die Staatsanwaltschaft Schwerin. Wir gehen nicht davon aus, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt. Vielmehr sprechen die weiteren Ermittlungsergebnisse dafür, dass sich das Brandgeschehen in Großströmkendorf in eine Serie von Brandstiftungsdelikten eingliedert. Neben Großströmkendorf soll der Verdächtige noch mindestens drei weitere Brände in der Region gelegt haben, so die Ermittler. Zeugenaussagen und Spuren führten sie zu dem Beschuldigten, der seit seiner Jugend in der Feuerwehr aktiv ist. Der Beschuldigte ist, wie andere Feuerwehrleute auch, durch Beamte der Polizei als Zeuge vernommen worden. Im Rahmen seiner Vernehmung haben sich Widersprüche im Abgleich mit anderen Zeugenaussagen ergeben, Die Flüchtlingsunterkunft ist unbewohnbar. Der Verdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Taten. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis wegen schwerer Brandstiftung. Habe ich das richtig verstanden? Du musst nur andere Feuer noch legen und dann kann man sehen, ah, dem ging es eigentlich ums Feuer. Ja. Der wollte gar nicht spezifisch die Flüchtlingsunterkunft. Das war kollateral. Ist jetzt Zufall, dass das vierte Feuer, was er gelegt hat, eine Flüchtlingsunterkunft ist. Oh Gott, oh Gott. Solche Nachrichten machen, also da wo ich herkomme, jedenfalls die Runde wie ein Lauffeuer. Das ist bedrückend. Ich meine, sowas hörst du von deinen Eltern. Also wenn du telefonierst mit denen, sowas kommt dann so, hast du gehört? Da drüben, der und der, der kennt den, der hat den Brand gelegt. Also sowas schockt eine Gemeinde. Und ich fand ganz gut, das Nordmagazin hat sich dann mal in der betroffenen Feuerwehrgemeinde umgehört. Und dort liegen die Nerven blank. Erst vor zweieinhalb Jahren ist er bei ihnen in die Feuerwehr eingetreten. War Gruppenführer, Übungsleiter und Berufsfeuerwehrmann. Berufsfeuerwehr? Wir haben durchaus auch von ihm profitiert, weil er also mit seinen Kenntnissen, wir sind hier eine kleine Dorffeuerwehr, doch einiges eingebracht hat. Eine Psychologin wäre gut, für die Kinder und auch die Erwachsenen. In diesem Jahr waren es dreimal mehr Einsätze als in den anderen Jahren. Die Brandserie mit 19 Bränden zerrte an ihren Kräften. Der mutmaßliche Täter streitet sie ab. Wir können erst richtig abschließen und großartige Diskussionen darüber führen, wenn es da ein Urteil zu gibt und es irgendwo Fakten gibt, mit denen man arbeiten kann. So lange ist es für mich eigentlich auch relativ unsinnig, darüber zu diskutieren. Das sind alles Mutmaßungen. und das hat sehr viel spaltenden Charakter. Das finde ich einfach nicht gut. Auf jeden Fall ist das, das ist eine Geschichte ohne Gewinner, was wir hier erleben. Es gibt niemanden, der einen Gewinner von trägt. Wir haben Sachschaden ohne Ende, wir haben menschliche Schäden, also mentale Schäden dadurch, dass es einfach vielen Leuten einfach jetzt richtig schlecht geht damit. Und wir können auch nicht abschließen, weil noch kein Urteil gesprochen ist. Die sind aber noch sehr in der Hoffnung, dass es da für sie eine Klärung gibt durch ein Urteil oder Sonstiges. Ja, also die Ermittlungsergebnisse sind sehr eindeutig. Darum hatte mich so ein bisschen überrascht, dass sie da vielleicht noch hoffen. Nee, die wollten ja eine Erklärung, dass sie es verstehen, warum er es gemacht hat, so viel Leid und so, obwohl er eigentlich da arbeitet, wo man dieses Leid entweder, weil es unfallmäßig passiert, abwendet oder eben richtig verhindert. Und da wird ihnen natürlich das Urteil und so nicht helfen. Also auch die inhaltlichen Erklärungen, die dann da angefertigt werden. Naja, ich habe so wahrgenommen, dass die zum einen natürlich schon wollen, dass zunächst mal dann auch in einem Urteil gerichtlich Schuld festgestellt wird. Ja, das ist A, rechtsstaatlich richtig. Zum zweiten B ist es natürlich psychologisch verständlich, weil natürlich kann keiner von den Feuerwehrleuten wollen, dass festgestellt wird, ja, einer aus eurer Mitte, aus eurer Truppe, der hat das gemacht, sozusagen um sich selbst zu legitimieren, um sich selbst Arbeit zu verschaffen, um die Berechtigung zu haben. Also, dass jemand da ist, der Schaden herstellt, um dann sagen zu können, ich habe doch den Schaden abgewehrt, das ist eine brutale Infragestellung dessen, was Feuerwehr und vielleicht auch Polizei und so weiter sind. Das möchte man abwehren. Deswegen sagen sie, sie schieben den Gedanken ein Stück weit weg und sagen, das muss erst mal durch ein Gerichtsurteil geklärt werden. Aber dann, wenn das Urteil das bestätigt, was jetzt die Ermittlungsergebnisse naheliegen, dass das tatsächlich dieser Feuerwehrmann war, dann kommt die ganze Brutalität, kommt diese Frage, dieser Zweifel, dieses wie kann das sein, was bedeutet das für uns in voller Brutalität auf alle Feuerwehrleute, nicht nur in dieser Ortsfeuerwehr, sondern das ist das ganze Bundesland. Das trifft die dann ja alle im Selbstverständnis, in der eigenen Identität ins Mark. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele vielleicht hoffen, dass es dann vielleicht doch einen Freispruch gibt, weil dann muss man sich nicht die Frage stellen, wenn dann wirklich der Schulspruch kommt, Scheiße, wie kann ich das jahrelang übersehen haben? Auch. Wie kann ich den Typen, also das war ein Kumpel von mir, mit dem haben wir gefeiert und so weiter, der ist Berufsfeuerwehrmann und auf einmal zündet er Flüchtlingsheime an. Ja, vergleicht das mit den sexuellen, mit diesen furchtbaren sexuellen Übergriffen in Kirchen und anderen Institutionen, wo natürlich auch ganz häufig weggeschoben wurde und erst als dann es tatsächlich eindeutige auch Schuldsprüche und auch Bekenntnisse gab, mussten die sich mit dieser harten Realität, mit dieser Brutalität des Versagens innerhalb der eigenen Organisation auseinandersetzen. Das ist vermutlich das zuzulassen, was die eigene Organisation so sehr in Frage stellt. Ich überlege mir gerade, gibt es im Journalismus was Ähnliches? Ich meine, was würde passieren, wenn jetzt auf einmal bekannt würde, hier in der Bundespressekonferenz oder anderen Vereinigungen sitzen Leute drin, die, ich weiß nicht was, sind gekaufte Agenten oder Verräter von irgendwas, das möchte man nicht diskutieren müssen. Das ist doch wie Relotius beim Spiegel. Der Spiegel selbst wollte es doch am allergängsten nicht wahrhaben. Ja. Ja, ja. Apropos Geflüchtete, da hat ja ein Flüchtlingsheim gebrannt. Wollte ich mal hören, wie Flüchtlinge, Geflüchtete in Meckpomm untergebracht werden? Wir hatten ja letztes Mal das schon besprochen. Mir ist schon wieder schlecht geworden, als ich das gehört habe aus Rostock. Die Geflüchtetenunterkunft in Rostock-Langenort. Platz für etwa 180 Menschen. Die Kamera darf nicht rein, sagt die Stadt. Hier leben seit Jahren Amir und Marziah aus dem Iran. Marziah wohnt schon seit 2018 in diesem Haus, ohne eigene Küche oder Bad. Eine Küche für einen verloren, mit vielen Leuten. Es gibt viele Herden, aber leider funktionieren nicht. Männerdüsche in der dritten Etage ist so schimmel und sehr schlecht. Und sie haben geschlossen. Ich glaube, einen Monat bekommen wir zwei neue Düschen in der siebten Etage und sechsten Etage. Aber früher hatten wir nur ein Düschen für siebte Etage, nur ein Düschen für Frauen und ich glaube, zwei für Männer. Schimmel überall. Eine Gemeinschaftsdusche für mehrere Flure und Etagen. Aber der Vermieter, der das Haus darstellt, sagt, ist doch alles gar nicht so schlimm. Er schickt diese Bilder von gerade umgebauten Duschen mit zentralem Ablauf. Außer den Bädern sei alles top in der Unterkunft. Wir konnten das nicht in Augenschein nehmen. Diese Fotos, die uns aus dem Gebäude geschickt wurden, sprechen eine andere Sprache. Es ist alles top, laut Vermieter, aber filmen darfst du da nicht. Ja. Weil ja alles in Ordnung ist. Dein Vertragspartner ist ja der Staat. Ja, also die Stadt Rostock, ja. Ja, solange die zahlt. Was willst du denn da? Die Stadt Rostock kann aber die Realität auch nicht mehr abstreiten und meckert immer wieder. Und der Vermieter sagt so, bevor ich da jetzt noch irgendwas mache, ihr fliegt raus. Dieser Streit ist nun eskaliert. Der Vermieter hat den Vertrag gekündigt zum Jahresende. Hier sollen die etwa 150 Menschen aus der Unterkunft in Langenort dann unterkommen. Auf dieser Fläche in Rostock-Marienehe soll in knapp einem Monat ein Containerdorf entstehen. Ja. Der schmeißt die raus und jetzt irgendwo in einem abgelegenen, abgewrackten Industriegebiet in Rostock sollen die Menschen untergebracht werden. Jo. In einem Containerdorf. Du hast ja im Intro gespielt, du musst 18 Mal geduldet werden, bis du hier was werden darfst in Deutschland. Ansonsten geht das nicht. Da könnte man sich doch ein schönes Schiff umgebaut vorstellen. Aber es gibt zumindest ein kleines Happy End für die iranische Familie, die wir gerade gehört haben. Eine Wohnung zu finden, das ist für alle in Rostock schwierig, für Geflüchtete besonders. Amir und Nazir hatten jetzt aber nach Jahren Glück. Gerade heute haben sie im Sozialamt den Vertrag für eine Wohnung unterschrieben. Mein Sohn drei Jahre war. Wir haben ihn im Iran verlassen und dann waren wir unterwegs und ungefähr er ist elf Jahre alt und bis jetzt hat er keine einige Zimmer für sich. Ich habe zwar keine Kinder, aber wenn ich mir vorstelle, dass ein Kind, ein Junge bis zum elften Lebensjahr nie alleine, also ein eigenes Zimmer hatte, nicht alleine ohne die Eltern schlafen konnte, das ist ja auch Gott gruselig für ihn. Ja, mit elf ist jetzt die Grenze erreicht, ist ja gut, dass er jetzt eins hat. Wenn wir es in Deutschland ganz clever anstellen würden, dann wir haben jetzt ungefähr sieben Jahre Zeit, um aus ihnen einen schönen Berufseinsteiger zu machen. Schaffen wir das oder nicht? Unwendige Aufgaben in Deutschland, das schaffen wir nicht. Ich habe wenigstens eine gute Story noch zur Feuerwehr. Wolltet ihr die hören? Sofort, lass mich einen Satz sagen, weil es hier ja tatsächlich auch um Wohn- und Lebensverhältnisse geht und deren Auswirkungen auf menschliche Schicksale. Der Autor von Berlin Alexanderplatz, das viele von uns mal gelesen haben, Alfred Döblin, übrigens ein Arzt in Berlin, der hatte geschrieben, vor über 100 Jahren, man kann einen Menschen mit einer Wohnung töten wie mit einer Axt. Das galt damals für die wirklich elenden Verhältnisse in den Mietskasernen in Berlin. die sind aber, wenn man das auf aktuelle Zeiten überträgt, die sind, die Elendigkeit der Wohnverhältnisse ist ja in vielen dieser Flüchtlingsunterkünfte auch nicht anders. Und da gilt, finde ich, dieser Satz dann eben auch. Man kann einen Menschen mit einer Wohnung töten wie mit einer Axt. Ich frage mich ja auch immer, es gibt diesen krassen Demografie-Autor hier, dieser Schulz, der weist ja darauf hin, dass wir 400.000 Leute brauchen. Jedes Jahr. Netto. Netto. Ja. Ich frage mich ja, was diese elenden Zustände, das ist nicht nur McPom, das ist deutschlandweit, der Flüchtlingsunterkünfte, was das eigentlich in die Welt ausstrahlt, weil diese Leute kommunizieren ja trotzdem. Die sagen ihren Familien, also, äh. Hier ist scheiße. Weißt du nicht? Ja. Ja. Hier ist richtig scheiße. Das ist CDU-Politik, bloß kein Flüchtlingsmanagement. Hier leben wir noch beschissener, hier leben wir noch beschissener als zu Hause. Ja. Ja, das ist ein großes Drama. Das ist hier eher Afghanistan als Deutschland. Ja, äh, Thomas hat mir immer wieder diese schöne Geschichte erzählt, Berufsschule direkt neben Bosch. Was passiert da jahrzehntelang, wenn du dich richtig anstrengst, dann kannst du zu Bosch. Also, strengen sich alle richtig an und dann kommt ein Jahr, so nach den Sommerferien, immer einer wieder rüber und sagt, ich hab den Vertrag bei Bosch. Juhu. So, dann ziehen drei Jahre ins Land. Deutschland, ne, wir kennen ja, die Zäsuren sind ja schneller, als man glaubt. Plötzlich kommen die Bosch-Mitarbeiter rüber und fragen, habt ihr noch irgendeinen, der bei uns vielleicht die Ausbildung machen möchte? Kommt keiner mehr. Und die so, ne, hier haben wir alle Verträge. Hm, blöd. Dann geht Bosch wieder rüber und hat keinen Auszubildenden. Und, äh, ich weiß nicht genau, wo es ranz mangelt, dass wir 2023 es immer noch schaffen, junge Menschen allein wegen ihres Alters nicht als die absolut wertvollste Ressource, die wir in Deutschland haben, anzuerkennen. Im Sinne von, also die buttern wir jetzt mal richtig voll. Das kostet eine Million, einen jungen Menschen von seinem 10. bis zum 20. Lebensjahr zu kriegen in Deutschland. Kein Problem, hier ist das Geld. Ja, äh, ne, was, der braucht jetzt eine neue, ach, ne, braucht der echt eine Dusche, braucht der ein eigenes Zimmer, was, wieso und so. Genau, und dann dieses Ausstrahlen in die Welt, ja. Also für jeden, 10-Jährigen, den wir in Deutschland jetzt gerade nicht als, der rettet uns in 20 Jahren den Arsch, und zwar all denen, die jetzt in Rente gehen, für jeden, den wir da einfach verfaulen lassen, äh, der sagt ja fünf Freunden auf der Welt Bescheid, geht nicht nach Deutschland. Und dann geht auch niemand nach Deutschland. Also, äh, der Countdown läuft. Es wird wirklich brenzlig in Deutschland und ich verstehe das einfach nicht, dass man hier der CDU und so weiter das alles immer noch so durchgehen lässt und nicht mal den Kopf einschaltet. Ja, es hängt sich alle so ein bisschen dran, aber die CDU ist so Redelsführer dieser politischen Idioten. In McPom regiert seit Ewigkeiten die SPD. Ja. Ja, es stimmt, am Ende sind es alle. Es ist, äh, es ist dieser Wähler auch, muss man deutlich sagen. Ulrike Herrmann hat das bei dir auch mal gesagt, es war ein sehr guter Punkt. äh, äh, am Ende entscheiden die Wähler. Und, die Aufgabe der Politiker ist nicht, die Wähler aufzuklären, sondern dafür gibt es ja noch so andere Institutionen. Und die scheitern auch. Also, es ist am Ende nicht mal nur die CDU und alle anderen Parteien, sondern, es ist auch der Journalismus. Ich habe eine gute Story zur Feuerwehr. Ich habe nämlich nach Niedersachsen geguckt, Hansheimat. Oh. Und Hans, da ist mir eine rebellische Feuerwehr aufgefallen. Sehr schön. Die, äh, ein Problem hat, was ihr gleich beschrieben bekommt. Und die wehren sich. Deswegen ja auch Feuerwehr. So sehen Feuerwehrleute aus, die die Faxen dicke haben. What? Und das ist der Stein des Anstoßes. Besser gesagt, die Backsteine des Anstoßes. Das Haus der Feuerwehr Krummhirn-Nord. Und Anstoß passt ziemlich gut, denn da liegt auch das Problem. Wie man sieht, ist hier alles sehr beengt. Und wir haben noch drei Fahrzeuge, die untergestellt werden müssen mit den ganzen Equipment. Und man muss sich ja auch rechts und links bewegen können. Und wenn man jetzt bei diesem Feuerwehrhaus guckt, zum Beispiel, wir können ja nicht mal die Türen aufmachen, ohne dass die anderen nachhauen. Also das ist, es ist gefährlich. Es ist einfach auch gefährlich, muss man ganz deutlich sagen. Vor fünf Jahren sind die Feuerwehren aus Grezil, Pilsum und Manslacht fusioniert. Schon da war klar, all die Fahrzeuge und Menschen brauchen mehr Platz. Ein neues Feuerwehrhaus in zentraler Lage wurde fest versprochen. Im Sommer hieß es endlich, der Bauantrag sei gestellt. Bald geht es los. Wenige Tage später dann, Kommando zurück. Ein Regenrückhaltebecken müsse größer geplant werden. Laut der Feuerwehrleute hieß es dann, die Pläne lägen erst einmal auf Eis. Also das öffentliche Gebäude etwas länger dauern, das war uns allen bewusst. Und der ausschlaggebende Punkt war jetzt einfach, dass gesagt worden ist, der Neubau, der Kommhörn Nord, ist auf Eis gelegt. Der hat uns dann auch schon sehr enttäuscht. Nun reicht es den Feuerwehrfrauen und Männern. 32 von ihnen unterschrieben einen Brief, in dem sie eine Lösung bis zum 30. November fordern. Sonst? Wenn es dann kein schlüssiges Konzept gibt, so wie wir es gefordert haben in den Schreiben, werde ich daraus die Konsequenzen ziehen. Was sind die Konsequenzen? Was glaubt ihr? Er wird ja wohl nicht den Dienst... Ich stecke das Haus in Brand. Warme Abbriss, genau. Hey, keine Ahnung. Hören wir mal rein. Die Konsequenz wäre dann, dass ich austreten werde aus der Feuerwehr. What? Er gutet aber das Feuerwehrherz, oder? Selbstverständlich. Mehr als Bluten. 32 von 58 Feuerwehrleuten würden dann fehlen. Kann er nicht erst mal einen Hungerstreik machen oder so? Auf jeden Fall hat dieses Ultimatum gewirkt. Weil die Gemeinde wollte nicht riskieren, dass die Hälfte ihrer Feuerwehrleute oder ihrer freiwilligen Feuerwehr auf einmal weg ist. Und auf einmal geht es jetzt doch los mit der Gemeinde. Und das ist so ein bisschen... Das Schöne will ich mal wieder mitbringen. Ihr habt Macht, Leute. Nutzt sie. Ja, also dazu muss man auch sagen, Krummhörn ist Ostfriesland. Und Ostfriesland, das sind die Rebellen Norddeutschlands. Also die Ostfriesen sind sozusagen kollektiv das gallische Dorf. Die waren immer rebellisch. Die haben immer gegen die Zentralgewalt. Die waren ein Stück weit auch anarchistisch. Das ist wirklich beste Ostfriesen-Tradition zu sagen, wenn die uns hier so hängen lassen, dann lassen wir euch einfach mal alleine. Das ist Ostfriesen-Mentalität. Ich bin stolz auf unsere Norddeutschen. Ja. Ich bin stolz auf diese Feuerwehrleute. Das haben sie gut gemacht. Sehr gut. Stefan, beglück uns mit der Welt. Okay, Leute, die schwarze Null. Wer kennt sie nicht? Ich bin ein großer Fan. Sie bringt uns allen Spaß. Nee, wir machen mal London. In London gibt es was Neues. Wir alle brauchen ja was zum Wohnen. Vier Wände, so wie die Feuerwehr. Transferleistung ist nicht so schwer. Dach, vier Wände und eine Ausfahrt, die nicht, also wo man die Tür aufmachen kann, ohne, dass man die Backsteine trifft. In London ist Wohnen unfassbar teurer. Es gibt jetzt aber ein neues Konzept, das uns hier angepriesen wird als die Lösung und selten war der Journalismus weiter entfernt von der Lösung, aber weil die Geschichte schön ist, kriegen wir das hier serviert. Die Aussicht auf ein Leben in der Metropole London mag reizvoll sein für viele, aber ebenso unerschwinglich, denn die Immobilienpreise gehören zu den höchsten weltweit. Die Toplagen können sich ohnehin nur die obersten paar Prozent leisten und auch in den normaleren Wohnvierteln wird es für viele Londoner zu teuer. Aus der Not heraus haben manche ein neues Lebensmodell entwickelt. Sie packen alle paar Wochen ihre Sachen und ziehen weiter zur nächsten Adresse als Haussitter. Haussitting. Wir kennen es vom Babysitting, nur diesmal sittet man ein Haus und vielleicht noch tierische Bewohner oder so. Ganz ehrlich, ich kenne das aus Berlin. Ich kenne zwei Leute, die das machen, weil sie keine Wohnung finden und alles mögliche. Ja. Die Frage ist allerdings, ja, du kennst zwei, die das machen. Letztes Jahr bei mir gemacht. Ja, aber kann man, können das auch 100.000 Leute machen oder eine Million. Am Ende hat man ja nicht nur zwei Leute, die eine Wohnung suchen, sondern ein paar mehr. Und hier wird uns das Modell mal vorgestellt. Sie lebt hier mit ihrem Freund Sean zusammen. Die Miete, die die beiden für das große Anwesen bezahlen, ist ein wahres Schnäppchen. Null Pfund. Megan und Sean zahlen auch nichts für Strom, Wasser oder Heizung. Keinen einzigen Cent. Die Eigentümer lassen uns alles im Haus benutzen. Ein paar Sachen haben wir mitgebracht. Meine Kaffeemaschine zum Beispiel muss ich immer dabei haben. Da fühle ich mich ein bisschen heimischer. Die beiden leben dauerhaft hinter fremden Gardinen. Ihre Drei-Zimmer-Wohnung haben sie vor acht Monaten aufgegeben. Seitdem ziehen sie alle paar Wochen von Haus zu Haus, passen dort auf Tiere auf, während die Eigentümer im Urlaub sind. Genau. So war es bei mir auch. Ja, aber ich meine... Wahrscheinlich eine Kreuzfahrt machen. Ist das... Ich war an der reichen Küste Mecklenburg-Vorpommern-Sans. Weißt du das? Ja, ja. Surfen. Aber ich meine, haben wir es hier mit einem Modell zu tun, dass wir irgendwie... Und so weiter... Das ist Endstadium Spielkapitalismus. Ja. Das ist einfach bescheuert. Vor allem, es ist vor allem kein massentaugliches Ding. Uns werden die beiden hier nochmal vorgestellt. Wir hatten eine Wohnung in London, für die mussten wir wahnsinnig viel Miete bezahlen. Ohne dabei viel Lebensqualität zu haben. Die Wohnung war klein, wir mussten was ändern. Ich konnte nichts sparen, mein ganzes Geld ging für Wohnen und Essen drauf. Dabei arbeiten beide Vollzeit. Megan war eine Marketingagentur, Sean in der Softwarebranche. Die Mieten in Großbritannien sind hoch, in der Hauptstadt London sogar schwindelerregend hoch. Ich habe hier eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung für zweieinhalbtausend Pfund und eine Drei-Zimmer-Wohnung ab dreitausend Pfund im Monat. Umgerechnet also dreitausend fünfhundert Euro. Sie macht Marketing, er macht Software und die beiden schaffen es damit jetzt an die Spitze der Haussitter zu kommen, weil sie sich die Miete nicht leisten wollen. Das ist doch brutal. Also es ist der zweite Wohnungsmarkt hier. Ein alter Schulfreund von mir, mit dem ich vor hundert Jahren zusammen Abi gemacht habe, der ist Architekt, der lebt seit 30 Jahren in England, hat inzwischen doppelte Staatsbürgerschaft, dessen Wohnung, er und seine Frau auch berufstätig, dessen Wohnung ist ungefähr ein Drittel so groß wie unsere Wohnung hier in Berlin und kostet das dreifacher. Das heißt, der könnte sich, der kann diese Wohnung, die eine relativ kleine Wohnung ist, gemessen an deutschen Verhältnissen, können die sich als beide, man würde eigentlich sagen, mindestens oberer Mittelstand, so gerade ganz knapp eben noch leisten. Es ist einfach absurd. Man sollst ein Haus bauen, Hans. Genau, Kuchen essen. Und statt dass das Problem hier mal thematisiert wird, wird uns im Finale des Berichts einfach, ja, ist halt so. Angela Lohrs vermittelt fremde Häuser. Zuletzt haben sich so viele Haussitter bei ihr angemeldet wie noch nie zuvor. 140.000 sind es aktuell, die gerne in Zimmern von anderen wohnen wollen. Das Angebot ist da. Wir machen vorher natürlich einen Personencheck und überprüfen die Leute. Und nur wenn beide Seiten sagen, es passt, wird es auch gemacht. Megan und ihr Freund planen mindestens noch ein Jahr ohne eigene Wohnung, um Geld zu sparen. Wenn mal kein fremdes Haus frei sei, würden sie halt in eine Ferienwohnung ziehen. Ihr Leben sei so gerade aufregender und billiger zugleich. Billiger und aufregender. Sehr gut. Ich bin mal gerade auf dieser Seite, Trusted House Sitters. Es wird beworben, dreispurig. Zum einen Better for Pet Parents. Ihre Haustiere sind versorgt. Besser für die Haustiere, die bleiben zu Hause glücklich. Und besser für die Sitters. Sitters exchange their time, care and expertise for interesting homestays and unique travel experiences. Jo. Also, darin liegt eine Lösung, wie wir sehen. Wie machen wir das denn in Deutschland? In Deutschland ist ja so, dass wir auch viele Vermögende haben mit großen Häusern und Hühnern im Stall, die dann versorgt werden müssen, während man drei Wochen in Japan Ski fährt, weil es in den Alpen schon kein Schnee mehr gibt. Oder auf eine Kreuzfahrt geht. Oder man geht auf Kreuzfahrt, oder man hat es mit einem ganz anderen Problem zu tun, die Alten sind so alt, die können gar nicht mehr verreisen, die bleiben also wo sie sind, zu Hause, müssen aber auch gesittet werden. Also mit Alten Sittet zu tun. Und ja, was sich lustig anhört, ist hier tatsächlich eine Lösung, abut moderiert. Liederabend statt WG-Party, Geschichten von früher statt Plauderei über den Uni-Alltag. Ein Studentenleben im Altenheim, es ist ungewöhnlich, aber vielleicht eine Option für junge Leute, die zum Studieren in eine fremde Stadt ziehen. Einfach ein paar Mal im Monat bei der Pflege helfen und dafür Miete sparen. Das zeigt das Beispiel von einem jungen Studenten, den 25.000 Studenten oder so auf 100.000. Die fallen also dann zum Semester Beginn in die Stadt ein und wollen eine Wohnung finden. Keine. Also denkt man sich, schicken wir sie doch zu den Alten. Da wird ein Zimmer freigeräumt. Ne, da wird ja freigestorben. Das Zimmer ist freigestorben, da kann jetzt auch ein Junge einziehen. Synergieeffekt für zehn noch nicht gestorbene, die können noch ein bisschen gepflegt werden. Ich komme immer rein, habe schon wieder vergessen, was die Frau Frank braucht und sie sagt mir dann, was ich zu tun habe und dann geht es ziemlich gut. Er ist wie Neil. Ja, pass auf, genau. Wir beobachten jetzt diese Berichterstattung auch mal unter dieser Maxime Steinmeier. Ein Demenzlehrling. Ja, er vergisst das dann immer. Genau, also wir fangen nochmal an mit diesem Bericht und ihr achtet bitte mal auf diesen Tonfall, der uns jetzt häufiger begegnet. Wir hören ja immer Steinmeier, der sagt, wir brauchen mehr Zusammenhalt, die Jungen müssen sich um die Alten mehr kümmern. Mit welchem Blick gucken eigentlich die Jungen auf die Gesellschaft? Müssen wir die mehr integrieren? Ist das ja auch gut fürs Leben, wenn wir die so ein bisschen reinholen? Wie drauf, wie die Omas über die Jungen reden? Ich komme immer rein, habe schon wieder vergessen, was die Frau Frank braucht und sie sagt mir dann, was ich zu tun habe und dann geht das ziemlich gut, da arbeiten wir 250 Euro. Also dreimal acht Stunden oder so im Monat verdient er sich seine Miete. Sorry, so weit ist er noch nicht. Nun gut, wie ist das jetzt? Ich hatte jetzt sowas erwartet, also so Kommentare. So jung und so geschehen. Also ihr habt gesagt, das ist mein Mann. Das ist ihr Mann. Aber er hat ja nun auch noch ein Privatleben jenseits der drei Schichten im Monat. Darf die Oma Erna da auch mal rüber kommen? Adrian Dietz studiert Medizin im ersten Semester. Auch in Jena ist der Wohnungsmarkt extrem angespannt und nach der überraschenden Zusage zum Studienplatz musste er schnell eine Wohnung finden. Hier das Studium und die Pflege verbinden, das passte. Und das Studentenleben seit neuestem wohnt er nicht abgeregt, dass wir da noch am Kochen sind. Noch lernt Adrian viele Handgriffe. Wer hier einzieht, muss das Wissen entweder mitbringen oder lernen, sich aber auf jeden Fall auf die Menschen einlassen, vor allem auf Körperkontakt. Und feiern geht, sagt die Chefin. Ich würde es als Bereicherung empfinden, wenn die alten Menschen beim Feiern ein bisschen zuschauen können und wieder selber auch teilnehmen. zuschauen können. Ich würde es als Bereicherung empfinden, wenn die alten Menschen beim Feiern ein bisschen zuschauen können. Stell dir mal vor, du hast so eine WG-Party oder so und stehen da noch so drei Omas im Hintergrund irgendwie, so 90-Jährige. Die wollen noch zuschauen. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn Adrian ein Date hat, kommt noch ein Feier nach Hause und dann so, du, ich wohne übrigens im Seniorenheim. Das auch. Kann ich bei dir übernachten, wenn du damit klarkommst? Die Omas gucken dann abends zu. Die Tür stehen alle offen. Du, darauf stehe ich, das ist genau mein Ding. Das ist ein bisschen noch am Altsammer. Wieder selber auch teilnehmen können und den Blickwinkel auch wieder noch ein bisschen mehr auch Richtung Jugend verschoben bekommen, weil wir müssen zusammenleben. Wir müssen zusammenleben und zusammenhalten vor allem. Im letzten Clip davon achten wir nochmal auf diesen etwas, wie heißt das, wenn paternalistisch mütterlicherseits maternalistisch? Maternalistisch. Das ist sehr maternalistisch hier. Adrian ist als erster eingezogen. Inzwischen sind sie zwei Studenten und drei Pflege-Azubis für das Team Gold wert. Schüler und Studenten sind für uns eine große Bereicherung entlassen uns auch sehr. Wenn sie es dann können, müssen wir erst mal eingearbeitet werden. Und die Bewohnerinnen und Bewohner sind dankbar. Das ist ein ganz lieber, sehr bescheiden, ruhig, aber fleißig. Wenn es nach ihnen geht, kann das Wohnmodell Schule machen. Wenn Omas über die Jugend reden, bescheiden, fleißig, fromm, fröhlich, das ist das Standard Sprechen. Aber lebt er dann in einem so traurigen Zimmer wie die Omas? Wahrscheinlich. Die haben ja nicht plötzlich riesige Villen, also Suiten oder so für die Jugend, sondern das sind die normalen Zimmer da. Die haben ein Zimmer für alles, wo das Bett steht, mögliche Gemeinschaftsküche. Wie in einem Studentenwohnheim, Thilo. Es ist kleiner Rückzugsraum, privat, große Gemeinschaft. Und nie wieder alleine essen. Das Versprechen ist da, aber mit wem du dann isst, musst du halt überlegen. Ja, ich meine, es ist eine ganz neue Definition des Begriffs Mehrgenerationenhausen. Aber ich finde, man soll da nicht nur drüber lachen, das ist auf der einen Seite skurril und weist auf eine Not- und Mangelsituation hin und trotzdem offenbar für alle Beteiligten ist das so eine kleine Art von Win-Win-Situation. Das hat doch auch einen Wert. Aus der Not den Tun machen. Ja, wenn die sich damit arrangieren können, dann sollten wir darüber, finde ich, nur begrenzt uns amüsieren. ich finde es natürlich problematisch, an die Sache heranzugehen mit, ich weiß, du bist ein junger Mensch, du startest hier das erste Mal aus deinem Elternhaus raus ins eigene Leben, aber leider kosten die 20 Quadratmeter 1000 Euro, du könntest aber vielleicht hier weil dann regiert nicht, also wir wollen ja eigentlich, dass das der Markt regelt, da gibt es ein Angebot und einen Preis und wenn man jetzt plötzlich nicht mehr mit Geld hier handelt, sondern mit seiner jugendlichen Stärke, die so ein bisschen auch ausgebeutet wird, das ist auch nicht so gut. Wir sehen zwar hier irgendwie, ja, das ist ja ganz toll und so, aber das muss man halt, die Frage ist, wie viel Freiwilligkeit ist denn gegeben? Könnte er für 550 Euro ein Zimmer mieten und denkt sich dann, nee, ich spare 200 Euro, indem ich das mache, dann okay, aber wenn es einfach heißt, sorry, Jena, hier gibt es gar nichts, aber da du Medizin studierst, qualifizierst du dich hier bei den Alten zu wohnen, musst nur dreimal im Monat anpacken, dann ist die Freiwilligkeit nicht so ganz gegeben und es scheint mir hier eine Bedrohungslage zu sein. Frage ist ja auch, ist er jetzt repräsentativ? Das ist noch eine andere Frage, genau wie diese Haustit davon eben, ist das repräsentativ für alle eine Million Menschen, natürlich nicht, wobei das, was wir hier sehen, also bei Medizinstudenten war das eigentlich schon immer so, dass vor allem Nachtwachen waren das früher, dass die einfach eine Quelle waren, um den studentischen Lebensunterhalt, auch wenn man dann am Ende eine eigene Wohnung hatte oder so zu sichern, das heißt, und ich finde das ehrlich gesagt, also du hast ja recht Stefan, wie weit ist das Freiwilligkeit und wo nicht, das ist so eine, da sind Grauzonen drin und je nachdem, ob die jetzt im Einzelfall dunkler oder heller sind, finde ich, kann man ruhig mal machen oder nee, das ist Ausnutzen und Ausbeuten von Notlagen oder nicht. Ist halt so ein flächendeckendes Phänomen, den jungen Lehrern sagt man, ja, wenn du im ersten Semester schon mal Schulstunden unternehmen würdest, könntest du dir Punkte verdienen und dann schnell ins Revendariat kommen, hier, wenn du schon mal mit anpackst und so, also man schlittert dann so rein über so Anreizmodelle, die nicht ganz koscher sind, auf der anderen Seite, es gibt ja ein Argument dafür, als ich damals Jena verlassen habe, haben die gerade den Medizinstudiengang umgestellt, weil die festgestellt haben, nee, wenn wir die erst im siebten Semester in die Pathologie schicken, stellen die zu spät fest, dass sie nicht so ganz gut mit ihnen nicht genehmen Körperbildern umgehen können und das ist natürlich noch mal eine Steigerung, statt im ersten Semester schon mal dahin zu gehen, wo die Toten rumliegen, geht man ins erste Semester schon mal dahin, wo die noch nicht ganz Toten sind und dann kann man schon mal fühlen, worum es geht in der Medizin, also für die Studienwahlentscheidung ist es gar nicht so schlecht. Ja. Was sagt unser Bundespräsident dazu? Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot. Ah ja, okay. Sehr gut. Ich frage mich auch, wenn jetzt irgendwie Leute Agrarwissenschaften studieren und sich das auch nicht mehr leisten können, da zu leben, wo sie studieren, sagt der Bauer halt, du, ich habe hier noch einen Stall, der muss eh, der muss eh bearbeitet werden, hier die Kühe müssen eh gemolken werden. Du kannst hier leben, wenn du einmal am Tag die Kühe merkst. Du kannst gerne hier einziehen, aber der Weg ist noch nicht gepflastert, die Steine liegen da drüben, also. Ja, ich meine, das waren natürlich. Architekten, Architekten, ja, du kannst da, kannst da gerne leben, aber du musst es erst mal selbst bauen. Wenn man, wenn man nur ein halbes Jahrhundert zurückgeht oder sagen wir, ein Dreivierteljahrhundert in der Geschichte der Moderne, dann waren das relativ normale Lebens- und Sozialisationsformen. Und wollen wir ein Dreivierteljahrhundert in die Geschichte zurückgehen oder nicht? Nein, 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 nein. Wir sind das viertreichste Land der Welt, Hans. Ja. Wo ist denn das Geld? Ja. Wer hat denn das? In Katar. Die haben nur Anteile von unserem Kapital. Katar. Oh, wollen wir Katar-Clips gucken? Ja, los. Danach höre ich aber auf, Clips zu spielen, weil ich befürchte, wir kommen halt wieder in so eine ... Du, ich habe mich heute beschränkt. Ich habe zehn Clips weniger als letztes Mal, weil ich habe ja schon gemerkt, ich habe auch nicht mehr viel. Okay, gut. Dann gerne Katar. Ihr kennt das Land, das findet gerade diese Fußball-Weltmeisterschaft statt, die eigentlich weltweit zu guter Laune führt. Mal gucken, wie es ist, wenn Frankreich gegen Marokko spielt, egal wie es ausgeht. Es scheint doch zu Turbulenzen im Nahverkehr zu kommen, morgen. Mal sehen. Es brennt so oder so. Also ich glaube jedenfalls, es wird unterschätzt, glaube ich. Wir in Deutschland so, ja, WM ist vorbei, Deutschland ist raus. Morgen spielt Europa gegen Afrika und zwar so richtig. Stimmt ihr mir zu? Die einen sagen ja, morgen spielt Afrika gegen Afrika. Ja. Guckt ja die französische Nationalmannschaft an. Ja, ihr wisst, ich weiß, was du meinst und ihr wisst, was ich meine. Also morgen geht es, glaube ich, zur Wache. Das ist morgen ein Jahrhundertspiel. ich verbringe es auf Weihnachtsmarkt und werde es nicht gucken. Und zwar trotz Katar. Trotz Katar. Katar spielt morgen mal keine Rolle. Das spielt morgen im Weltraum statt. Ich drücke Marokko die Daumen und was sagt der Präsident, was sagt der Präsident, gewinnen die Marokkaner? Never. Also wir werden es abwarten. Schließen wir also dieses Katar-Kapitel bevor morgen Katar gar keine Rolle mehr spielt. Christian Sievers. Katar wird nach dieser WM einer der größten Energielieferanten der Erde bleiben. Es bleibt größter arabischer Investor in Deutschland. Es bleibt ein Land mit hochproblematischer Menschenrechtslage. Über all das wird weiter zu sprechen sein. Ja. Über all das wird weiter zu sprechen sein. Das ist natürlich super witzig, das am 4.12. zu sagen, so als ob sich am 13.12. noch irgendeiner für irgendeine Menschenrechtslage in Katar interessiert. Also ich kenne niemanden. Ich sehe auch keine Reportagen mehr im Fernsehen und ich sehe nur noch drei Spiele noch und dann gibt es einen Weltmeister. Also in der Hinsicht, ich glaube, die FIFA hat es alles richtig gemacht. Das war ziemlich clever. Bericht, wie wir Deutschen jetzt in Katar, wenigstens das haben wir hingekriegt, nicht nur fußballerisch, sondern so richtig unten durch sind. Die Fassaden wie in Paris oder Mailand. Aber die festliche Stimmung ist plötzlich vorbei, wenn man hier nach Deutschland und den Deutschen fragt. Die einstigen Fußball-Lieblinge Arabiens. Viele Araber waren froh, als die Deutschen aus der WM flogen. Wir waren die größten Fans der Deutschen, aber diese Geste hat uns offen gesagt schockiert. Ich darf nichts dazu sagen. Diese Geste der Deutschen, die schadete mehr Ihnen als uns. Spott und Häme. Katars Fernsehkommentatoren verabschiedeten sich mit einem unterdrückten Lachen von den Deutschen. Katarer tauchten beim Deutschlandspiel mit Bildern des Ex-Nationalspielers Mesut Özil auf, als Beleg für deutsche Doppelstandards. Auf die Armbinde der deutschen Innenministerin legten manche eine pro-palästinensische Armbinde an. Haben die Deutschen sich den Mund zugehalten bei der WM in Russland? Russland bombardiert syrische Zivilisten. Aber da kam nichts von den Deutschen. Ist das nicht Heuchelei? Man möge ja die Deutschen. Wirklich, sagt einer der wichtigsten religiösen Stimmen im Land. Aber die deutsche Meinungsdiktatur, wie er es nennt, die möge man nicht. Die könnte gar das wirtschaftliche und kulturelle Ende Deutschlands bedeuten, meint er. Es ist sehr wichtig, dass Europa und gerade Deutschland die Sache mit dem Schutz der Familie und die Sache mit der Homosexualität überdenken. Wenn Deutschland aber so weitermacht wie bisher, dann fürchte ich, dass es sehr schnell auseinanderbrechen wird. Ja, wir brechen auseinander, weil wir den Schutz der Familie nicht voranstellen. Also jetzt irgendwie, jetzt bin ich noch mehr Fan von dieser Aktion, weil die regen sich ja drüber auf. Das ist, das ist Thema, die setzen sich damit auseinander. Es hat sie erreicht, das würde ich auch sagen. Cool. Ja, ich wollte gerade sagen. Genau. Das ist halt der erste Abwehrreflex. Ja, das ist ganz spannend. Wie entstehen Erdbeben, seismische Beben, tektonische Platten sich aneinander reiben und genau das erleben wir hier. Wir haben, das hat sowohl die Kataris und auch andere Menschen der arabischen Nation, der islamischen Nation erkennbar erreicht und auch getroffen. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine Debatte und Reaktion in Deutschland, weil das, was die sagen, stimmt ja inhaltlich. Warum hat sich in Russland niemand von den Deutschen die Hand vor den Mund gehalten? Also da sind, da ist hier eine Eruption, wo beide Seiten Recht haben in ihren Vorwürfen und das wird und muss auf der einen wie auf der anderen Seite Folgen im Diskurs haben. Das finde ich so gesehen, wenn Katar dann doch etwas Gutes hatte oder haben könnte, dann ist es das. Ja. Na mal sehen. Es ist jedenfalls drunter und drüber bekloppt und bescheuert und nicht gut fürs Business. Tatsächlich hatte Katars Energieminister gerade erst Gas für Deutschland versprochen. Nicht ohne einen Seitenhieb auf die Deutschen, während die alle Ja, das mit diesem Gas fürs Deutschland, also neben ihm sitzt ein amerikanischer Manager, der für ein amerikanisches Unternehmen Gas kauft, das nach Deutschland fließt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ob das jetzt hier so ein Megadeal in Deutschland und so, naja. Das Vermischten könne eher Politik und Geschäft voneinander trennen. In Doha ist spürbar die Beziehung zu einem wichtigen westlichen Verbündeten hat Schaden genommen. Deutsche Wirtschaftsvertreter sind in Sorge. Deutschlands Botschafter warnt das Auswärtige Amt. Der Vertrauensbonus ist in den letzten Wochen verloren gegangen. Die aktuelle Stimmung gegenüber Deutschland in hiesigen Wirtschaftskreisen wird mir als miserabel geschildert. Was tun? Die Katarer warteten auf eine deutsche Würdigung ihrer WM heißt es. Sprich, weniger deutsche Werte, mehr deutsche Interessen im Umgang mit Doha. Was sie wirklich kränken wird, ist, nachdem das Foto entstand, dass wir Deutschen uns nicht mehr für Katar interessieren, solange da nicht die deutsche Mannschaft spielt. Bitte arbeitet das nochmal auf und findet uns cool, ist natürlich, ja, natürlich. Das werden wir Oma Erna noch abringen, dieses Zugeständnis. Was sie aber noch gemacht haben, und es ist ja auch gar nicht so uninteressant, Ingo moderiert hier mal zum Fall von Es waren nicht alles Sklaven, die in Katar irgendwas gebaut haben. Superstar Ronaldo wurde erst in der 73. Minute eingewechselt. Die Eidgenossen schienen das dritte Mal in Serie im WM-Achtelfinale aus. Und zuvor war am frühen Abend das hier bei der WM passiert. Das ist der Moment, in dem feststeht, dass die Spieler Marokkos im anderen Achtelfinale des Tages die Weltklasse Mannschaft aus Spanien rausgeworfen haben aus dem Turnier. Und genauso wie Auf wurde auch neben dem Platz gejubelt. Nicht nur bei den mitgereisten Fans im Stadion. Denn in Katar leben viele Marokkaner dauerhaft, um dort Geld zu verdienen. aller Kritik an Ausbeutung und Unterdrückung von Arbeitsmigranten in Katar. Das Emirat bietet vielen auch Chancen, die sie zu Hause nicht haben. Ramin Sina. Eine Gruppe Nordafrikaner unter sich. Einmal in der Woche treffen sie sich zum Hobby Kick in einer Sporthalle in Doha. Seit Jahren leben sie in Katar. So auch Fatih El-Mujahid. Und diese Gastarbeiter haben natürlich auch an der AWM teilgenommen, insbesondere wenn sie aus Marokko stammen, so wie Fatih. Hunderttausende Nordafrikaner wie Fatih haben dank Arabisch einen Sprachvorteil. So kommen viele an gutbezahlte Jobs, verdienen oft das Vielfache als in der Heimat. Anders als viele Arbeiter aus Asien hat Fatih harte Arbeitsbedingungen oder Ausbeutung nie erlebt. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, hatte nie Probleme. Ich bekomme hier eine Krankenversicherung, habe Arbeit, bekomme mein Gehalt. In diesen Wochen genießen seine Frau Marie und er die Weltmeisterschaft. Am Abend wollen sie die marokkanische Nationalmannschaft anfeuern. Sie haben Tickets ergattern können. Das ist doch noch mal eine versöhnliche Geschichte zum Ende des Interesses für Katar. Katar. Es gibt eine hübsche kleine Petitesse. Stefan, wer ist der Hauptsponsor des FC Bayern, Thilo wird es dir ansonsten sagen. Katar Airways. Genau. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass die Mannschaft von Bayern München möglichst stark und leistungsfähig ist. Wodurch wird die Leistungsfähigkeit der von Bayern München gerade enorm geschwächt? Gebrochene Oberschenkel. Unterschenkel. Und warum hat Manuel Neuer sich den Unterschenkel gebrochen? Weil er Ski gefahren ist? Weil er Ski gefahren ist, um das Ausscheiden in, Achtung, Katar auch mental zu überwinden. Ist er wenigstens Katar-Ski gefahren auf so einer komischen Indoch-Piste? Nein, er ist südlich von München am Spitzingsee, einem mir sehr vertrauten Skigebiet, an einem steilen Hang. Gute Besserung an Manuel Neuer, er hört ja jetzt hier zu. Er hört ja jetzt, ja, deswegen wird sein Schenkel und sein Knochen auch nicht schneller heilen. Also für ihn ist die Saison zu Ende und ich würde mich nicht wundern, wenn eigentlich das auch so eine Art Ende seiner Karriere in der Nationalmannschaft eindeutet. Wir haben ja mehr prominente HörerInnen als manche Glaubende. Aber das bleibt unter uns. Hören ihr Prinzen zu, oder was? Die Prinzen. Die Prinzen. Ich habe eine Request für unsere Audio-TechnikerInnen, die uns hier zuhören, die was wissen. Ich brauche einen schönen Sound für mein Soundboard in Sachen Gas. Gas für Deutschland. Sowas brauche ich. Gib mir das. Mal gucken, was da raus wird. Findet sowas. Willst du wieder in die Ja, wir schwenken so langsam ein Richtung 15 Uhr meine ich. Du, ich habe nicht mehr viel. Na dann, wenn du mir sagst, ich habe gar kein Clip mehr, dann gucke ich mal, was ich noch so habe. aber vorher gehe ich ja kein Risiko ein. Wir machen mal einen ganz kurzen, den hatte ich gefunden, es gibt ja immer Leute so, ich gehe vom Land nach Berlin, es gibt auch Leute, die nach Berlin gehen müssen, weil sie hier studieren müssen und Berlin halt scheiße fanden. Und diese junge Frau, die wir jetzt hören, die begründet euch mal, warum sie mit Berlin nichts anfangen kann und wieder zurück aufs Land will. Und das ist so ein bisschen wie 95% der Leute, die ich von zu Hause kenne. Grundlage und Inspiration ist ein Studium Bauingenieurwesen. Dafür geht sie nach Berlin. In Großstädten ist Upcycling, also Wiederverwertung vermeintlich nutzloser Dinge ein Trend. Sogar gut bezahlt. Diese Perspektive hält sie aber nicht in der Hauptstadt. Allein Bahn fahren zum Beispiel, wenn man das nicht gewohnt ist, als Landmensch, dann, mich hat das überfordert. Ich bin wirklich ferny, freiwillig, also wäre das möglich gewesen, hier ein Studium zu machen, hätte ich das auch hier gemacht. Also dafür wäre ich nicht weggegangen. Ich meine, Berlin ist groß, man hat viele Möglichkeiten und ist auch eine kreative Stadt, aber das ist nicht mein Ort zum Sein. Bahnfahren? Ja. Das läuft ja schon unter, ich würde das mal checken, also so diagnostisch meine ich. Obwohl Berlin, man weiß immer nicht, wo sie einsteigt, wo sie aussteigt. Schade. Eine weniger, die da eine Wohnung ist. Das ist schlimm, ist das schade. Das ist schade auch für Deutschland. Nein, wir wollen es nicht drüber lustig machen, die soll ja auf dem Land gerne leben. Ich finde auch, Menschen haben das Recht, da zu leben, wo sie leben wollen. Ich mache mich nicht drüber lustig, es hat Stimmung auf den Punkt gebracht. Es ist lustig, aber ich lache einfach nicht drüber, weil es unhöflich wäre, aber es ist schon lustig. Ich fände es wirklich amüsant. Eigentlich war er nicht lachen, man lacht. Dann hatte ich ja letztes Mal schon mitgebracht, dass der Matzen, war ja bester Bürgermeister Deutschlands in Rostock, ist jetzt Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein für die CDU dort und Rostock braucht ja einen neuen Bürgermeister und dann hatte ich ja mitgebracht, okay, es gibt ja eine Stichwahl zwischen rechts und links, einer der Sicherheitstyp und die andere, die linke Politikerin, die schon ewig kommunal- und regionalpolitik macht. Die Linke hat gewonnen zum Glück. Was ich euch zeige, ist das, was ich, Hans, jetzt bei jeder Wahlberichterstattung im deutschen Fernsehen sehen will, ob nun auf kommunaler Ebene, auf Landesebene oder wenn der Bundeskanzler gewählt wird. Weil das, so möchte ich das haben, wenn der nächste Bundeskanzler entschieden ist, ja? Kurz nach 19 Uhr gestern Abend steht das Ergebnis fest. Mit rund 58 Prozent der Stimmen wird Eva-Maria Kröger in der Stichwahl zur Oberbürgermeisterin Rostocks gewählt. Naja, ich bin natürlich gerade sehr glücklich. Ich bin auch sehr dankbar für die Unterstützung der Wählerinnen und Wähler und natürlich für mein tolles Team, Sie haben es ja gerade gehört, die die letzten Wochen ja auch sehr engagiert Wahlkampf gemacht haben. Unglaublicher Stolz und auch Erleichterung. Ja. Das heißt, Sie haben richtig mitgefiebert im Wahlkampf? Ja, also ich muss zugeben, ich hatte seit heute Mittag wirklich Gummibeine, gebe ich ehrlich zu. Das war total anders als vor 14 Tagen, weil jetzt ging es ja oder ging es ja wirklich um alles. Ja. Ich möchte jetzt immer die Eltern hören von den Kandidaten. Ja, das ist wirklich grenzwertig. Das war damals bei der Schröder, als sie Familienministerin wurde, auch so. Was sagen denn die Eltern dazu, jetzt wo sie hier mit 28 Ministerin wird oder so? Ja. Aber Hansen, ich habe mich gerade gefragt, wer, wie groß ist der Altersunterschied zwischen Eltern und Tochter? Also, in der DDR waren es 20 Jahre. Ja, ja, aber gefühlt, gefühlt wäre ich hier fast noch unter 20 Jahren, aber ist egal. Also sie ist ja in der Rentenrepublik angetreten, das hat sie auch ihrer Visagistin gesagt. Ja. Ja, aber ich möchte das jetzt überall haben. Also das ist toll. Das setzt voraus, dass überall die Eltern noch leben und artikulationsfähig sind. Ja, das ist ja die Grundbedingung. Wir wollen ja keine 70-jährigen Kanzler mehr haben oder 71-Jährige wie Merz dann. Finde ich allerdings gut, dass in Rostock jetzt die Linke regiert, weil in keiner anderen Stadt werden ja so viel Abitur auf Privatschulen geschrieben wie in Rostock und das passt wieder zusammen. Vielleicht kriegt man da was gemanagt. Oder es ist so ein Alibi Bürgermeisteramt. Wir gehen nach Schwerin, kommen nochmal zur Nord Stream und Hans und ich hatten ja letztes Jahr, als die Landtagswahl in McPom war, auch das Thema Klimastiftung, die sogenannte Klimastiftung. Hans, erinnerst du dich noch, das ist eine gemeinsame Stiftung gewesen von dem Land Mecklenburg-Vorpommern, Stefan, und Gazprom. Ja. und die Finanzierung war ganz fair, ein Prozent der Summe hat, also dieser Stiftungssumme für Umwelt und Klima hat das Land Mecklenburg-Vorpommern beigesteuert und 99 Prozent kamen von Gazprom. Das ist wie mit dem Schiff. Wie mit dem Schiff. Wobei man muss sich ja die Frage stellen, woher hat denn Gazprom das Geld gehabt? Das war doch auch deutsches Geld. Also im Grunde ist 100 Prozent deutsch finanziert, ganz fair. DSF. Es war im Wahlkampf schon eine schräge Nummer. Also im Wahlkampf war ja noch so schwesig, war mit der CDU, hat so eine GroKo-Koalition gemacht. Hans und ich haben dann ja auch mit den Oppositionen geredet, unter anderem mit der Linken, die ja jetzt die Vizeministerpräsidentin ist und die hat da auch schon rumgeeiert. Simone, wie hieß die nochmal, Hans? Oh, ich weiß nicht mehr. Aber die ist jetzt Bildungsministerin, Vizeministerpräsidentin und die so, ja, Klimastiftung, ne, müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht. Die waren da nicht dagegen, die hatten damit kein Problem, sagen wir mal so. Und jetzt gibt es auf jeden Fall, ne, russischer Angriffskrieg, Ukraine, auf einmal muss diese Stiftung natürlich weichen, Schwesig steht schwer in der Kritik, deswegen, naja, nur außerhalb. Außerhalb? Och, doch, doch, doch. Ja? Es gibt einen Untersuchungsausschuss zu dieser Nord Stream Stiftung. Und jetzt wird es lustig. Also jetzt wird es wirklich lustig, weil, ähm, ähm, die Koalitionen, die können ja dann ja ihre Sachverständigen und Zeugen befragen, beziehungsweise einladen. Und Hans, du glaubst es jetzt nicht, wen die SPD und die Linken in Megpom zu diesem Untersuchungsausschuss nicht als Zeuge, sondern als Sachverständigen einladen. Hm. Hinter diesen Türen kam heute der Untersuchungsausschuss zusammen, eine nicht-öffentliche Sitzung. Sieben Zeugen und Sachverständige wurden benannt. Diese sieben Menschen werden im Januar vom Ausschuss hier befragt. Einer von diesen sieben Namen sorgte für Diskussion, Friedberg Flüger. SPD und Linke haben ihn als Sachverständigen ins Spiel gebracht. Sein Job wäre es dann, unparteiisch und wahrheitsgemäß als Experte Fragen zu beantworten. Flüger war CDU-Politiker, saß im Bundestag, war parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium und zeitweise Pressesprecher von Bundespräsident von Weizsäcker. Etwa 2010 zieht er sich aus der Politik zurück. Bei Flüger, ja, der wurde vor Jahren mal auch von der Presse als Schattenmann von Nord Stream 2 bezeichnet. Das sagt eigentlich alles über ihn. Er ist ein klassischer Lobbyist natürlich. Es gibt womöglich auch wirtschaftliche Verquickungen dort mit Russland mit Nord Stream 2. Laut Recherchen des Spiegel gründete Flüger eine Beratungsfirma, zu dessen Kunden auch Nord Stream 2 gehörte. Lobby Control nennt Flüger einen der international bestens vernetzten Lobbyisten für Erdgas. Aktuell ist Flüger Aufsichtsratsvorsitzender eines deutschen Gasverbandes. Also, die SPD und die Linken in Meckcom wollen diese Scheiße immer noch irgendwie retten, indem sie einen Gaslobbyisten der CDU als Sachverständigen, nicht als Zeuge, der hat da nämlich auch mitgemacht, sondern als Sachverständigen einladen und die CDU in Meckcom ist gegen diesen CDU-Mann. Na. Ja. Wollt ihr da nicht auch mal Bürgermeister in Berlin werden? Ja. Ja, natürlich. Friedberg Flüger, der ist doch nicht ohne Grund 2010 aus der Politik verschwunden. Richtig, richtig. Die Grünen verstehen jeweils die Welt nicht mehr, die sind ja da nicht an der Macht, sondern in der Opposition der Oppmann erklärt uns immer. Und sie unterstellen SPD und Linke, sie würden den Hintergrund des künftigen Sachverständigen überhaupt nicht kennen. Ich wurde dann von Herrn Krüger mehrfach gefragt, wo denn die Zusammenhänge zu sehen sind, warum er denn jetzt unbedingt als Zeuge und nicht als Sachverständiger und irgendwann habe ich dann einen Webartikel, den man wirklich innerhalb von zwei, drei Minuten in Internetrecherche auch finden kann, zitiert, vorgelesen und da waren sie baff, also das wussten sie nicht und das ist eigentlich total bezeichnend für diesen Ausschuss auch, wo es ja gerade darum gehen soll, zu schauen, wo gibt es unerkannt Lobbyismus, der eine Wirkung darauf hat, wie Politik sich entscheidet. Naja, der Ausschuss ist ja für Aufklärung da, man kann ja nicht die Aufklärung schon vorher mitliefern, oder? Selbst wenn sie leicht zu googeln ist. Übrigens Simone Oldenburg, Oldenburg heißt sie, der stellvertretende Ministerpräsidentin, ja. So Hans, wir haben jetzt gehört, dass die CDU gegen den CDU-Lobbyisten ist, du glaubst jetzt nicht, gegen wen die SPD ist als Sachverständige. Die Obmänner der Regierungsfraktionen sehen das vollkommen anders und halten dagegen. Ich glaube, es gibt in dem ganzen Komplex keine neutralen Personen. Also die Opposition hat beispielsweise Frau Kemfert geladen, wenn Sie sich das angucken, dann sehen Sie eine ganze Reihe von Artikeln, wo sie bei Umweltschutzverbänden Dinge geäußert hat und Herr Pflüger ist in der Tat im Bereich Gas unterwegs gewesen und Herr Pflüger wird uns zu dem, ob das Gas benötigt worden ist, ob diese Pipeline benötigt worden ist, Aussagen machen können. Und dafür haben wir ihn geladen. Ja, also wenn der Pflüger als Sachverständiger sich disqualifiziert, dann die Claudia Kemfert, ja, die das beruflich macht, als Wissenschaftlerin beim DIW, dann muss die auch raus. Natürlich, sie war doch schon sozusagen eine Art Lieblingsfeindbild von Manuela Schwesig. Oh ja, Die darf da auch nachträglich nicht rein. Oh Mann, Alter. Also was die SPD und die Linke in Merkpom abziehen, also jetzt immer noch nach dem russischen Angriffskrieg, was sie dort immer noch irgendwie verteidigen, ist der helle Wahnsinn. Ich finde es amüsant. Ja, natürlich, es ist amüsant, aber es ist irre. Ja. Apropos irre, wir müssen noch mal über die Tafeln reden, bzw. die Situation uns da mal angucken. Ich suche es hier gerade mal. Tafeln. Ist nicht viel. Gucken mal. Hä? Hat jetzt gerade jemand gesprungen? Ja. Die Situation, wir fangen mal an, in Parchim. Hast du das gemerkt, dass es den Leuten so ein bisschen enger wird im Portemonnaie? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, die Kosten, die steigen ja überall und Lebensmittel, die Kosten steigen auch. Also, man merkt schon, dass das mehr Ansturm ist. Im Schnitt sind ein Drittel der Kunden Geflüchtete aus der Ukraine. Heute Morgen an dieser Ausgabestelle sogar fast alle. Das ist ja echt alles noch gutes Zeug. Darum ist es auch nicht kostenlos. Zwei Euro kostet der Beutel für eine Person, ab zwei Personen kostet die Ration drei, ab fünf Personen vier Euro. Diesen Beutel bekommen Stefan und Ilona noch voll. Der Rest in der Schlange geht heute leer aus. Für alle reicht das jetzt nicht mehr. Ihr kommt ja morgen wieder, ne? Das war mir nochmal wichtig zu zeigen, also die Tafeln laufen auch über beziehungsweise müssen Aufnahmestopp verhängen, weil wir unsere Geflüchteten so beschissen versorgen, dass ein Drittel mittlerweile der Tafelkunden, wie es so schön heißt, Geflüchtete sind. Beziehungsweise manchmal alle. Ein Problem, jetzt gehen wir nach Demin. Das ist meine Heimat, da komme ich her aus dem Landkreis, da gibt es auch eine Tafel und die haben immer größere Probleme, nämlich weil sie immer weitere Wege gehen müssen, um das Zeug zu bekommen. In den letzten 20 Jahren und besonders in den letzten fünf Jahren ist die Entwicklung der Tafel so, dass wir, das ist eine ganz einfache Rechnung, für immer mehr Menschen immer weniger Nahrungsmittel zur Verfügung stellen können. Das ist ein sehr, sehr großes Problem. Siebzehn Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich. Um Lebensmittel zu bekommen, nehmen sie immer längere Wege auf sich. Wir fahren ja nach Hamburg, wir fahren nach Valun, Schwerin, Neubramburg, aber Neubramburg sieht jetzt auch ganz schlecht aus, sie können uns auch wahrscheinlich unterstützen. Dann habe ich die Kleinmärkte hier, so wie Netto-Lager, Eililager habe ich angerufen und dann fahren wir ja, den ganzen Tag fahren wir, zwei Fahrzeuge. kostet uns auch viel Sprick. Die müssen nach Hamburg fahren, um das Zeug zu bekommen. Nach Hamburg, das sind drei, vier Stunden Autofahrt. Problem ist, dass zum Beispiel die Tafel in der Min halt nicht nur eine Essensausgabe ist, sondern mittlerweile noch viel mehr. Wir betreiben hier in der Min eine Kleiderkammer. Zusätzlich wird auch gekocht. Wir helfen den Menschen auch überregional, sprich, wir bereisen auch kleinere Ortschaften und erreichen so Menschen, die die Tafel in der Min nicht erreichen können. Das bedeutet, dass wir nicht mehr nur ein Ort sind, an dem Nahrungsmittel verteilt werden, einmal in der Woche, sondern, dass wir im Grunde genommen hier soziale Arbeit machen, in vielerlei Hinsicht. Das kann ja nicht sein, das sollte der Staat machen. Ja, diese soziale Arbeit als Begegnungsstätte ja ganz schön, nur, dass sie angeknüpft ist an die Grundversorgung, ist natürlich ein Problem. So, und da jetzt immer mehr der Tafelkunden Geflüchtete sind, ist natürlich ein anderes Problem da, die sprechen die Sprache nicht und dadurch brauchen die Tafel jetzt Menschen, die dort übersetzen können, also Sprachvermittler, die muss man aber irgendwie bezahlen. Die Menschen, die kommen, suchen diesen Austausch, wollen wahrgenommen werden. Die Ehrenamtlichen wollen ihnen das auch weiterbieten. Doch immer mehr Gäste sprechen nicht oder nicht gut Deutsch. Die Tafel will darum Sprachmittler einsetzen, gegen Entgelt. Sie sollen auf Menschen aus der Ukraine, Syrien, Iran und Polen zugehen. Wir brauchen hier Menschen, die es verstehen von einer Sprache in die andere zu übersetzen, damit wir überhaupt mit den Menschen in Kontakt kommen können, erfahren können, wie wir unterstützen können, wie sie uns auch unterstützen können hier. Also dieses gegenseitige Gegeben und Nehmen kann nur funktionieren, wenn wir die Sprachbarriere überwinden. Es ist nicht unsere Aufgabe, als Sozialträger, die Probleme dieser Gesellschaft aufzufangen, sondern es ist unsere Aufgabe, anderen Menschen zu helfen. Google Translator hat eine coole Funktion, diese Konversationsfunktion. Mit der kommt man ganz schön weit, da geht ukrainisch bestimmt auch russisch und so. Ich glaube, da behelfen sie sich wahrscheinlich notmäßig mit, aber sollte, glaube ich, kein Dauerzustand sein. Vorletztes Thema bei mir, ihr habt ja keine Haustiere, ne? Was nochmal? Aktuell nicht. Keine was? Habt ihr Haustiere, Stefan? Fische. Müssen die mal zum Tierarzt, zur Tierärztin? Ne, das sind Guppis. Es waren mal zehn, jetzt sind es neun. Ich habe es ihm angesehen, aber ich bin nicht zum Tierarzt mit ihm. Das ist schade. Ich bin ja Katzenhalter, ich muss zum Tierarzt. Es gab jetzt nach 22 Jahren zum ersten Mal wieder eine Tierarztgebühren Ordnungsanpassung. Ja, genau. Und ich gucke mal ganz kurz, ob es schon die Preise ist. Was glaubt ihr denn jetzt prozentual, die meisten gehen ja mit dem Hund oder mit der Katze zum Tierarzt, wie die Preise gestiegen sind. Die sind gestiegen. Hund und Katze, was glaubt ihr denn? 15 Prozent. Beim Hund? Achso. Ist das unterschiedlich? Nicht flächendeckend? Ja, ist unterschiedlich. Hund 15, Katze 7, Fische 9, Kühe 23. Ne, mach mal nur Hund und Katze. Ich will nur Hund und Katze fahren. Hund und Katze. Hund? Ja. Hans, was sagst du beim Hund? 50. 50? Dann sag ich 49, dann bin ich auf jeden Fall näher dran. Katze 100. 100? Ne, 20. Hans ist nicht schlecht. Die Tierarztkosten steigen. Eine allgemeine Untersuchung mit Beratung für Hunde wird um 75 Prozent teurer. What? Das ist für die Eheleute Jakobi zwar hart, aber für ihre Windhunde würden sie alles geben. Es geht ja um das Wohl und die Gesundheit eines Lebewesens, das ja auch Gefühle hat, das froh ist, das traurig ist, das auch bei Krankheit natürlich leidet. Es kostet, was es kostet. Eine allgemeine Untersuchung für Katzen wird um 163 Prozent teurer. Also so wie der über seinen Hund redet, fragt man sich ja, wie die psychologische Betreuung des Hundes ist. Also ich bin am Arsch. Ich muss 173 Prozent mehr beim Tierarzt bezahlen. Ja, gratulation. Das Problem ist ja, dass manche Leute das nicht mehr leisten können. Darum thematisiert das ja. Aber ich will jetzt mal sagen, warum die Preise jetzt erhöht wurden. Die letzte große Anpassung der Gebührenordnung des Bundes liegt bereits 23 Jahre zurück. Für Tierärztin Dr. Ina Recker ist das höchste Zeit. Wenn wir eben morgen und übermorgen auch noch tierärztliche Versorgung anbieten möchten, dann müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die junge Tierärzte in die Praxis locken, dass es nicht so ist, wie es im Moment ist, dass viele geschlossene Praxen einfach gar keinen Nachfolger mehr finden. Und die Kosten sind einfach eben enorm gestiegen. Einfach nicht nur jetzt Energiekosten oder sowas, sondern eben auch Fahrtkosten, Geräteausstattung, Personalkosten insbesondere. Ja. Also es ist völlig richtig, dass dort die Preise angepasst wurden. Ich hatte, jetzt habe ich ja über zweieinhalb Jahre Katzen, ich hatte mich gewundert, wie wenig ich bei einem Tierarzt eigentlich zahle. Also ich habe, die Katzen dann impfen oder so und dann so, ja hier, fünf Euro. Fünf Euro? Fünf Euro? Für eine Impfung. Oder irgendwie Kastration, 73 Euro. Ich so, was? Sie haben den ganzen Tag jetzt dann hier mit verbracht und aufgepasst und so. Ja, ja. So ist es. Ich wusste gar nicht, dass die da so eine Verordnung haben. Ich dachte, die legen halt so Preise fest und... Doch, doch, doch. Es gibt, vielleicht gibt es ja Privattierärzte, wo das anders ist, aber... Das regelt der Markt. Na gut. Nee, da regelt es der Markt eben nicht, Hans. Sag ich ja. Problem ist natürlich, dass viele Leute ja immer weniger Geld haben, Inflation und so, beziehungsweise eh schon arm sind. Problem ist, dass sie dann jetzt an ihren Haustieren sparen wollen. Von 2036 befragten Deutschen gaben 24 Prozent an, an der gesundheitlichen Versorgung ihres Tieres zu sparen. 16 Prozent würden weniger Tierarztbesuche wahrnehmen. Sechs Prozent der Tierhalter in Mecklenburg-Vorpommern gaben an, ihre Haustiere sogar abschaffen zu wollen. Uh. In Berlin 19 Prozent wollen ihre Katzen abgeben. Das ist natürlich ein Problem wieder, weil jetzt die Tierheime noch mehr Tiere versorgen müssen. Das ist das eine und zum anderen ist noch ein anderes Problem für die Tierheime. Nach Corona hat sich das jetzt wieder herauskristallisiert, dass sehr viele Leute sich eine Katze zum Kuscheln angeschafft haben, jetzt zurückgehen in den Beruf und die Katzen halt Freigang haben und zwar unkastriert. Wir merken das ganz deutlich, dass die Welle an Katzenbabys, an freilebenden Katzen zunimmt. Und wenn jetzt die Kastrationskosten eben auch fast um 50 Prozent steigen, dann trifft uns das ganz hart. Support your local Tierheim. Yes. So. Und kein aufwachen Podcast. Corona-Kuschelkatzen, das ist natürlich ein interessantes Phänomen. Ich dachte, man durfte nirgendwo hin. Wieso hat man sich dann Katzen geholt? Da musste man doch das Haus verlassen. Die wurden geliefert. Oder kamen die mit der Post? Mit Amazon. Genau. Amazon-Katzen. Am Miaozon. Mit Prime. Natürlich. Ich hab ne Prime-Katze. Ja. Aber kein Aufwachen Podcast wäre Aufwachen Podcast ohne was vom Wolf. Jo. Aber ich hab gute Nachrichten. Ich bin froh. Ich möchte jetzt euch wirklich den Beginn eines Beitrags zeigen, den ich jetzt in zehn Jahren Aufwachen Podcast oder egal wie lange wir das jetzt schon machen, so hab ich das noch nicht gesehen. So möchte ich das sehen. Das ist toller Journalismus. So möchte ich das fortan immer wieder hören. Es beginnt natürlich wieder so, Stefan, wie wir uns das immer denken. Besorgter Schäfer. Aber dann kommt die Knallerinformation. Jeder Tag, an dem kein gerissenes Schaf auf der Weide liegt, ist für Schäfermeister Maik Gersonde ein guter Tag. Er hat über die Jahre etwa 150 Tiere an den Wolf verloren. Das Schlimmste ist, wenn die Schafe noch leben und ich muss sie erlösen. Das hält nicht jeder Mensch aus. Vor neun Jahren rüstete er auf. Elektrozaun und Herdenschutzhunde. Seitdem gab es keine Risse mehr. Was? Da hilft mir. Yay. Es gibt Hilfe. Wow, weil der Wolf jetzt ein großes Hindernis hat, um an dieses Fleisch zu kommen. Um an die Schafe zu kommen. Der Zaun muss ganz sicher gebaut werden. Der schützt auch meine Hunde, falls die Wolfe zu stark werden. und der Wolf findet hier eine Gegenwehr. Und deshalb traut er sich nicht rein. Sehr gut. Sehr gut. So muss Wolfs Journalismus sein. Jawohl. Der Wolf ist da. Er geht nicht weg. Den können wir jetzt auch nicht einmal alle abknallen, sondern Herdenschutzmaßnahmen sind effektiv und sie funktionieren super. Außerdem hat der Wolf Anspruch auf 30 Prozent der Fläche. Richtig. Zäune aufstellen und Hunde. Bei welcher Tafel wird denn jetzt der Wolf essensmäßig versorgt? Im Wald, Hans. Wir haben zu viele Rehe und Wildschweine. Hörst du nicht zu? Ist die Waldtafel. Ja. Ja. Ist gut. Oder Tafelwald? Gibt es den Tafelwald nicht schon? Klar. Kommt nie Tafel her aus dem Wald. Tafelberg. Tafelberg. Das Problem ist natürlich, nur weil du jetzt geeignete Herdenschutzmaßnahmen hast, bist du jetzt nicht gut dabei, weil man muss sich ja kümmern. Den Zaun hat das Land bezahlt, aber Maik Gesondes Arbeit ist härter geworden. Die schweren Zäune aufstellen, Elektrozäune instand halten, Herdenschutzhunde ausbilden, füttern, Tierarztkosten tragen, die Schafe immer wieder abends zurück in ihr sicheres Gehege bringen. Maik Gesonde findet auch kaum noch Personal, das diesen Aufwand mitmacht. Ich kann nicht an vielen Herden überall den Herdenschutz perfekt leisten. Das ist zeitlich einfach nicht möglich. Die Zäune müssen perfekt aufgebaut sein. Es muss dafür gesorgt werden, dass unten gemäht oder plattgefahren wird, dass wirklich keine Stromableitung ist. Möglichst 8.000 bis 10.000 Volt auf dem Zaun. Deshalb verkleinert der Schäfermeister sein Tierbestand. Von einst rund 2.500 Mutterschafen auf 500 Tiere. Und wie macht er das? Wo kommen die hin? Der Überschuss? Der Wolf. Der hat gegessen. Der wird dem Wolf freigegeben. Mhm. Die werden der Waldtafel zugefügt. Mhm. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage von Stefan. Ja, wie viele Wölfe gibt es denn jetzt in Meckpommen? Ja. Das Aufwachenrudel will wissen... Als Fischer. Ja. Willst du raten? Zwei. Wie sind denn die Rudelzahlen? Ich würde sagen 70. Ich hoffe. 70 Rudel. Ich weiß, es ist sehr viel. Es werden wahrscheinlich nur fünf sein, aber... Achso, Rudel. Rudel. Naja, vier, fünf Rudel. Nee, es sind nur drei. Drei. Derzeit gibt es in Mecklenburg-Vorpommern 16 Wolfsrudel, zwei Wolfspaare und drei Einzelwölfe. Allein 2021 töteten oder verletzten diese 244 Weidetiere. Mörder. Das sind... Also ich finde, das sind geringe Zahlen, weil wir hatten ja vor Ewigkeiten mal im Podcast, da gab es ja Untersuchungen, dass 98 Prozent des Inhalts eines Wolfs Wildfleisch war. Und eben nicht. für euch von uns. Also 16 Wolfsrudel in Mecklenburg-Vorpommern. Sehr gut. Zwei Pärchen, die machen gerade Rudelentwicklung quasi. Drei Einzelwölfe, die zu Problemen werden könnten. Ja. Ich hätte jetzt noch eine Sache, einfach nur, weil letzte Woche, bei der letzten Ausgabe kam ja euer Disput zu Kunst einigermaßen kontrovers und gut an. Ich erinnere mich. Ich hätte jetzt noch mal was zum Thema Kunst. Na los. Hans, so als Rauschmeißer, damit du dir die nächsten Wochen Gedanken machen kannst über die Kunst, die du jetzt siehst. Ich hätte jetzt nämlich gerne von euch beiden eine künstlerische Einschätzung zu dem, was ihr da seht. Hans, bist du bereit dazu oder sagst du von vornherein, du möchtest dich zu der Kunst, die du jetzt gleich siehst. Es gibt eine Kunstausstellung in Rostock. Mal gucken. Mal gucken. Stefan, bist du bereit? Möchtest du dich äußern? Gut. Der Jüngere richtet Landschaften gerne geometrisch aus und baut kleine Irritationen ein. Der Altmeister ist etwas verspielter und setzt auch gerne Menschen in Szene. Wolfgang Mattheuers Bilder kombiniert mit den Werken des Künstlers Markus Matthias Krüger. Die Idee zu dieser Ausstellung stammt vom Chef der Rostocker Kunsthalle. Diese Faszination von mattheuerschen Landschaften, die mich schon immer fasziniert haben, aber diese ganz besondere krügersche Landschaft auch nochmal. Und das geht sehr, sehr gut zusammen. Und ich finde das eben sehr spannend, gerade auch diesen Diskurs mal aufzumachen zwischen zwei so unterschiedlichen Malern, die ja nichts miteinander zu tun hatten. Landschaften ohne Menschen, das Markenzeichen von Krüger. Und das liegt nicht daran, dass er sie nicht zeichnen könnte. Während seines Studiums an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst hat er sich ausprobiert. Ich habe dann gemerkt, dass Figuren in dem Bild eigentlich obsolet sind. Die gehören da nicht rein. Und die bringen automatisch irgendwie eine Handlungserwartung und sowas mit rein. Und das Bild wird dann einfach anders gelesen, als so, wie ich es haben möchte. Ich möchte, dass es zeichenhaft dasteht und eben nicht als irgendeine Erzählung, die dann bebildert wird. So, bevor ihr eure Einschätzung abgeht, möchte ich jetzt das Publikum, das vor Ort ist, zuerst zu Wort kommen lassen, damit ihr euch einen Eindruck verschafft, wie die tatsächliche, fachliche Meinung ist. Je mehr man sich reinarbeitet, desto mehr entdeckt man quasi. Das ist so ein bisschen, wie wenn man Elvis im Wunderland da sich so rein stiehlt und dann kommt der Hase gleich um die Ecke. Beim ersten Blick ist es so, ja, hm. Und je länger man es betrachtet, desto mehr entdecke ich im Grunde. Das Erste, was mich fasziniert, ist die Tatsache, dass so viel Detail so präzise durchgeführt wurde. Und dann natürlich die Einsamkeit des Bildes. Ich finde auch in der Gegenüberstellung zum Mattheuer macht es totalen Spaß. Es hat so eine Spannung drin, das gefällt mir sehr. Also, ich würde es mir auch angucken. Ich finde es auch interessant. Ob man immer gleich rangehen muss mit, ah, da kann man so viel entdecken und so. Ich bin dann mehr so, der erste Eindruck zählt. Dann kann ich aber auch weitergehen direkt. Und, keine Ahnung, das, was du jetzt gerade zeigst, ist gruselig. Ja, das ist schrecklich. Das ist auch nicht gelungen. Zombies. Aber das ist aber typisch Mattheuer. Och, du kennst den schon wieder. Ja, natürlich. Mattheuer war einer der Stars der DDR-Malerei in diesem Grenzgang zwischen Systemtreu und ein Stück weit aber in der eigenen Kunst widerständig. Er hat ja keinen braven sozialistischen Realismus gemacht, sondern gemalt, sondern es war bei ihm immer ein bisschen ein magischer Realismus, ein bisschen Surrealismus in gedämpfter Variation mit drin. Und das ist bei dem anderen, wie heißt der Krüger, ein Stück weit ist das eigentlich ähnlich. Also, wenn man aus den mattheuerischen Landschaften die Menschen rausnehmen würde, wäre man nicht weit entfernt, finde ich, von der Bildgestaltung, die der Krüger macht. Wenn du hier mattheuerische Menschen reinmalst, dann müsstest du den sonstigen geografischen Mal, das geografische Motiv gar nicht so großartig verändern. Also es wundert mich, dass das keiner festgestellt hat, was den Unterschied macht. in den sichtbaren Bildern ist in der Tat, dass bei einem Menschen Präsenz eine wichtige Bildaussage sind und bei dem anderen das Fehlen der Menschen, aber auch gerade darauf hinweist, dass sie fehlen. Und das ist eigentlich die innere Verbindung zwischen den beiden. Also bei dem einen, welcher von beiden, wer hat keine Menschen gemalt? Der junge Künstler, den wir gehört haben. Krüger. Krüger? Krüger, ja. Bei Krüger spielen ja in den Menschen die Menschheit eine Rolle, aber nicht der konkrete Mensch. Ich habe ja bei Thilo hier bei 600 diesen kleinen Spruch gemacht, wenn Luhmann in seiner Fußnote geschrieben, wer Mensch sagt, muss schon sagen, wen er meint. Und das meinte er ja auch. Wenn ich da einen Menschen reinmale, gucken alle auf den konkreten Menschen, den ich da gemalt habe, während man ja im Großen hier abgemähte Felder sieht, zusammengerolltes Heu und so weiter. Also der Mensch ist ja nicht präsent in diesem Bild, aber eben nur so als Menschheit. Und das finde ich ziemlich gut. Diese Bäume hier, das ist ja auch kein Wald, das ist ja eine Baumplantage, da hat sich ja jemand einfach und so vorher selektiv eigentlich so schick. Was bild mag ich? Ja, das ist ein bisschen so anfänglich, ein bisschen wie gesagt, magischer Realismus ist mit drin. Das ist ja, das ist ja erkennbar eine von Menschen geschaffene Landschaft. Ja, das ist nicht Natur, sondern Kultur. Und dadurch, dass wir Menschenwerk, also von Menschen gemachte Naturveranstaltung erleben, ist der Mensch präsent, nicht in seiner Erscheinung, aber in seinem Handeln, in den Konsequenzen seines Handelns. Und von daher hat Stefan gut gesagt, es geht hier um die Menschheit, um das Tun der Menschheit. Bei Matheuer andererseits, aber es stimmt schon, da spielen die konkreten identifizierbaren Menschen eine Rolle, aber die sind bei Matheuer auch Symbole. Also auch bei dem geht es um Menschheit, aber bei Matheuer eben Menschheit verdeutlicht am Symbol erkennbarer Individuen. Und hier ist es Menschheit unter Ausblendung der Individuen, aber sichtbar oder erkennbar und thematisiert in den Folgen ihrer Handlung. Man könnte auch eine Leseart reinbringen mit, hier sieht man, hier hat gestern noch der Mensch eingegriffen, aber jetzt die Zäsur. Ab morgen geht es ohne Menschen weiter. Ja. Und dann hat man so ein, und jetzt kann man überlegen, in welchem Ausmaß sich die Natur hier zurückerobert. Häuser wegschwemmen, Wälder durchmischen, Sehen wieder nicht mehr rechteckig machen und so. So, und das, was du jetzt gerade machst, Stefan, das ist eigentlich das, wo Kunst interessant wird. Wenn ich darüber rede, oh, das ist gut. Ja, ich muss das öfter machen. Ich bringe jetzt in jeder Folge einmal Kunst mit, ja? Wenn ich nicht über die Kunst rede, ist es keine? Nein, nein, das würde ich schon nicht gesagt haben. Nein. Du musst so denken, Hans. Nein, Stefan. Das Interessante ist ja, Kunst wird dadurch Kunst, dass sich Betrachter, damit auseinandersetzen. Ja, also Kunst ist eigentlich eine dreidimensionale Angelegenheit im Prozess. Künstler bringen etwas im Werk zum Ausdruck, was sie selber erst mal von irgendwoher aufgenommen haben. Und dann materialisiert sich das in einem Werk. Das Werk wird zum Kunstwerk, aber erst dadurch, dass Betrachter sich damit auseinandersetzen. Ist so eine Art Dreiecksbeziehung. Und das, was du gemacht hast, dass du eben gesagt hast, ja, und hier können wir sehen, wie Natur sich auf einmal das vom Menschen Geschaffene zurückholt. Damit in dieser Form von Auseinandersetzung und Reflexion eignest du dir diese Kunst als eine eigene Form von Interpretation an. Und so funktioniert Kunst. Yes. Ich bin überrascht, wie fruchtbar das jetzt war. Ich hatte jetzt gedacht, das wird jetzt vielleicht ein Schuss ins Knie. Wir sind ein sehr fruchtbarer Familienpodcast. Mit dem finalen Plädoyer doch mal wieder ins Museum zu gehen. Absolut. Oder besucht Künstler in ihren Ateliers. In ihren Schauateliers, solange sie sich zuschauen lassen. Ja. Die meisten sind, nö, aber, naja, nicht unbedingt beim Malen. Das ist nicht alles eine Idee-Party im Altenheim. Nee, nee, nee. Das meint ja auch nicht unbedingt, dass man Künstlern beim Malen im Atelier zugucken muss. Aber wenn man Künstler und Künstlerinnen heißt das natürlich auch immer, wenn man fragt, kann ich mal zu dir ins Atelier kommen, sehen, was du da so hast und so. Nein. Dazu sind die meisten dann schon bereit. Herr und Schutze, sage ich da nur. Hält die Wölfe draußen. Hans, guck mal, Stephans Wand, da passt aber noch eine Menge Kunst dran, oder? Absolut. Oh, ich kann meine Kamera leider nicht bewegen, aber da hängt ein Bild von Niklas, das ist ein Spektakel. Niklas Luhmann. Niklas Fiedler. Instagrammt ihn. Nachher gehe ich mit ihm klettern. Du brauchst einen Wingen an der Wand. Ja. Ich brauche mehr Kunst. Ich weiß, es ist alles, demnächst baue ich mir eine Staffelei auf. Ich weiß schon, was ich male. Hans kann dich da vermitteln. Ja, ja. Gut. Hast du noch was? Nein. Nur Grüße an die Menschheit. Haben wir überhaupt, haben wir Hörer in den Kommentaren? Klar. Hängen gleich dran. Hängen an, frag mich nicht, ich habe sie schon betitelt, aber schon wieder vergessen. Aber ich glaube, Jubel. Kleine Jubelstürme hängen an. Okay. Gut, Hans, das war jetzt deine letzte Sendung, auch in diesem Jahr. Nicht nur hier, sondern auch bei Jung und Naiv. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Ich habe meinen Satz noch nicht beendet. Hans, du bist gekündigt. Das war das Exit-Bespräch. Fired. Toi, toi, toi. Hoffentlich geht alles gut. Ja. Yes. Und du noch irgendwas, Stefan? Nein, ich grüße alle Menschen, sage ich doch. Wünsche Frieden und Frankreich, Marokko, haut rein, lasst die Straßen heile. Wir wollen am Donnerstag alle weiterleben. Friedlich. Ich wünsche mir ein Underdog- versus Underdog-Finale im Underdog-Start Katar, also Kroatien gegen Marokko. Das wäre doch mal schön. Na, mal sehen. Ich glaube, die werden am dritten Platz spielen. Wir werden sehen. Under, Fußballwunder gibt es immer wieder. Stimmt's richtig. Das von uns, denkt daran, kommt in den Ein-Prozent-Club, beendet eure Schwarzhörer und Schwarzhörer-Innenschaft umgehend, sonst sind wir nämlich sauer auf euch und dann gibt's hier noch seltener den Aufwand-Podcast. Wir hören uns im Januar wieder, wann genau muss ich mit Stefan noch abquatschen. Wir freuen uns schon. Also, Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Dann kommt Hans auch wieder. Hans, versprichst du wieder zu kommen im Januar? Wenn mein Bein es erlaubt. Das wollte ich gerade sagen. Betonung. Selbst ohne Bein. Selbst ohne Bein kannst du wieder kommen. Dann geht's bei Hans auch wieder. Ja, ja. Nein, ich bin fest entschlossen, wenn man mich denn dann haben will, zu erschaffen. Ja. Der Wille zählt. Gut. Jetzt hört ihr also unsere Audiokommentare. Vielen Dank dafür. Schön, dass ihr uns alle so herzlich wieder empfangen habt. Das hat sehr, sehr gut getan. Ja, stimmt. die Abrufzahlen waren ja auch der Wahnsinn. Und so kann es weitergehen. Das war's. Bye-bye. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch. Solch ein Kommentar wäre das allerdünnste. Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht. Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Der ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben, wenn der Wolf auch wüsste, dass er wild ist. Wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem. Die Märchen, die hat das deutsche Deutschland und Europa zunichtig gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren. Das kann nicht sein so. Ich schwöre es, so war mir Gott helfe. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ich kann es ganz kurz machen. Ich bin mit Ihrer Rede zu 99 Prozent einverstanden. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft ein Brot. Tschüss zusammen. Und wiedersehen. Tschau. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt keinen Gott. Das darf man in Deutschland nicht sagen. Wir haben Meinungsfreiheit. Aber wenn man... Nein. Wer will, mag glauben, dass es Gott gibt. Ich kenne keinen. Das habe ich nie gekannt. Nie in meinem Leben. Auch als Kind habe ich das nicht begriffen. Nicht. Hat sich den Verdacht, Gott gehört, vielleicht der NSDAP an, denn er unterstützt ja alles, was die Nazis machen. Vieles geringt ihnen. Was glauben Sie, was das für ein Erlebnis war? Die Nachricht, dass die Wehrmacht Paris erobert hat. Damals haben die viele Menschen meiner Umgebung eigentlich geglaubt, Hitler wird den Krieg gewinnen. Ich war damals überzeugt und es gibt Zeugen, dass ich das gesagt habe. Es ist hundertprozentig sicher, er wird den Krieg verlieren. Jedoch, ob wir das erleben werden, das ist vollkommen unklar. Wir werden in der Wahl haben wir uns eine Wechselung. Man hatte sich überlegt in Gesprächen mit Freunden, wie werden das die Deutschen machen? Sie können doch nicht alle Juden ermorden. Man wird sie nach dem Krieg fragen, wo sind sie hin? Es wird, wie ein Kollege von mir sagte, von uns wird übrig bleiben eine Delegation. Damit hatte man gerechnet. Es war falsch. Es wurden alle ermordet. Absolut alle. Am Leben geblieben sind die, die in den arischen Viertel der Stadt geflohen waren und sich dort verborgen hielten, was sehr schwer war. die in den Die ungeheure Sehnsucht nach der großen Welt Moskau. Die Sehnsucht war bei meiner Mutter auch. Nur nicht Moskau, sondern Berlin. Als ich sechs Jahre alt war, war meine Mutter mal zu Besuch in Berlin bei ihrer Familie. Und sah dort, natürlich begierig das, die Früchte deutscher Kultur und Zivilisation. Unter anderem sah sie, ich glaube, im KDW in Berlin, dass Blusen und Hemden verkauft wurden mit der Aufschrift Ich bin artig. Das hat ihr gefallen. Das hat sie dann, als sie wieder zu Hause war, nachgemacht und mir die Aufschrift gestickt. Sie war sich gar nicht dessen bewusst, dass das Unannehmlichkeit mir einbringte. Denn die Kinder haben mich verspottet. Und ich wollte aus Trost zeigen, dass ich ganz besonders unartig bin. Damals kam dieser Spitzname, der Bolschewik, ein Negativbegriff. Das ist ein Buch aufgehoben. In irgendeinem Augenblick wird sich da hingeführt. In jedem Buch, in Polen, in der Art, wo Stalin zitiert wird. Meine Lektorin sagte, ja, jetzt ist nur alles wieder erlaubt, alles in Ordnung. Ihre Ergänzungen sind gut, aber Stalin. Stalin muss erwähnt werden. Da ist was, ein Zitat von Stalin und so. Aber sagen Sie mal, wie viel? Reden wir mal sachlich, wie viel? Da sagte ich Ihnen, naja, das Buch ist über 400 Seiten. Pro 100 Seiten einmal. Also viermal. Eine schwierige Sache, aber ich werde es sehen. Naja, ich hatte nicht die geringste Absicht, das Buch zu gefährden. Viermal Stalin, gut, wird gemacht. Wenn ich heute das Buch lese, naja, schon sehr unter DDR-Einfluss. Einfluss und ich wäre nie auf die Idee gekommen, das ins Deutsche zu übersetzen. Nur kompromittierende Sätze, mich kompromittierende, gibt es in dem Buch nicht. In einem kommunistischen Land kann man auch dann leben, wenn man kein Kommunist ist. Aber es ist sehr schwer, in einem kommunistischen Land zu leben, wenn man Mitglied der kommunistischen Partei war und rausgeschmissen wurde. Also irgendwann habe ich beschlossen, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Ich will meinem Sohn die Zukunft im kommunistischen Polen ersparen. Darf man nicht träumen? Herrgott, ich weiß nicht. Ich habe mal eine Serie in der FHZ gemacht, aus dem Buch entstanden. Meine Schulzeit im Dritten Reich. Jetzt habe ich die Mitteilung bekommen, wieder eine neue Auflage. Das ist schon so viele Jahre im Verkauf. Ich habe ja auch in dem Buch die Anwälte der Literatur, große deutsche Schriftsteller, also Goethe, Heide, Fontane, in ihrer Eigenschaft als Kritiker dargestellt. Ach Gott, der Neid ist schon ein Motorsondergleichen. Das alles, was ich getan habe, konnten andere Leute auch tun. Hier wird nur ein Ampkurs sein. Er kann nicht gucken. Er kann keinen Kurs. Er kann keinen Kurs. Er kann keinen Kurs. Jungs, wo warten wir die letzten zweieinhalb Wochen? Ich habe eigentlich nur eine Nachricht für euch. Wuhu! Hallo, David hier. Ich wollte mal einen kleinen Einwurf bringen, weil ja momentan passiv so viel über Langzeitarbeitslose und diese ganzen faulen Hartz-IV-er geredet wird. Ich stehe auf der ganz anderen Seite. Ich bin Sozialarbeiter und ich arbeite in einer Maßnahme für Langzeitarbeitslose. Langzeitarbeitslose heißt für das Jobcenter jemand, der mehr als ein Jahr lang im Arbeitslosengeld-2-Bezug ist. Und ich soll die jetzt wieder fit machen, um überhaupt wieder fertig zu werden, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Das sind Leute, die häufig entweder sehr alt, sehr krank oder auf andere Weise aus dem Leben gerissen sind. Und unsere Aufgabe besteht vor allen Dingen erstmal darin, diese Leute wieder in Strukturen zu bringen, dazu zu bringen, dass sie es schaffen, täglich regelmäßig überhaupt aus dem Haus zu kommen, damit zurechtzukommen, in Teams zu arbeiten, weil sie phasenweise einfach über Jahre komplett alleine in ihrer Wohnung erlebt haben. Das sind keine faulen Schmarotzer, das sind Leute mit häufig massiven sozialen Problemen, die wir da rausholen. Und gleichzeitig bedeutet jetzt die aktuelle politische Situation für alle Träger in Deutschland, die Maßnahmen für Langzeitarbeitslose anbieten, den totalen Schockzustand. Denn weil unter anderem auch die Union die Bürgergeldreform komplett blockiert und jetzt irgendwie einen fordert, im Vermittlungsausschuss all ihre Wünsche durchzudrücken, da ist momentan kein Träger eines Sozialverbandes, der solche Maßnahmen für Langzeitarbeitslose anbietet, überhaupt weiß, wie viele Stellen er zum 01.01.2023 anbietet. Ja, das ist richtig. Ganz genau so sieht das aus. Die Verträge für diese Maßnahmen, also vor allen Dingen Arbeitsgelegenheiten, was man früher als einen Eurojob kannte, mittlerweile kriegen die Leute 2 Euro pro Stunde und werden intensiv pädagogisch parallel dazu betreut. Die Budgets dafür können jedes halbe Jahr nochmal überarbeitet werden. Man hat zwar so eine Art Grundvertrag, aber ob unsere Maßnahme jetzt 50, 55 oder 45 Teilnehmende hat, das kann jedes halbe Jahr nochmal neu ausgelotet werden und da hat natürlich das Jobcenter als die Behörde, die uns am Ende das Geld rüberschiebt, das endgültige Sagen drüber. Und ich sage mal so, das Jobcenter weiß selber gerade noch nicht, wie viele Plätze sie eigentlich fürs nächste Jahr einkaufen kann. Man kann es abgesehen davon, dass natürlich in einer großen Stadt nicht nur ein Träger da irgendwie Plätze anbietet, sondern von Caritas, Arbeiterwohlfahrt, kleinere Träger, städtische Träger, 10, 20, 30, je nachdem, wie groß die Stadt ist, unterschiedliche Träger, unterschiedliche Maßnahmen mit unterschiedlich vielen Plätzen anbieten. Und die warten jetzt alle drauf, überhaupt zu wissen, wie viele Plätze sie im nächsten Jahr anbieten dürfen, was natürlich auch bedeutet, je mehr Plätze, desto mehr Stellenpotenzial. Das heißt, die ganzen Entscheidungen darüber, ob jetzt gerade Arbeitsverträge verlängert werden können, ob Leute entlassen werden können, die eigentlich gut sind, aber für die gerade kein Platz mehr da ist und die man dann später aber doch nicht mehr wird einstellen können, weil wenn man jemanden mit einem befristeten Vertrag einmal rausschmeißt und später wieder einstellen möchte, weil sich die Politik dann doch entschieden hat, dass die Maßnahme sinnvoll ist, dann muss man auch jemanden, der gerade mal ein halbes Jahr im Unternehmen war, sofort entfristet auf ewig einstellen. Das macht natürlich auch keiner, weil das einfach finanziell komplett unsinnig ist. Diese ganzen Brocken werden gerade der Branche und den Leuten, die sich hier engagieren, frisch in die Beine geworfen, während politisch so getan wird, als ging es vor allen Dingen um diese Menschen. Um diese Menschen geht es diesen Leuten ganz offensichtlich nicht, sondern die wollen einfach nur billige politische Punkte machen. Hi, hier ist Tim. Als ich am Dienstag die Telegram-Nachricht bekommen habe, dass eine neue Folge Aufwachen-Podcast da ist, ich war erst mal total verwirrt. Ich habe mich gefragt, ist das Spam? Wo kommt so eine Nachricht her? Ich wusste gar nicht mehr, dass ich in der Gruppe bin. Ja, gleich in Spotify reingegangen, Aufwachen-Podcast gesucht, dann gesehen, 445, nach 444 das Finale. Ich habe das dreimal überprüft, ob es denn auch wirklich eine neue Folge ist. Dann reingehört und ja, der Aufwachen-Podcast ist wieder da. Das ist Hammer, 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 Hammer. Leute, danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr wieder da seid. Und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Bis dahin. Thilo, Stefan, Hans, ihr habt durch eure lange Pause, Deutschland und Europa, habt ihr zu nicht gerammelt. Das gibt es doch gar nicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Wiederauframmeln und freue mich sehr darüber, dass ich Teil davon sein kann. Und ja, alles Gute dafür. Bin gespannt, was folgt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.